Auf Koran ist es anders da. Dann sage ich so, ja, aber was ist mit den ganzen Leuten, die Arabisch kennen und den Koran gelesen haben und gesagt haben, das ist nicht von Gott. Wenn es ein Wunder wäre, dann könntest du es nicht abstreiten. Das ist wie wenn jemand jetzt auf einmal vor dem Toten aussteht oder fliegen kann. Dann kannst du sagen, ey, das ist ein Wunder. Das kann man nicht abstreiten. Aber wenn Leute es auf Arabisch hören, verstehen und sagen, das ist nicht von Gott, dann ist es kein Wunder. Weil ein Wunder ist, 100%. Leifstichbarkeit wurde eingeschränkt. Heftig. Leifstichbarkeit wurde eingeschränkt. Hammerhart. Scheiße. Aber ich habe Widerspruch eingeleitet. Mal gucken. Okay. Und ich glaube, in irgendein arabisches Land haben die in der Kanonisation richtig viele arabische Bücher gefunden. Ne, nicht arabische Bücher. Korane. Korane, ja, Korane. Sorry, Korane. Ja, genau. In Saudi-Arabien haben die in der Kanalisation hunderte und tausende Korane gefunden. Alle weggespült, weggespült, alles. Ja. Da siehst du mal, was sie von dem Koran halten. Ja, genau. Ja. Okay, Dankeschön fürs Hochbringen. Okay, Gott segne dich für deine Familie. Gott segne dich auch, ja. Ciao. Ah, mein Bruder ist auch da. Der Reesmann. Leza. Was ist jetzt mit dieser Ataye? Mit dieser heftige Afghanistan hier? The Afghanians. Leza. Das ist unglaublich. Das linke Bild könnte dir, was? Ja, der sieht aus wie mein Bruder, der Ataye. Ach so, okay. Alles klar, dann mache ich das weg. Stimmt, stimmt, stimmt. Das Bild, ja. Okay. Jetzt haben wir rosa-rote Panther hier. Richtige rosa-rote Panther. Mona Lisa. Was ist das denn? Mona Lisa? die mächtige ziege das mächtige Schaf das ist das Schaf was Allah fertig gemacht hat als die Koranferse gegessen hat Sunan ibn Ma'ad-Jahadis 1944 vom Feinsten das war die Transformation er wurde zu einem mächtigen Schaf wurde man auf Testo ja da siehst du mal das kommt davon wenn man Koranferse dann isst das ist der Schaf von Jesus nein das ist das Schaf was Koranferse gegessen hat mein Lieber ja schön die ziege aller Lagen ist was für ein schönes Bild aber das ist das echte richtige Bild das ist das richtige und echte Bild in der Einigkeit der Vater ist nicht der Sohn der Sohn ist nicht der Heilige Geist der Heilige Geist ist nicht der Vater der Vater ist Gott der Sohn ist Gott der Heilige Geist ist Gott Amen das ist das echte Bild nein ich werde eingeschränkt keiner bekommt eine Benachrichtigung ihr müsst immer gucken immer oben gucken in den Benachrichtigungen ob ich live bin Wahnsinn ne wie TikTok mich aufhalten möchte das ist so krank einfach so ja Gehört Israel den Juden laut Koran Amir ja natürlich Surah 17 Vers 101 bis 103 das ist ihr Land iii 3 Götter ja genau 3 Götter für dein Gehirn genau 3 Götter unglaublich ja ich werde dir einen Gefallen tun mein Lieber guck mal wie gefällt dir diese gut jetzt kannst du von draußen deinen Unsinn machen 3 Nagelgötter sagt er ja unglaublich ne der sieht das Bild dass alle alle 3 Personen innerhalb dieses einen Gottes diesen gleich gleich ewigen Gott teilen versteht ihr dass der Sohn ewig ist dass der Vater ewig ist und dass der Heilige Geist ewig ist und dass der Heilige Geist ewig ist Ali Baba und die 40 Räuber das hört sich echt an wie Mohammeds Geschichte ne das ist heftig mal gucken ob wir irgendwas in YouTube finden bezüglich dieser äh Suleiman Sache da Debatte um Abschiebung Debatte um Abschiebung was ist das denn Debatte um Abschiebung der keiner weiß dass was Neues zum Täter gibt keine Ahnung kümmern sich nun der General Bundesanwalt um die Ermittlungen zu der tödlichen Messer-Attacke in Mannheim er sieht eine religiöse Motivation für die Tat Bundesinnenminister Jens Feser überprüft nun Oh, mal einmal akkurat berichtet. Man sieht eine religiös motivierte Tat bei Suleiman Atay. Nee, ehrlich, ich dachte, der ist ein Jude gewesen und geht zu Michael Stürzenberger und schreit Allah Akbar. Unglaublich. Natürlich war das Islamisch motiviert, ein religiös motivierter Tat. Der Täter, der aus Afghanistan kommt, dorthin abgeschoben werden kann. Und da bin ich auch ganz entschieden, die Sicherheitsinteressen Deutschlands, das überwiegt hier eindeutig gegenüber den Bleibeinteressen von Betroffenen. Denn eigentlich kann nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 2021 nicht mehr in das Land abgeschoben werden. Afghanistan gilt seitdem als nicht sicheres Herkunftsland. Der Mannheimer Attentäter Suleiman A. Heftig, ne? Das haben die auch sehr, sehr krass eingerichtet. Auf einmal, Amerika zieht ab und man holt so viele Afghanen ins Land, wie es nur geht. Und man kann sie dann auch nicht abschieben, weil Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist. Reza, hast du das gehört, Reza? Was für ein Plan, heftig! Reza, man kann die Leute nicht abschieben, weil das kein sicheres Herkunftsland ist. Reza, und die haben auch noch einen Bericht rausgehauen, dass die Regierung ganz schnell deutsche Pässe verteilen möchte. Auch ganz besonders an Afghanen. Unglaublich! Wir sind am Ende, Leute, wir sind am Ende. A. Kam bereits 2013 nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, abgeschoben wurde er trotzdem nicht. Vermutlich wegen des damals jugendlichen Alters. Zuletzt bekam er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Die Grünen warnen davor, abgeschobene islamistische Attentäter würden in Afghanistan eher belohnt als bestraft werden. Zudem würden die Taliban wahrscheinlich Geld für Rückführungen fordern. Man müsste dann ja auch mit dem Taliban, mit einem islamistischen Regime in Afghanistan kooperieren und abkommen schließen, wenn man so etwas ermöglichen würde. Mir erscheint nicht nachvollziehbar, dass man das an dieser Stelle tun sollte. Genau. Jede Stimmen aus Ämtern. Man sollte das nicht tun. Man sollte ihn halt hier eventuell zehn Jahre hinter Gittern lassen, dann wieder rauskommen, dann kann er wieder weitermachen. Das ist doch klar. Das ist doch normal. Also besser, dass das so ist anstatt anders. Der arme Silliman. Oh, bitte. Der ist ein Opfer, nicht ein Täter. Das war Michael Stürzenberger seine Schuld. So machen die Medien das. Das ist Stürzenberger seine Schuld. So heftig. Obwohl er sich auf die Meinungsfreiheit hier in dem Land beruft, obwohl er die Redefreiheit hat, obwohl er das Demonstrationsrecht hat, Kundgebungsrecht hat und alles Mögliche und über den politischen Islam aufklären möchte. So sei es, so seine Sache. Und dann siehst du auf einmal, wie das Ganze umgedreht wird. Das ist so perfide, das System. So krank. So krank. Dann machen wir weiter. Aus FDP und SPD fordert auch die Union ein härteres Vorgehen. Sie wirft der Ampel Untätigkeit bei Abschiebungen vor. Wir fordern die Bundesregierung auf, nun mal endlich ein Ergebnis dieser Prüfungen vorzulegen. Nach unserer Auffassung sind Abschiebungen von schweren Straftätern nach Syrien und nach Afghanistan heute schon möglich. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will damit auch abschrecken. Sein Gedanke, Suleyman A. hätte seine Tat vielleicht nicht begangen, wenn ihn deshalb eine Abschiebung gedroht hätte. Das ist doch unglaublich. Ja, was wenn, was wenn, was wenn dies, was wenn das. Nein! Der Typ hat sich radikalisiert hier in Deutschland, Mann. Was erzählen diese Leute da? Ob er ein Bleibericht hätte oder nicht oder ob er einen deutschen Pass bekommen hätte. Nein, hier Deutschland ist einfach ein Sammelsurium für Radikalismus. Wie sagt man, für die Radikalisierung der Menschen. Das sind alles Radikalinskis. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, du hast hier das Internet, du kannst dich ernähren von diesen ganzen islamischen Schriften. Du kannst die Bücher aufschlagen, kannst nachschlagen wie was wo, wie man vorzugehen hat in einem Kufar-Land und so. Das ist so Wahnsinn. Traurig, traurig, traurig. Heftig, die letzten, die letzten Berichte waren vor sechs Tagen, Leute. Vor fünf Tagen. Messer-Mord, Mannheim. Islamisten sechs Tage. Sechs Tage. Heftig, ne? Die reden gar nicht mehr darüber, Leute. Ist das zu fassen? Keiner redet mehr darüber. Drei Tage das letzte Mal. Sieben Tage. Vor sechs Tagen. Ja. Vier Tage. Das ist so beschämend, ey. Einfach krass. Mord, Mannheim. Es muss wirklich sehr kriminelle Augen nach Afghanistan abtischen. Und der Polizist hat sein Leben verloren. Und die Polizei ist natürlich total am Trauern. Die Gedenkminute entspricht der Tatzeit. Hier, an dieser Stelle, ist der junge Polizist heute vor einer Woche angegriffen worden. Der Marktplatz ist voll. Nicht nur Kolleginnen und Kollegen sind gekommen. Auch die Bürger drängen sich um den Ort, an dem die Tat geschehen ist. Den Menschen ist die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. In Düsseldorf versammeln sich Polizeibeamte und Politiker vor dem Innenministerium. Auch sie schweigen und gedenken das Polizisten um 11.34 Uhr. Dass so viele von Ihnen gekommen sind, Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch andere Mitarbeiter aus dem Haus, das freut mich sehr. Obwohl das Wort freuen vielleicht falsch ist, aber das ist ein ganz deutliches Anzeichen der Alternahme, der Solidarität, der Wertschätzung. Vielleicht am besten der Menschlichkeit. Weit über 100 Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sind auch in Bonn zusammengekommen. Sie treffen sich vor dem Polizeipräsidium und schweigen in Gedenken an Ruhren. In Iserlohn marschieren Polizisten am Morgen einmal quer durch die Innenstadt. Schweigend, unsichtlich, betroffen. Dieses Video, was wir da gesehen haben, das macht was mit einem. Das sind Situationen, die wir alle tagtäglich erlebt haben im Dienst. Das berührt zutiefst, das ist für mich selber, muss ich sprechen. Ich habe geweint bei den Wünschen. Ganz NRW hält heute Vormittag inne. In vielen Städten war es für einen Moment still um 11.34 Uhr. Wie viele Menschen wurden verletzt? Ich glaube, 5, 6 Leute wurden verletzt. Einer ist gestorben. Michael Stürzmeier war im Krankenhaus, fast lebensgefährlich verletzt worden. Oh, das Ganze ist ja schon was wieder vergessen. Mal gucken, was Michael Stürzmeierer sagt zu dem ganzen Michael Stürzmeierer. Ich glaube, der hat ein Interview gegeben oder so. Ich glaube, das ist ja schon mal. Der Messer-Terror von Mannheim. Am Freitag attackiert Suleiman A. Islamkritiker Michael Stürzenberger. Warum sieht man nichts? Da war sogar ein Aramea, glaube ich, der versucht hat, den Suleiman da aufzuhalten. Ich habe 20 Euro gegessen, für 87 Euro. Genau, das kannst du jetzt mit dem neuen Probierpaket voll lösen. Ich glaube, das war ein Aramea, oder was? Mannheim. Unsere Reporterin fällt dieses trauernde Paar auf. Der Mann versuchte am vergangenen Freitag, den Attentäter zu stoppen. Ich habe gesehen, ich habe geschrien. Ich habe gesagt, pass auf! Zweimal! Mein Kopf sagt zu mir, geh nicht! Aber mein Herz! Ich habe an meine Familie gedacht! Das ist nicht! Ja, du musst dir mal vorstellen, in so einer Situation, wie willst du handeln? Du sollst jetzt da hinrennen, du hast Familie, was willst du machen? Das ist so krank, ne? Ja, und da hat er natürlich richtig gehandelt. Man muss sofort da hingehen und das Ganze, den aufhalten. Selbst wenn du eine Schnittwunde erleidest oder was auch immer, ne? Da muss man durch. Da muss man durch. Hat er gut gemacht, hat er gut gehandelt. Ich habe Angst, aber mein Herz sagt zu mir, geh und hilf ihm! Ja, genau, sein Herz hat gehandelt. Ich habe eine gute Chance gehabt, er lag auf Boden und er wollte ihm stechen. Er möchte unerkannt bleiben. Zu groß ist seine Angst davor, ins Visier von Islamisten zu geraten. Ich war wie ein Blitz. Ich habe gerannt, ohne Angst, ohne gar nichts. Ich bin einfach gerannt und ich habe ihn festgehalten. Hier versucht er, den Angreifer aufzuhalten, kriegt dabei selbst Stiche ab. Ich habe gesagt, Gott gib mir die Kraft. Ich habe so mit meiner Hand gedruckt. Aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe Schläge auf meinen Kopf bekommen. Und ich wollte den los nicht lassen. Ich habe gesagt, hilf mir Gott. Aber ich habe die Schläge bekommen und ich habe ihn losgelassen. Drei Tage später ist er nun an den Ort des Attentats zurückgekehrt. Ich habe erst zwei Nächte nicht geschlafen. Nicht geschlafen. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich war im Krankenhaus, ich habe alles geschlossen. Ich habe viel nachgedacht. Aber wo ich hier heute bin, ich habe keine Angst mehr. Nein. Vergangenen Freitag veranstaltet die islamfeindliche Bewegung Pax Europa eine Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz. Der Vorsitzende, Michael Stürzenberger, hängt Plakate auf. Dann taucht dieser Mann auf. Sein Name ist Suleiman Atte. Noch ahnt niemand, dass er gleich ein Messer zücken wird. Wenige Minuten später attackiert der Mann plötzlich Vertreter der Organisation. Mehrere Personen versuchen ihn zu stoppen. Der 25-jährige Afghane sticht wild um sich. Richtet sein Messer auf den Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger. Er wischt ihn im Gesicht und am Bein. Er überlebt. Der 29-jährige Polizist Ruven L. eilt herbei, versucht die Situation zu deeskalieren. Verpasst dabei den Angreifer. Es kommt zum Tumult. Der Angreifer sticht den Polizisten mehrmals in den Kopf- und Halsbereich. Bis ein anderer Polizist ihn mit einem Schuss außer Gefecht setzen und verhaften kann. Der Polizist Ruven L. wird lebensgefährlich verletzt. Zwei Tage nach der Tat erliegt er seinen schweren Verletzungen. Ohne diesen Mann hätte es womöglich noch mehr Opfer gegeben. Das ist es. Aber ich helfe gerne alle Leute. Ich mache das vom Herzen. Wenn das nochmal passiert, die hat mich auch gefragt. Ich mache das nicht einmal noch. Ich mache noch Taub. Ich helfe gerne. Ich lebe hier. Ich liebe Deutschland. Frau ist froh, dass er die Tat überlebt hat. Er wurde jetzt operiert. Es wurde alles sauber gemacht. Er wurde jetzt vor einer Stunde entlassen. Aber seine Psyche ist halt kaputt. Er braucht einen Therapeut, weil er hat halt Angst. Er kann jetzt nicht schlafen seit Tagen. Ich wollte nur helfen, egal wer das ist. Es ging darum, dass er einfach diesen einen Menschen hilft und dass er nicht stirbt, egal was er ist. Ich wollte einfach helfen. Und seinen Mut erkennen hier viele an. Ich bin so stolz auf ihn. Wirklich. Ich bin auch stolz, dass ich so einen Mann habe. Ich bin auch dankbar dafür. Am späten Montagnachmittag treffen wir auf dem Marktplatz auch diese beiden Augenzeugen. Die Männer haben den Angriff aus nächster Nähe miterlebt. Aus Angst vor einer Mannheimer Salafistengruppe möchten sie unerkannt bleiben, wie sie sagen. Mannheimer Salafistengruppe. Ich finde einen besch λέte – die dauer erehminen. Und dann sind der ironisch klasse汽bon. Und damit das ist auch die Person weg und das ist die Stylenten auf der gering deancaボar. Die sind voll。 Ich würde es nicht wundern. Wenn die abgefallene Christenheit, diese Salafis hier, aufs Übelste zusammenschlägt. schlägt. Das ist so krass. Sobald man solche Leute sieht, die so aussehen wie Pier Vogel und so, die dürfen sich ja auch nicht mehr sicher fühlen. Sobald man solche Leute sieht, wird man bestimmt auch mit denen etwas tun. Naja, kein Mott hier, ey. Wer trollt denn hier rum? Ja, wo ist der Täter heute? Keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung. Ja, also wenn zum Beispiel die Salafis mit so einer Gesinnung an den Tag, also dass die mit so einer Gesinnung hier rummarschieren und man das auch weiß, worauf sie da bzw. was sie da in ihren Gedanken haben, dann macht das den einen oder anderen natürlich extrem sauerwütend und verleitet dazu dann auch dementsprechend zu handeln, ne. Weil, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr nicht handelt, dann werden diese Leute eines Tages handeln. In vielen Köpfen ist das halt drinnen, ne. Deswegen dürfen diese Leute, die Salafis, die so aussehen wie Pier Vogel und so, dürfen sich dann auch nicht mehr wundern, ne, warum sie dann dementsprechend dann angegriffen werden von solchen, weiß ich nicht, abgefahrenen Passchristen oder wie auch immer. Es ist halt so ein Schlagabtausch. Erstmal von da und dann von da und dann von da. Wie ich vor einigen Tagen gesagt habe, ich glaube, wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn es so ein zweites Hanau dann wieder gibt, ne. Dass irgendjemand in eine Moschee oder was reinrennt und dort ein Dings verübt. Es kann alles möglich sein, ne. Alles. Es ist so krank. Und ganz besonders sind so Salafi-Moscheen, ne. Man sich so erkundigt, wo, äh, wo diese meistens Salafis dann hingehen und dann, ja, kannst du da von, bestimmt von ausgehen, dass irgendjemand dann das Gesetz selbst in die Hand nimmt und dann, äh, handelt, ne. Ja. Es wird also zu einem riesen, riesen, ne Katastrophe kommen, bestimmt. Es gibt bestimmt einige Kranke, die solche Fantasien haben, in so Moscheen zu rennen und zwar teils ich was, ne. Ja. Aber lasst euch niemals, äh, vom Hass leiden, ne, sondern überwindet das Böse mit Gutem. So heißt es ja auch in Römer, äh, Römerbrief Kapitel 12 Vers 17 bis 19. Ich zitiere euch mal. Guckt euch das bitte an. Lasst niemals zu, dass der Satan eure, eure Herzen demoliert, indem ihr diese Bilder sieht, Wut bekommt. Natürlich, ne, das macht ja einen, das Entsetzen ist ja dann groß. Und die Wut und das Ganze kocht ja total hoch, ne. Warte. Römerbrief Kapitel 12 Vers 17. Hier. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf, äh, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen, aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht Selbstgeliebter, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein Sein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Gib ihm zu trinken. Moment. Moment. Du hast gesagt, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen. 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 Achso, ja, warte, Christenlieben, ich muss jetzt einmal auf Stummschaltpaket gehen. Auf Wiedersehen. Eine Sanktion wurde durchgeführt. Christenlieben mich. Ja, sie lieben dich, aber bleib erst mal ein bisschen draußen. Du kannst von draußen wieder ein wenig nachdenken über dein Verhalten. Wir sind hier gerade, wir sind hier gerade im Klassenzimmer. Und was ist passiert damals, als du dich nicht benommen hast? Da musstest du auch rausgehen. So, und heute bekommst du ein Cyber-Stummschaltpaket. Du gehst dann raus und guckst von draußen zu. Ab in die Ecke mit dir. Gott segne dich, du Fake-Accounter, aber kehre auf und tu Wusse und glaube an das Evangelium. Ja, sein Name war eigentlich Programm, Christenliebe. Ja, natürlich lieben Christen ihren Nächsten. Christen lieben alle. Aber die Muslime nicht, das ist das. Ich geh mal raus und komm wieder rein, weil mein Livestream wurde eingeschränkt. Wurde nicht genehmigt. Sonst werde ich gleich gesperrt. Bis gleich, ihr Lieben. Man munkelt, dass der ein oder andere sich dann schön die Wassermelone besorgt. Bei den ersten Sonnenstrahlen ab zu Aldi, Lidl oder auch Edeka und dann sich die islamischen Hilfsmaßnahmen zu hand nehmen. Watermelon. A piece of, a piece of dog. Ladder. Alles kein Problem. A hole in the statues. Perfect. Immer schön Löcher bohren. Löcher bohren innen. Ja, wie. Kleine.. Leeuupen. Nee, genau. Manche Krimbecki. Stellt euch mal vor, die Muslime praktizieren genau das hier in Europa. Noch dürfen sie es nicht. Aber sobald der Tag kommt, ist es in den islamischen Ländern total normal und legal. Daher kann es niemals kompatibel sein, diese Sachen miteinander. Niemals. Da musst du dir mal vorstellen, wie der Allah einen Fehler gemacht hat und nicht wusste, dass man frühpupportäre Kinder nicht mit ihnen schlafen sollte. Der Gott, der den Sittichen ihre Neigungen legitimiert. Wahnsinn. Der Gott, der den Sittichen ihre Neigungen legitimiert. Hammerhart. Ja, musst du dir auch vorstellen, wenn ein Sittich, der im Knast wegen sexueller Belästigung von Kindern oder was auch immer reingegangen ist und herausfindet, dass dem Islam es vollkommen normal und legal ist, Kleinstkinder zu heiraten. Oder was meinst du, wie der sich freut und zum Islam konvertiert? Ja. Amir, dein Deutschland unterstützt die Pedos. Ja. Und der Islam legalisiert das Ganze. Die Politiker, einige wie Edati, die zum Beispiel diese Filme da auf ihrem Rechner hatten, gibt es natürlich. Und das ist natürlich das allerletzte und das allerdreckigste, was natürlich zu verurteilen ist. Aber wieso verurteilst du nicht genauso Mohammed, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, legal, und mit neun Jahren ihre Unschuld genommen hat? Warum dann? Warum machst du das denn nicht? Salamu alaikum, ex-muslim. Ja, alaikum salam. Wie ist der? Wie gefällt dir dieses Bild, was du da siehst? Was ist das? Ja, das soll deine islamischen Schriften darstellen. Ja, genau. Aber würdest du sagen, es ist ein Kuffar? Was? Würdest du sagen, es ist ein Kuffar, eine Ente? Ja, genau du warst das, ne? Der hat das gemacht, diese Kuffar, Kuffar. Ich bin ja auch meine Entenfreunde gerade. Du bist Ente gut, alles gut. Wo bist du gerade? Genau wegen dir war das, ne? Wie sehen wir diese Kuffar-Ente? Genau, du warst das. Ja, Kuffar, Kuffar. Kuffar, Kuffar. Wo bist du? Komm doch mal nach Bremen. Ich bin gerade in Köln unterwegs und du bist in Bremen? Ja, ich bin Bremen. Ah, schön. Mr. Perser. Bremen. Ah. Und? Wer ist da die Großfamilie in Bremen? Wer hat dort das gesagt? Pasch gerade. Ich glaube, die Miris sind dort sehr stark vertreten, ne? Nein, die Amirs. Die Amirs. Die Amiris? Nein. Du, du, du bist doch der Stabilste aus Bremen auch. Ich bin der Stabilste von ganz Deutschland. Ja, der war haftig geschehen. Shit, Alter. Komm doch mal einmal nach Bremen. Was soll ich denn da? Wenn du mir nichts ausgibst, komm ich auch nicht. Komm, ich geh in den Chil. Ich geb den Döder auf meinen Lacken aus. Nein, ich will Shisha-Bar mit dir gehen. Aber guck mal, diese kleinen, guck mal. TikTok alle sportlich. Diese Bastarde und deine Kommentare. Ich fick von denen sollen ja vormittagsnachrichten. Die Hure sind. Die bleiben ja tatsächlich. Du, wer ist für alle Ewigkeiten, die rausgehen. Niemals beleidigst du hier ein. Fünfzehn Jahre redet wie ein Mülleimer, ey. Du, du Fitnerstifter. Du Fitnerstifter. Junop. Junop. Komm und guck dir dieses Bild an, Junop. Ist das schön? Ist das wundervoll? Was der Islam so alles hergibt? Hä? Ist das nicht beschämend? Dass der Islam euch sowas erlaubt? Ja, bei Amir's Stream geht immer irgendwas ab. Das sind Vater und Tochter Amir. Ich wünsche dir, das wäre so. Da hätte ich kein Problem mit. Aber das ist nicht seine Tochter, das ist seine Frau. That's his woman. Ne, du tust mir leid, dass du überhaupt noch Muslim bist. Dass du nicht verstehst, dass ein eigenes Vorbild, ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und in neun Jahren ihre Unschuld genommen hat. Und dieses Kind hat mit Puppen gespielt. Ja, wundervoll. Toll. Toll gemacht. Hast du heute schon genug Klicks gemacht? Ne, noch nicht. Deswegen bist du ja da. Wir machen auf deinen Nacken Klicks. Klicks. Wie kann man denn mit TikTok Klicks machen? Was ist das? Mit einem Livestream. Ja, natürlich hat der Islam mit Islam nichts zu tun. Wenn wäre es so, dann wären die Muslime ja schon raus. Ah, wundervoll. Ich muss mal was finden. Ne, Moment. Sind sie zu stark? Nein. Hallo? Hallo? Gott segne dich von deiner Familie. Ich auch, mein Bruder. Danke. Amir. Was? Ich bin Jeside, Bruder. Was hältst du von Jesiden? Gar nichts. Was soll ich von Jesiden halten? Ihr müsst zu meinen Jesus Christus finden und eure Seele in Sicherheit bringen. Ja, aber... Wie kannst du mich überzeugen? Durch die Bibel allein selbst. Durch das Leben von Jesus Christus und sein wundervolles, makelloses Leben, das dich oft in die Knie zwingen sollte. Dass du sagst, dass du sagst, diesen Gott, Jesus Christus, der Mensch wurde, dem folge ich nach. An ihn halte ich mich, denn er ist der Retter, der für meine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Aber wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du dir den Vortrag von Dr. Werner Gitt angucken, warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue. Er bringt eine mathematische Berechnung und zeigt den Leuten, dass Gott der Bibel mathematisch belegt ist. Ja, das ist das Wundervolle. Das ist das Wundervolle am Gott der Bibel. Weißt du, was ich glaube an mir? Ja. Ich glaube, ich muss einfach ein guter Mensch sein und an Gott glauben, um ins Paradies zu kommen. Ja, aber was ist mit deinen ganzen Taten in deinem Leben? Da hast du schon mal gelogen. Ja, ich sag ja, man muss ein guter Mensch sein, um ins Paradies zu kommen. Wie kannst du denn ein guter Mensch? Ist ein Büchner ein guter Mensch? Warum bin ich denn ein Lügner? Aber du hast in deinem Leben noch niemals gelogen, ne? Doch, klar. Jeder hat seine Sünden. Ja, ist ein Lügner ein guter Mensch? Nee. Nee, siehst du? Da du weißt, dass du kein guter Mensch bist, weil du schon mal gelogen hast, bist du disqualifiziert. Und Gott nimmt dich nicht in sein Himmelreich auf. Weil Adam und Eva hatten auch nur eine Sünde. Was hat Gott mit ihnen gemacht? Abi. Das weiß ich nicht. Der hat sie aus dem Paradies geschmissen. So, und wir müssen einen Weg finden, um wieder ins Paradies zu kommen. Und deswegen kam Jesus Christus, um jedem die Gnade anzubieten. Du kannst aus Gnade errettet sein. Das ist das Schöne an Jesus Christus. Er macht genau das Gegenteil von Religion. Es ist ganz einfach, gerettet zu werden. Du musst nur deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugen und deine Schuld vor ihm bereuen, von neuem geboren werden und wieder ein Kind Gottes werden. Amen. Ja, ich weiß nicht, dass er ausgügt. Was ist denn? Hä? Where do you, where do you go? My lovely, I wanna know. Where do you go? Das war zu fehl, glaube ich, fehl. Ja, wie willst du denn ein guter Mensch sein, wenn du schon mal gelogen hast? Geht doch gar nicht. Du bist also schuldig vor Gott. Du hast dein Gesetz gebrochen. Wenn er sagt, du sollst nicht lügen und du hast gelogen, dann bist du schuldig vor Gott. Und das ist ganz klar. Ja, deswegen sollte jedem von uns bewusst sein, dass der Herr gekommen ist, um uns Gnade anzubieten. Denn er hat mit uns Mitleid und weiß um unsere Schwäche. Hebräer Brief Kapitel 4. Das ist das Schöne am Herrn Jesus Christus, dass er weiß, dass wir schwach sind und unsere Schwachheiten kennt. Und darum er viel erhabener ist als alle anderen. Und er fähig ist, deine Schuld zu tragen, weil er sündlos ist. Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. So heißt es im 2. Korinther Brief Kapitel 5 Vers 17. Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Oder Vers 20 müsste es sein. Auf jeden Fall 17 bis 20. Boah, du bist Iraner. Zeigst auf was? Zeigst auf dem Bild, wie deine Kultur ist und schiebst das auf Islam. Hä? Dein Prophet hat eine 6-Jährige geheiratet und sie mit 9 Jahren, du weißt schon, was gemacht. Was erzählst du da? Das ist nicht meine Kultur. Erstens ist das Bild, das auf der Welt. Ja, das ist die Kiel. Was? Lies mal die Kiel bei Bibel. Die Kiel 16, 7 bis 8. Lies mal das bitte. Ja, lies mal. Was steht da überhaupt? Ja, was steht denn da? Lies vor. Sie war nur 8 Jahre alt, als Jesus mit sie was gemacht hat. Ja, schau mal mal. Schau mal richtig an. Also in Hesekiel hat Jesus mit wem? Schau mal, schau mal. Lies mal. Lies mal, bitte. Lies mal. Ja. Was? Also Jesus hat in Hesekiel mit einem 8-Jährigen geheiratet. Du musst das schauen, weil du sagst, du redest nur über Koran und nur über Mord. Du bist so krank, du bist so krank. Unglaublich. Unfassbar. Hallo. Hallo. Gottes Segen, Amir. Ach so, ich wollte es schon sagen, will mich jemand hier verüppeln oder was? Nein, nein. Gottes Segen, Amir. Gott, Segen dich, meine Liebe. Da, siehst du, du bist doch Afghanin. Was ist das? Das ist nicht unsere Kultur. Das ist, Islam ist in unsere Länder einmarschiert und hat das gemacht. Genau, genau. Ich habe auch einmal gestern... Das haben wir ja nichts mit sowas zu tun. Ja, gar nichts mit sowas zu tun. Der Islam in Zurufe 65 Vers 4. Koran sagt sowas. Was ist das? Das ist ein Glaube. Du musst jemanden etwas umbringen, dann bekommst du auch Paradies. Und 72 Frauen. Dieses Paradies und dieses Glauben braucht man nicht. Ausricht. Ja, siehst du. Ich war gestern in meinem Stream, glaube ich, war Türke oder Türkisch oder Araber. Hat mich gemerkt, dass ich Ex-Muslimer bin. Hat mich einfach rausgekickt und hat weiter erzählt, dass dieser Stutzenberger schuld ist. Ihr Hetz, ihr Hetz, den Jax, dieser Mann provoziert. Was ist das? Ja, das ist das Einzige, was sie machen können. Die ganze Zeit nur sagen, Hetze hier, Hetze da. Das ist Hetze, wenn man über einige Missstände aufmerksam macht, wie der Koran da fabriziert und den Muslimen so mitgibt. Und dann muss man natürlich darüber reden. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, kann man auch reden. Man kann den Kopf benutzen. Nicht gleich mit dem Messer rumlaufen. Was ist das? Das ist barbarisch. Das ist unmenschlich. Und dieser junge Mann ist gekommen nach Deutschland, hat Wohnung bekommen, hat Essen bekommen. Das war die Dankeschön. Das war die Dankeschön. Ich schäme mich. Ich schäme mich bis zum Grundboden. Ich schäme mich. Ja, siehst du, gar viele Afghanen hier in Deutschland, die vor 20, 25 Jahren hier hingekommen sind, 30 Jahren, die sind ja voll integriert in diesem Land. Ja, ja. Ich bin noch 37 Jahre, bin ich hier. Ja, das bist du. Ich bin dankbar. Ich habe hier in Deutschland Respekt gelehrt, ich habe gesehen, ich habe Respekt bekommen, ich habe Mönchlichkeit, Mönchensurge habe ich bekommen, von Polizisten, von Beamten, von den Ärzten, von allen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ja, genau. Dann gibt es einige Beispiele wie dich, dass du sehr dankbar bist, aber dann gibt es auch andere, die dann ihre Dankbarkeit anders dann ausdrücken, indem sie dann zaschnik machen. Was ist das? Was ist das? Das ist keine... Diese Menschen wurden verachtet. Wir sind Menschen. Wir müssen miteinander helfen, miteinander lieben. Es ist egal, wo ihr kommt. Es ist egal, was einem Glauben ist. Hier muss man Liebe zeigen, hier nicht mal Mönchlichkeit zeigen, weil dieses Land gibt die Möglichkeit. Dieses Land zeigt nichts. Ja. Das gibt es nicht mehr. Meine Heimat gibt es nicht mehr. Meine Heimat nur hauen, hauen, hauen. Die Stärkung hat, wenn jemand Westbalschläge hat und viele Männer hat, hat die Macht. Was ist das? Ja, genau. Das ist so unmenschlich, ehrlich gesagt. Hamir, ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr, wirklich. Ich bin Christin, wo ich nicht will. Nein, das mache ich nicht, aber in drei Tagen habe ich geweint. Meine Tochter hat sogar geweint. Sag, Mama, dieser Polizist, der macht seinen Job. Okay, ich muss mal weitermachen. Wir hören uns dann gleich, ja? Ich danke dir, okay. Schönen Tag noch. Schau, sehr gerne. Entschuldigung, ciao. Ich komme jetzt gleich wieder. So, ich bin wieder da. Priester in der Kirche, wo sie Millionen von Kindern, die Muslime, die raffen das nicht. Das ist krank. Schaut euch das mal bitte an, wie sie selber nie irgendwas verstehen. Das ist Wahnsinn, ne? Ihr eigener Prophet hat sowas getan. Ihr Koran ruft dazu auf. Und dann sagen die mit ihrem Priester und Pastoren, das ist so krank, ne? Wie verrückt das Ganze ist, das kann sich keiner vorstellen, ne? Absolut krank. Absolut krank. Ich kuh es haram. Ich kuh es haram. Ich kuh es haram. Bitte nicht so viel denken, sondern nur Kamelo rindrinken. Der Kuffar. Kuffar. Die Kuffar. Die Ente ist so heftig, ne? Unser Maskottchen ist die Ente. Die Kuffar-Ente. Diese Kuffar. Immer diese Kuffars. Diese Kuffarias. Das sind alles Kuffarias. Die Kuffaria. Man nennt sie auch die Kuffaria. Die Kuffaria, die haben nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Kuffaria zu betreiben. Da. Na, na. Na, na. Na, na... Na... Huhu... Na und... Warte, ich muss hier mal gucken. Zack. Statt zu kritisieren, klär doch über den Koran auf und erzähl, was drin steht. Was mache ich denn die ganze Zeit, ey? Ist das einer? Was ist das für ein Kommentar? Unglaublich, ey. Was machen wir denn die ganze Zeit? Wir erwähnen Zuge 65 Vers 4. Wir erwähnen Zahri Bukhari 61, 30. Wir erwähnen Jamiat-Ted, Sunan Abidahwood 21, 21. Wir erwähnen die enzymes von Irving Kartini, Wir erwähnen die Seoul von Alkohol, Afterwardi, Ayatan Laden, Alaparoui, Assad... Und dann kommt so ein Kommentarzustand. Bin erst neu herangctions? Ja, aber wer mich kennt, der weis, dass ich mit Quellenangaben rede. das ist sehr herrlich ich bin ein ex muslimer hallo schai und seine familie jetzt hier ja mir geht es gut wie geht es dir du bist die esidi ja ok da steht schahin sein wein heißen es gibt es einige auf jeden Fall ja aber an sich ist das kein isidkennamen ja genau deswegen habe ich mich gewundert hast du Verwandte in Irak und Syrien gehabt ich habe Verwandte in Irak und waren sie unter der Herrschaft des IS oder sind sie dort weggekommen oder wie war das sie sind weggekommen auf jeden Fall Gott sei Dank und kanntest du, hast du Bekannte gehabt da in Irak und Syrien die es nicht geschafft haben ich kenne einige aber nicht aus der Familie ok und deine Bekannten haben dir davon berichtet oder was genau ja ist heftig ex muslim ich wollte erstmal sagen du bist voll lustig also ich feiere dich so also von deiner Art ja ich wünsche mir von Herzen dass du anfängst das Neue Testament zu lernen und den Herrn Jesus Christus zu lieben und zu feiern und alles mögliche was dazu kann das werde ich nicht aber ich akzeptiere andere Religionen auf jeden Fall dazu ich bin jetzt ja aber weiß sag niemals nie stell dir mal vor der Herr Jesus Christus wird dir eines Tages begegnen auf welche Art und Weise immer was auch für eine Art und Weise aber er wird sich dir zeigen wenn du nach ihm fragst ja ich wollte dich mal fragen kannst du mir sagen warum der Islam falsch ist ich habe viele islamische Freunde ja ein Gott der dazu aufruft Babys zu heiraten ist nicht in Ordnung oder? Sura 65 Fest 4 wo haben die denn Babys geheiratet? sie dürfen Babys heiraten kannst du mal die Surah nochmal nennen? bitte? nimm mir nochmal die Surah bitte Sura 65 Fest 4 Tafsir ibn Kathir al-Qurzu vi al-Tawari al-Jalala'in alle Ausleger sind damit einverstanden dass man vorpubertäre Kinder heiraten darf und sich auch wieder von ihnen scheiden und du weißt wenn ein Muslim ein vorpubertäres Kind heiratet dann wird er auch die Ehe mit ihr konsumieren und dann kann er sich auch wieder von ihr scheiden lassen oder die dürfen früher war das ja nicht so wie heute dass man nicht eine heiraten kann die jetzt unter 18 ist zum Beispiel wenn dort das ansehen das ist dem egal weil Allah dieses Gesetz gegeben hat ja aber da steht nicht unhypertätig oder wie du das meintest natürlich die Ausleger sagen das nicht ich also wenn ich falsch lege dann sind die die großgelehrten die sich sagen ein Haus von Juden diese Aisha war doch die Jüngere die Junge Aisha war 6 Jahre alt genau ja aber die war doch in ihrer Pubertät nein und 6 waren Zai Burradi 61,30 sagt uns eindeutig dass Aisha noch nicht menstruiert hatte und auch nicht in der Pubertät war weil sie noch mit Puppen gespielt hat und das ist ein Zeichen dafür sagen die Gelehrten dass Aisha noch nicht reif war und Mohammed hat trotzdem mit ihr Verkehr gehabt Wahnsinn oder die waren nicht 6 soweit ich weiß ich hab doch selber muslimische Freunde ja deine muslimische Freunde schämen sich in Rutt und Boden aber sie war 6 war 9 ja hast du das Internet gerade zur Hand äh nein ja schreib dir das mal bitte auf Sonan Abidawud 2121 das kannst du leicht merken ja kannst du nochmal sagen Sonan Abidawud 2121 alles klar ich wollte dich nochmal fragen ne guck mal du warst doch Moslem ne ja so wie du es behauptest wissen wir nicht so aber ich meine warum redest du jetzt eine Religion so schlecht wo du ja weil diese Religion weil diese Religion behauptet die Religion Gottes zu sein beziehungsweise dass diese Schriften von Gott kämen und der Herr Jesus Christus dort runtergebuttert wird er nie gekreuzigt und nie auferstanden ist und der Allah nicht der Gott der Bibel ist aber sich die Bibel zuschreibt als sein Werk und dann wenn wir Christen darauf schauen und sehen was der Allah da eigentlich geoffenbart hat merkt man ganz schnell dass das eigentlich der Widersacher ist der sich dort offenbart hat und deswegen müssen wir darüber reden deswegen müssen wir dementsprechend die ganzen Sachen hier nach vorne treiben ne und die Menschen aufgeben ok warum gibt es dann jetzt so viele Widerlegungen bei euch also so wie ich gelesen habe es gibt 101 Widerlegungen bei euch und in dem Koran soweit ich weiß gibt es keine nur in dem Koran soll ich dir einen Widerspruch zeigen Widerlegungen in Al-Bukhari du meinst Widerspruch meinst du genau Widerlegungen nein was für Widerlegungen keiner kennt mich Widerlegungen Widersprüche meinst du ja ja soll ich dir einen Widerspruch aus dem Koran zeigen ein Moment du bist doch Jeside was interessierst du dich dafür verstehe ich ich habe ich mische Wissen ja lang so ist doch gut bei anderen Religionen Sachen zu wissen oder ja natürlich aber wenn du schon damit anfängst dann merkt man irgendwie da stimmt irgendwas nicht aber ok kein Problem ja sag mal die Widerlegungen nicht Widerlegungen sondern Widersprüche zum sechsten Mal ja zum Beispiel in Surah 15 Vers 39 bis 44 spricht Schaitan mit Allah dass er die Menschen in die Irre führen will und dann sagt Allah ja ok kein Problem Schaitan du kannst das machen aber über meine Diener hast du keine Macht und keine Möglichkeit weil ich sie beschütze und dann sehen wir auf einmal in Surah 22 Vers 52 dass Satan die Kontrolle hatte über Mohammed und die Koranverse rezitieren ließ ist das nicht der größte Katastrophe überhaupt doch schon auf jeden Fall ja siehst du da muss man mit den Muslimen reden und sagen dein Buch gibt das Kriterium wenn dieses Buch nicht von Gott wäre so würdet ihr wahrlich viel Widerspruch finden Surah An-Nissar Ayah 82 also Surah 4 Vers 82 ja und dann sehen wir dass der Allah gelogen hat er konnte nicht auf seinen Propheten aufpassen entweder war Mohammed ein Abgehörter oder Allah kann nicht Gott sein man hat gelogen such dir aus ok was war's Islam ist ruiniert nur mit einem Vers Islam ist komplett ruiniert ok ich guck mal ich gehe jetzt auch gleich raus ich wollte nur eine Frage stellen bei euch sagt ihr ja Jesus ist Gott ne ja ich habe bei euch ein Vers gelesen da steht dass Jesus ein Prophet bei euch war ja natürlich er ist ein Prophet ein König und Priester in einem der vereint sehr viele Titel der Herr Jesus Christus aber er sagt auch ich bin der Sohn Gottes wie jetzt Jesus ist der Sohn Gottes aber ist auch gleichzeitig Gott und ist gleichzeitig ein Gott alles verdammt der Herr Jesus Christus der ist der Messias und hat drei spezielle Eigenschaften die den Messias auch ausmacht der ist Priester in Ewigkeit er ist der König in Ewigkeit und Prophet in Ewigkeit weil er hat ja auch Prophezeiungen abgegeben der Herr Jesus Christus somit machte ihn das auch zu einem Propheten verstehst du ok er hat über die Endzeit geredet er hat über einige Dinge gesprochen die in der nahen Zukunft passieren werden natürlich äh hat er prophetische Sachen gesagt und ist somit ein Prophet aber er ist der ewige Sohn Gottes muss er selber sagen die Juden haben ihn gefragt bist du der Sohn des Hochgelobten Jesus antwortete ich bin es äh Markus 14,61 ja du musst die Bibel lesen alles klar ich muss deine Schenke dir ja ok Schaing Gott segne dich ja machs gut ciao ciao aber komisch dass ein Jeside so komisch den Islam am geschützten ist. Das ist auch sehr, sehr suspekt. Aber okay, gibt es natürlich auch diesen Fall. Hallo? Hallo? Das ist immer noch eine Kameloin-Leitung. Ich muss noch mal eine Anfrage schicken. Der war niemals Jeside. Doch, könnte sein. Warum nicht? Es gibt sogar Jesiden, die zum Islam konvertieren. Das gibt es auch. Sehr, sehr heftig. Also meine Familienmitglieder werden abgeschlachtet. Die Muslime betrachten uns als Kuffar, Nejis und Muschikin. Und ich konvertiere auch noch zu dieser Religion, die meine Liebsten und alle auseinandergenommen hat. Das müsst ihr mal vorstellen. Ja, es ist traurig. Es ist traurig. Und dann gibt es noch Jesiden, die den Islam verteidigen. Das ist auch noch das Kranke. In meinen Augen sind das gar keine Jesiden. Auch wenn die sich Jesiden schimpfen. Aber das sind keine Jesiden. Ein Jeside würde niemals den Islam verteidigen oder den Koran in Schutz nehmen oder was auch immer. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also alle Nichtmuslime würden niemals den Koran verteidigen, weil der Koran dazu aufruft, sie eines Tages für die Wahl zu stellen. Das ist also paradox. Wie kann ein Nichtmuslim eine Schrift verteidigen, die dazu aufruft, ihn eines Tages... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ex-Muslim. Was ist das denn? Hallo? Wie? Wie hast du das denn gemacht? Ex-Muslim, ja, ich bin heftig. Hä? Wie geht es dir jetzt mal ein bisschen gehen, so? Wie bist du hier reingekommen? Ich bin hier in meine Koffar-Gang. Sag mal Koffar. 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 Koffar-Gangs. Koffar-Gangs, ja, genau. Ja. Hä? Ich mach Kamera an. Ist das jetzt wieder in Ordnung? Jetzt ist der weg, ne? So. Ja, also nochmal darauf zurückzukommen, ne? Kein normal denkender Mensch, der sich den Koran betrachtet, würde den Koran in Schutz nehmen. Das waren ja nur diese Gutmenschen und diese Leute, die überhaupt gar nicht begriffen haben, wozu der Koran aufruft. Das ist ja das Kranke. Und wenn ich darüber aufmerksam mache, dann betiteln die mich als Hetzer. Obwohl die sagen, ey nein, der Armin hat recht. Dieses Buch ruft dazu auf, uns alle eines Tages vor die Wahl zu stellen, weil der Mohammed die Leute vor die Wahl gestellt hat. Ja, toll. Kann ich dann so eine Schrift denn verteidigen? Muss ich mal alle Tassen im Schrank haben oder was? Ja, muss man sich mal Gedanken machen darum. Du warst nie ein Ex-Muslim. Halt, ihr kann es bezeugen. Ja, ich kann auch kein Ex-Muslim sein, weil ich jetzt Ex-Muslim bin, du Gehirn. Gehirn. Du Gehirn von einem... Ich muss mich nur beherrschen. Ich kann nicht mehr diese Leute, die verstehen noch nicht mal was die da schreiben. Das ist so krank, ey. Der wollte schreiben, du warst niemals ein Moslem. Und macht den Islam und den Muslim wieder alle Ehre. Iku-Haram. Iku ist Haram. Oh, Iku ist Haram. Iku unter 10 ist Haram. Ja, über 10 ist Haram. Iku über 10 ist Haram. Haram, 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 Haram. Lass mich nicht hier loslegen mit Deutschland such den Superstar. Hallo. Hallo. Was geht ab? Also, ich bin Chris. Ich habe da eine kleine Frage. Ach, du bist doch kein Chris. Guck mal, wie du hier reinkommst. Nein, nein, ich bin wirklich Chris. Ich bin wirklich Chris. Aber ein Chris würde doch sagen, Gott segne dich, Bruder, Haram hier. Ich bin aber wirklich Chris. Sorry, Bruder. Warum sagst du dann nicht, Gott segne dich, Haram hier? Ich kenne das nicht so, weißt du. Also, ich... Widerlüge. 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 Also, ich wollte fragen, zum Beispiel jetzt Leute, die ganz abgeschohlen leben und keine Religion kennen, was passiert mit denen dann, wenn sich... Ich habe die Möglichkeit zu Gott zu rufen, ne? Das ist keine Ausrede. Selbst diese Menschen, die einmal sich diese ganze Natur betrachten, müssten eigentlich sagen, du Gott, der du das alles geschaffen hast, wer bist du? Und Gott wird sich ihnen zeigen, mach dir keine Sorgen. Also, das heißt jetzt, wenn man ganz abgeschohlen lebt und... Ja, ja, der Herr ist auch in den afrikanischen Stämmen, ist er denen begegnet, ne? Natürlich, da gibt es einige Geschichten, wovie der Herr sich dort gezeigt hat. Also, der Herr macht das schon. Ach so, okay, okay, okay. Ja, da gibt es einige wundervolle Geschichten, die einige afrikanische Stämme so berichtet haben, ne? Ach so, okay. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Musst du mal googeln, musst du mal nachgucken, bei YouTube müssen viele Videos... Jetzt habe ich eine Live-Einschränkung bekommen, was du denn? Ach, ja, ich sehe hier Leute schreiben und so, dass ich Alevit bin und so. Ich bin wirklich... Also, ich habe mit der Religion und Islam gar nichts zu tun. Wer einschreibt, ob ich glaube, dass ich Jesus Gott ist, ja natürlich, ich bin ja selber Christ, so. Ja, du hörst dich aber so an wie jemand, der islamisiert wurde von den Muslimen. Nein, also, ich bin... Du wurdest richtig islamisiert. Ich wollte aber... Okay, mein Lieber, ich muss mal weitermachen, ich wollte dich später lassen. Warte. Ja, der kommt aus Frankfurt, ne? 069, ne? Deswegen ist der so. Deswegen müsst ihr mit ihm Nachsicht haben, ne? Auch die Christen, die in Frankfurt leben. Hallo. Where are you? Oh, guck mal, ich bin wie so ein Ghost. Was ist das denn? Warte mal. Warte mal. Da ist er, der Doktor. Der gute alte Doktor. Doktor der Kanacklichkeit. Ami, du bist der Bestie auf TikTok gehalten. Hallo? Gott, segne dich an deinen Armen. Dankeschön. Ghost, Nachricht von Amir. Wie kennst du den Film noch? Ja, Sam. Nee, Ghost. Nachricht von Sam. Genau. So was. Welcher Landsmann bist du? Ich bin alles, was du möchtest. Außer, äh, links. Äh, sag mal schnell. Egal. Da fühlt sich schon wieder jemand angegriffen hier. Muss man hier mal aufpassen, was man hier sagt. Eine Bitte an dich. Ja, ja, mach mal eine Bitte. Bruder Amir ist Vietnamese, genau. Siehst du nicht meine Augen? Dieser Afghane, der war heftig. Der sah aus wie so ein Bruce Lee, der hier drinne war. Ne, weißt du noch? Vor ein paar Tagen. Der mich da, äh, so angemacht hat. Der sah einfach aus wie Bruce Lee. Ich habe gesehen, wo du bist. Du bist in Dortmund. Ich sage, du gehst jetzt nicht mehr live. Du gehst jetzt raus aus deiner Live. Vierter. Gefahr. Gefahr, Ente. Du gehst raus aus deiner Live. Du gehst raus aus deiner Live. Sonst komme ich nach Dortmund und dann mache ich dich so. Unglaublich. Supermarket, Supermarket. 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 Kannst du bitte genau erklären, was genau in der Offenbarung Toren ist? Was meinst du denn mit Toren? Sing mal, willst du nochmal Anlass-Kindy schauen? Das ist nicht gut. Mami, ist es Zeit zu singen? Nein, das kommt immer zwischendurch. Die Tore werden überwacht, aber wer tut das? Die Engel? Ja, die Engel sind immer die Hüter und Wächter. Der Herr setzt ja die Engel ein, damit sie die Hüter und die Wächter sind. Cherubin und Seraphin und so. Liken, liken, liken. Genau, likey, likey, likey machen. Likey, likey machen. Aber schon heftig, dass die Muslime, wenn man das Thema mit der Kinder eher anspricht, dass sie sofort auf Priester und Pastoren verweisen. Aber nicht selbst reflektieren, so handeln und sagen, warte mal, wir erwähnen diese Priester und Pastorin, aber unser eigener Prophet hat eine Sechsjährige geheiratet, hat mit neun in dir geschlafen. Und unser Buch ruft dazu auf, durch die Ausleger wie Ibn Kathir al-Khutubi al-Tabari al-Jalala'an Kleinskinder zu heiraten. Weiter sehen wir, dass der Ibn Taimiyah eine Fatwa raushaut, in dem er sagt, dass es erlaubt ist, Babys zu heiraten. Und wir kommen nach Deutschland, wir sitzen die Frechheit, Priester und Pastoren zu erwähnen. Ich glaube, wir haben den Schuss nicht mehr gehört. Ich glaube, wir haben den Knall nicht gehört. Wir sind eigentlich die wahnsinnigste Sekte, von der man jemals gehört hat. Oder? Wenn man sich das so vorstellt. Widerspruch nicht genehmigt, ja super. Leif sich bekannt, okay, ist nicht schlimm. Ist das nicht so? Wie kann ein Muslim oder irgendjemand auf die Gedanken kommen, sowas zu erwähnen? Mit Priester und Pastoren. Vernichtet das nicht den Islam und die islamische Tradition? Ja. Das ist so unglaublich. Ja. Was sagen die Gelehrten denn zu dem Thema? Ja, das ist einfach mega peinlich für die. Also wenn ich Muslim wäre, würde ich mir zweimal überlegen, die Priester und Pastoren zu erwähnen. Hier geht erst die Frage, ist es zulässig, das Heiratsalter für Mädchen zu beschränken? Eingereicht von Ahmad. Im Dezember 2010, 24. Dezember 2010 wurde die Frage gestellt. Und hier heißt es, im edlen Koran wird auch die Wartezeit, das heißt für eine geschiedene Frau, bis sie wieder heiraten kann. Für die Frau erwähnt, die noch nicht ihre Menstruation hat. Und es heißt, und wenn ihr Zweifel beträgt, ihre Periode drei Monate. Und auch für diejenigen, die nicht ihre Menstruation hatten. Da dies später nicht widerlegt wird, können wir aus diesem Vers schließen, dass Verkehr mit einem vorpuppertären Mädchen zulässig ist. Ekelhafte Sekte. Ekelhafte Sekte. Habe ich euch das nicht gesagt? Habe ich euch das nicht gesagt? Da dies später nicht widerlegt wird, können wir aus diesem Vers schließen, dass Verkehr mit einem vorpuppertären Mädchen zulässig ist. Der Koran ist nicht wie die Bücher der Rechtswissenschaft, die die Auswirkungen von Dingen erwähnen. Selbst wenn sie verboten sind. Es ist wahr, dass der Prophet einen Ehevertrag mit Aisha einging, als sie sechs Jahre alt war. Doch hatte er laut Al-Bukhari keinen Verkehr mit ihr, bis sie neun Jahre alt war. Heftig, ne? Einfach beschämend, beschämend. Und hier ist er sogar aus dem Arabischen, das ist ja auch noch heftig. Unfassbar. Ja, eindeutig. 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 Position ungenau. Suche Satelliten. AfD direkt. AfD direkt. Das ist beschämend, ne? Echt beschämend. Das ist nicht egal. Du geht es nicht. Es ist nicht ein bisschen wie es beschämend. Es hat sichved zu Ende ungefähr. Die Zeit entspricht. Wie ist denn das verstehst? Ja. Ja, wo ist die Zeit? Das ist es nicht so gut. Die Zeit hat es nicht so gut. Na, wo warst du denn so? Wo warst du denn so lange? Ich geh mal hinter Hijab. Versteck mich hinter Hijab. Was hast du denn bloß ohne mich getan? Ohne den Doktor-Sheikh Awamir? Hey, das geht ja mal gar nicht klar. Was ich erwartet hier. Kann doch wohl nicht wahr sein. Juhu de Doktor-Sheikh Awamir. So wie man nicht jeden Juden auf einen Haufen packt. Also worüber redet ihr? What are you talking about? Warte. Oh mein Gott ist die. Die auch. Islam muss raus. Ich wünschte ich könnte das aufhalten irgendwie. Man wünscht sich so sehr, dass man diese Religion hier verbietet in ganz Europa und die Muslime sich nur mit dem Evangelium beschäftigen dürfen. Das wäre cool. Das wäre gut. Das wäre gut. Den ganzen Tag muss man denn nur die Worte des Herrn Jesus Christus eintrichtern, dass sie ihre Nächsten zu lieben haben. Feindesliebe und ein gefühltes Miteinander und das hast du nicht gesehen. Hammer. Das wäre gut. Den ganzen Tag alle Bücher entfernen, Internetseiten der Muslime schließen und dann den ganzen Tag nur die Worte des Herrn Jesus Christus überall laufen lassen. Das wäre cool. Da hätten wir das Schlamasseln nicht mehr. Da hätte der Satan nicht mehr so einfach die Köpfe der Muslime zu vergiften. Die Stimmung werden sie in Ländern wie Afghanistan, Syrien und im Irak von älteren Männern geheiratet und sexuell ausgebeutet. Inzwischen leben mindestens 1400 solche Kinderbräute mit ihren Männern in Deutschland. Und alle afghanischen Mädchen werden jung verheiratet, so wie ich. Die Leute sagen mir, weil ich eine minderjährige Frau geheiratet habe und sie von mir schwanger ist, könnte ich hier verhaftet werden. Ja genau, weil das Gesetz von Kufatstadt moralisch und ethisch 10 Millionen Mal besser ist als das Gesetz von Allah. Das müsst ihr euch mal geben. Das Gesetz der sogenannten Kufat. Da fährt er einfach weiter über rot, der Typ. Ist das zu fassen? Ich muss auf jeden achten. Ich muss hier auf euch achten. Ich muss auf den Verkehr achten. Die Leute fahren über rot. Man muss sie darauf aufmerksam machen und so weiter und so fort. Kennt ihr diese Reportage, wo der Syrer eine Minderjährige heiratet? oder mich zur Nichts froh? Ich muss nochmal nehmen. Ich muss hier durch. Ich muss hier sein. Herr Holmer im Чтобыemos an unsere Bräuden. Was ist er noch lauft? Es ist ein löffel. Das ist ein löffel. Was ist er noch? Europa macht auf, alle wählen rechts, so ist das. Nein, wir müssen Jesus wählen, was für rechts wählen, Mann. Hören wir mal weiter. Die Kinderbräute, der Muslime ist so unglaublich. Mohammed ist 26, seine Frau Rama 17 und schwanger. Ein sogenanntes Scharia-Gericht hatte sie 2014 in Syrien getraut. Damals war Rama 14. Seht ihr, der Typ heiratet eine 14-Jährige, das ist ganz normal. Andere gehen sogar noch weiter und sagen, ich möchte eine 9-Jährige haben. Ausland geschlossener Hochzeiten üblicherweise anerkannt werden und auch ein Ehevertrag vorliegt. Diese Verbindung ist in Deutschland eigentlich nicht legal. Denn erst ab 16 darf hier in Ausnahmefällen geheiratet werden. Darunter liegt eine juristische Krautzone. Ich bin zum Jobcenter gegangen und die haben mir diesen Zettel gegeben, wo drauf steht, dass meine Frau 14 Jahre alt ist. Und so fing das Problem an. Ich bin total überfordert. Ich bin total überfordert. Selbst wenn ich schlafe, denke ich daran. Oh nein, du armer, armer kleiner Junge, der du überfordert bist, dass du ein 13-, 14-jähriges Kind geheiratet hast. Sehr überfordert bist du. Jetzt bist du auf einmal im Kofar-Land und jetzt beschwert er sich darüber und ist überfordert. Du weißt ja, dass deine Gesetze Allahs nicht mit den Gesetzen der westlichen Welt übereinstimmen und kompatibel sind. Das ist doch Quatsch. Ich bin hierher gekommen, um zu studieren, zu arbeiten, eine Familie zu gründen, mein Leben so zu leben, wie ich mir das in Syrien vorgestellt habe. Doch in Deutschland ist der Kinderschutz ein hohes Gut. Ohne die Erlaubnis von Ramas Vater ihrem gesetzlichen Vormund geht nichts. Kein Umzug, kein Mietvertrag. Auch Rama versteht das Problem nicht. Ich weiß, dass Kinderheirat hier verboten ist. Warum, weiß ich aber nicht. Hier in Deutschland denken sie, dass du von deiner Familie gezwungen wurdest. Ja, viele werden ja gezwungen. Viele in Deutschland bzw. in den islamischen Ländern werden zu einer Ehe gezwungen. Da kann das Kind nichts dagegen sagen. Das ist so grausam, das ist so grausam. Das ganze Leben des Kindes auseinandergenommen. Mit 14, dass sie oder mit 13 oder was. Die anderen Generationen haben mit 13, 14 mit Barbie-Puppen sogar noch gespielt. Heutzutage sind sie ja schon so früh reif, dass sie ja unfassbar. Da sollte wieso Union und SPD ein Gesetz anstreben, das alle Ehen minderjähriger Flüchtlingspaare pauschal annulliert. Geht es nach der Union, soll es ja auch keine Einzelfallprüfung geben. Das ist für uns komplett inakzeptabel. Wir wollen nicht, dass 13- oder 14-jährige Mädchen, es sind ja typischerweise die Mädchen, in die Ehe geschickt werden. Die gehören nicht in die Ehe, sondern in die Schule. Und deshalb wollen wir ein einheitliches Akt. Seht ihr, dieser Politiker hat mehr Moral und Ethik als Allah. Wahnsinn, ne? Dieser Politiker, der hat mehr Moral, Ethik und Anstand als Allah in Zukunft 65 Vers 4. Ist das zu fassen? Da ab 18 Jahren Eheschließung, ab 18 Jahren, weil ab 18 Jahren die Volljährigkeit eintritt. Im Ausländer-Zentralregister werden fast 1500 minderjährige Ehepartner geführt. 481 sind jünger als 16, 361 sogar jünger als 14. Sarah kam 2015 mit ihrem Mann aus Afghanistan nach Deutschland. Die Eltern des Bräutigams hatten die Ehe forciert. Sarahs Eltern gaben schließlich nach. Mit 15 wurde geheiratet. Mit 15? Sie haben mich verheiratet und ich bin schwanger geworden. Weil ich so oft geschlagen wurde, habe ich mein Kind verloren. Er hat mich am Rücken geschlagen mit Elektrokabel. Zuhause war das. Er hat alle Fenster zugemacht. Dann hat er mich geschlagen, bis mein Rücken schwarz war. Unfassbar. Mittlerweile lebt die 17-Jährige mit ihrem zweiten Kind in einem Mutter-Kind-Haus. Getrennt von ihrem Mann. Weil er sie bedroht, zeigen wir ihr Gesicht nicht. Ich wusste nicht, dass ich verheiratet werden sollte. Mein Vater und meine Mutter haben das entschieden. In Afghanistan dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen. Wenn sie rausgehen, könnten sie Säure abbekommen oder vergewaltigt werden. Deshalb waren sie gezwungen, mich früh zu verheiraten. Ist das ein... In Nordrhein-Westfalen. Jetzt wisst ihr auch, warum diese Elite so viele Afghaner wie möglich hier nach Deutschland rüberbringen will. Merkt ihr das jetzt? Damit hier ein Chaos angerichtet wird. Weil die haben eine ganz andere Kultur. Eine ganz andere Auffassung. Das sind alle Muslime dort. Das sind alle vom islamischen Geist befallen. Die geben einen Müll auf diese Regierung und alles. Das sind alle bis 70 verheiratete unter 14 Jahren. Das Jugendamt Düsseldorf hat seit 10 Jahren Erfahrung mit dem Thema Kinderehe. Nehmen Sie Platz. Einmal die Woche treffen sich die Mitarbeiter des Jugendamtes zum Gespräch, um die aktuellen Fälle zu besprechen. So, wir haben wieder einen Fall, möglicherweise einer Kinderehe, mit dem wir sprechen. Ja. Die Experten plädieren dafür, auf den Einzelfall zu schauen und zu überlegen, welchen Schutz diese Kinder brauchen. Ich glaube, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass das Jugendamt in diesen Fällen dran bleibt und dann so etwas Banales wie die Schulpflicht durchsetzt, dabei den Mädchen aber auch hilft. Zum Beispiel, indem es frühzeitig eine Kita organisiert, Hilfen organisiert. Lässt sich das so einfach umsetzen? Nein, das ist sicherlich nicht einfach. Das ist so krass. Wir haben erlebt, dass die Ehepartner mit einem Schulbesuch, wo die Mädchen natürlich auch andere Jungs treffen, nicht einverstanden sind. Aber da muss man dann eben mit der Überzeugung oder auch mit dem Druck, der uns zur Verfügung steht, agieren und dafür sorgen, dass die Mädchen tatsächlich in die Schule gehen. In die Schule geht Al-Husseins Ehefrau Arya nicht, obwohl sie mit 17 eigentlich schulpflichtig ist. Die Syrerin möchte nicht gezeigt werden. Er jedoch möchte reden, denn er ist wütend. Als Ehepaar stellten sie vor einem Jahr gemeinsam einen Asylantrag. Vor zwei Jahren haben sie in Syrien geheiratet. Ich war damals 28 und sie war 15. In unserem Land und unserer Kultur kann der Altersunterschied zwischen dem Ehemann und der Frau bis zu 15 Jahren oder mehr sein. Es ist normal, dass ein Mädchen mit 15, 16 oder 17 heiratet. Das ist heftig, ne? Das ist heftig. Ja, 15, 16, 17, das ist ja immer noch besser als sechs. Mit 15, 16, 17 bist du ja wenigstens noch etwas größer geworden. Aber sechs Jahre alt, neun, was Mohamed da gemacht hat. Das ist ja das Heftige. Das ist so krank, das ist einfach so krank, ey. Und das Schlimme ist, die Gefährten von Mohamed sind ja zu Mohamed gerannt, um nach der Hand von Fatima, der Tochter von Mohamed zu fragen. Und dann sagt der Mohamed, sie ist noch zu jung. Das geht mir bis heute nicht in meinen Kopf rein. Wie Abu Bakr und Oma dorthin laufen konnten, um nach der Hand von einem Baby zu fragen. Ja, wie jung war sie denn? Zwei Jahre? Drei Jahre? Vier Jahre? Also, Mohamed heiratet eine Sechsjährige. Also muss sie unter sechs gewesen sein. Alles, was unter sechs ist, ist für Mohamed zu jung. Ab sechs ist erwachsen für ihn. Ist das zu fassen, Leute? Liest euch das durch. Sonan an Nassai, Hadis 3, 2, 2, 1. Sonan an Nassai, Hadis 3, 2, 2, 1. Ich würde gerne mal die Gelehrten fragen, wie alt war denn Fatima zu der Zeit, als Abu Bakr und Oma nach der Hand anhielten? Wie alt war sie denn? War diesen zwei Kalifen das nicht bewusst, dass dieses Kind noch zu jung ist? Warum muss das denn der Mohamed bestätigen? Also sie sehen das selber nicht, oder wie? Sind sie blind? Aber wenn sie zwölf war, dann hat der Mohamed ja... Was hat er dann gemacht mit den Sechsjährigen? Also es stimmt von vorne bis hinten alles nicht. Ich habe den Muslimen gesagt, ihr könnt den Hadis nicht vertrauen. Ihr müsst diese Religion beiseite legen und wegkommen von dieser Religion, Mann. Es ist einfach so traurig, so traurig. So viele Widersprüche, so viele Widersprüche. Keine andere Religion hat so viele Widersprüche wie der Islam. Das ist unfassbar. Traurig, traurig, traurig. Also das ist... Halten wir nochmal fest. Der Mohamed heiratet eine Sechsjährige, aber seine Kollegin, die nach der Hand von seiner Tochter fragen, sagt er, die ist zu jung. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja wie alt waren sie denn? Wie alt waren sie denn zu dem Zeitpunkt, als die beiden nach der Hand von seiner Tochter gefragt haben? Vielleicht kann ja jemand mal Abu Barama fragen oder Pierre Vogel oder wen auch immer. Ist hier kein Muslim drin, der das erklären kann, oder was? Was für Menschen seid ihr, Mann? Auf dem Asylantragsformular ist etwas vermerkt, das aufmerken lässt. Seine minderjährige Ehefrau sei einer volljährigen gleichgestellt. Das zuständige Jugendamt im Landkreis Harz gibt dazu folgende Erklärung ab. In Absprache mit dem örtlichen Familiengericht wurde angesichts des hohen Fallzahlaufkommens bei klarer Sachlage auf ein familiengerichtliches Verfahren und somit eine gerichtliche Anhörung verzichtet. Er wusste ihn, glaubt jedoch, dass seinem Asyl... Hallo. 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 floating dir. Hallo. Doin. か Apparently meine Vater只有 also Muslim. ½ hydraulice und andere. Ein Shah fadas mit thankiv den Müsl Jon. Und einfach die Menschen vermerassen? Wir tun einenaniischen Müsl Shallen. Ich versuche. Herr Ant comprehensive. Ich versuche. Wo können wir das Vertragen auf Allah-Dều Constituion auf Gottesmitip�ten? Ja, ja, wo können wir finden die Statement in den Koran? Ah, es ist eine Probe. Okay, gib mir die Ayah, gib mir die Surah und die Ayah. Surah Muhammad Nummer 5. Surah Muhammad Nummer 5. Slay die Infidee, woher du sie findest, und behead sie? 4, 4, Surah Muhammad 4, sorry. Surah 47? Surah Muhammad 4 und Sahih al-Bukhari 25. 25. Sahih al-Bukhari 25. 25? Oh ja, und ich sage, wenn ich dich auf der Straße gesehen habe, wenn ich dich in der Straße gesehen habe, wenn ich dich nicht zurückgekommen will, dann werden wir dich hier töten. Und wir werden alle deine Freunde töten. Aber warum bist du hier in ein paar Islämischen Land? Und warum bist du hier in Deutschland oder in Europa? Was? Es ist einfach zu hier in ein paar Islämischen Land. Was? Du hast, was auch noch? Was? Was? Es gibt ja noch eine Ecke oder was. Es gibt ja noch etwas. Sag das mal wieder. Okay, öffne die Kamera. Ich möchte sie sehen. Ich möchte sie sehen. Aber ich habe dir erzählt. Ich habe dir erzählt, was ich mache dir. Ich habe dir erzählt. Be a Mann! Be a Mann und Wachst. Be a Mann! Ich versuche, die Kamera ist nicht öffn. Ich sage Gott, ich bin nicht lachen. Es gibt keine Eikon, wie kann ich das tun? Woher kommen Sie aus? Pakistan. Pakistan? Und Sie leben in Pakistan? Nein, meine Mutter ist aus Afghanistan und meine Vater ist aus Pakistan. Okay. Aber Sie denken über diese Gott, die dir sagt, dass das nicht Satan ist? Das ist Satan. Das ist Satan. Ja, du bist Satan. Ich liebe dich. Du sagst, dass du mich verletzt. Ja, und das ist was wir tun. Das ist was wir tun, wirklich. Aber warum kann ich sagen? Weil mein Gott sagt, dass ich liebe dich. Und dein Gott sagt, dass du uns verletzt. Wir werden alle Länder, aus Deutschland, aus Deutschland, aus Deutschland. Okay. Wir werden es in den Islamischen Land gemacht. Ich erzähle dir, was wir machen. Wir sehen uns jetzt. Wir werden mehr und mehr und mehr in diese Länder gehen, bis es in den Islamischen Land wird. Und wir werden alle Europäische Menschen, bis sie in den Muslimen werden. Ja. Ah, Sie müssen sie in den Muslimen werden. Nein, nicht in den Muslimen. Es ist nur ein Schuss. Es ist nur ein Schuss. Ah, Sie kamen mit den Blumen. Oh, bitte. Please convert to Islam. Here, hier haben wir Roses. Roses! Ah, well. It's like, one time you will see the true face of us, really. One time you will see the true face of us, really. One day. One time you will see the truth, what? You will see the true face. True face of Islam? was you will you will like me only will stick step by step like only listen why you want to kill us Christian what we did to you because he had a loss Anna with Anna they had a loss Anna with Anna and like you you're laughing about this damn and you're laughing over the stand on the I want to destroy Islam I want to destroy Islam yeah yeah why your God is so weak that he used you to kill others other guys open to the sofa bar why your God is so weak to use you to kill somebody else okay open to the stuff number four open what Surat As-Saf number four tell me the number Surat As-Saf number four okay Surat As-Saf number four no no Surat As-Saf okay what is the number number of Surat As-Saf give me the number of the Surah Surat As-Saf number six to one 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 four allah loves the allah loves the the Mujahideen who will fight for for him I mean I mean yeah yeah I'm into that so yeah so it's not like why I think I won't do your our Isis I do your Isis supporter Isis our brothers so the Isis are your brothers all the Muslim brothers like Isis okay do you listen you are a Wahhabi you follow the teachings of Muhammad Ibn Taymiyyah yeah okay they teach you something like this huh so that's what I tell you like we will kill you really I swear we will not let you any chance I swear we will not have any chance okay tell the audience what do you want what do you want to do to it to them to tell the audience who listen to you now tell them what you do to them well we'll make it like step by step we'll make it step by step because of Islam said like this in Arabic I don't speak Arabic it's like you must like make them like by love convert to Islam and after that like be strong be strong on them so what we will do now like make them convert 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 until we'll be like the most the majority until we will kill them in streets we will kill them in streets I swear you will kill them in the streets I will kill them in the streets all are the Europeans yeah have you heard that he wants to go to Germany and sometime to Europe to all of you to therapy all of you have seen that live with your own eyes you have heard that he wants to go to me wer bei gesundem klaren Menschenverstand würde auch nur einen Muslim in ein europäisches Land einführen Kufar die Kufar die Kufar wenn man weiß dass die genau von dieser Sorte sind Wahnsinn ne die Kufar Ente das war ein Kufar Kufar dann werde ich dich sofort eliminieren und dann fängt ja auf einmal an auch euch alle die ihr hier so seid und ganz Europa und Deutschland zu bedrohen ne und ja dementsprechend dann auch zu handeln und dann sage ich zu dem ja aber mein Gott lehrt mich dass ich dich lieben soll mein Gott lehrt dass du mich umlegen sollst ja habt ihr das gesehen und das ist es wovor der äh Michael Stürzenberger immer gewarnt hat immer schon habt ihr gesehen wie viele Leute immer hier reinkommen und das immer wieder sagen es gibt Leute die trauen sich aber darunter gibt es auch Millionen von Muslimen die einfach nur ihren Mund halten aber die Gesinnung in ihnen ist habt ihr das gesehen wie kaputt man sein kann habt ihr gesehen was Islam bedeutet was Islam ist we will force you also ihr werdet gezwungen den Islam anzunehmen Wahnsinn ne und das ist die traurige Geschichte des Islams seit 1400 Jahren haben sie nichts als Leid hinterlassen Wahnsinn ja ich hab noch ein kleines Liedschipfilling gesungen damit er sich wohlfühlt im Angesicht solcher Sätze da bin ich sogar noch am singen und das ist heftig selbst wenn er zu mir sagt ich werd dich umlegen aber dann sag ich oh du kleiner Dschihadi mach doch nicht so oh du Dschihadi sei doch lieber froh oh du kleiner Dschihadi sei doch ein anderer Mensch und komm auf Deutschland such den Super Ranch ist das heftig ist das heftig dankeschön danke danke liebe danke 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 ja deswegen siehst du das ist diese Einschüchterungspolitik der seitens der Muslime habt ihr gesehen sie schüchtern dich ein terrorisieren dich und dann kommt sowas zustande ne Wahnsinn jeden Dank Dankeschön deswegen ist dieser Job der gefährlichste Job der Welt Dschihadi da gibt es noch einen anderen Job das haben die glaube ich bei Galileo mal gezeigt habt ihr das gesehen? oh Dankeschön da haben die das bei Galileo gezeigt wie man zweimal im Jahr irgendeine Glühbirne wechseln muss ne? und da kriegt man so glaube ich 150.000 Dollar oder 250.000 Dollar oder was ist das? ja mein Job ist noch heftiger über den Islam aufklären noch gefährlicher ja Leuchte ja der kam ja nicht aus Deutschland aber der hat Deutschland bedroht das ist ja das krasse der Typ der kam ja nicht aus Deutschland habt ihr es aufgenommen und seinen Account habt ihr seinen Account gespeichert wie hieß der Typ? Benbo oder was? Benbo88? Bimbo88 oder was? Bimbo88 ja das war der Geist des Islas in ihm ne? ah ja stimmt ich hab auch ne Aufnahme ja stimmt muss ich aber dann gucken ja ich weiß ja ich muss alles vorspulen die Leute haben aber schnell ein Screen Recording gemacht das ist auch gut so ja man muss seinen Account ausfindig machen den Behörden schicken und über die IP-Adresse findet man genau heraus wer das war oder wer das ist wo der herkommt wo der lebt alles ne? oh danke Lena ja da seht ihr mal ne? was der Doktor Scheer Abuami sich hier alles reinziehen muss ne? unfassbar unbelievable wie kann ich dir das schicken haben hier? lad das einfach hoch auf deinem Kanal oder was? oder an ehm Barzum Al 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 szre Der hat sehr viel Liebe gezeigt. Habt ihr das gesehen? Was für eine Liebe. Habt ihr aber Angst bekommen? Sei ehrlich. Habt ihr so ein bisschen Angst bekommen, wenn jemand sowas sagt? Und er meint das toternst. Der hat keinen Spaß gemacht. Er meint das toternst. Ihr sollt keine Angst haben. Ja, einige hier drin haben bestimmt Schreck hingabt. Die Liebe im Islam. Traurig, traurig, traurig. Gott sei Dank, Amir. Gott sei Dank. Danke, egalfalls. Ja, Amir, man muss wirklich Angst davor haben. Weil die meinen das wirklich toternst. Das ist kein Spaß. Also, manche denken oder sagen, hey, das ist übertrieben. Aber die meinen das wirklich so. Ich fahre beruflich Kinder. Ja, Amir, ich fahre beruflich Kinder zur Schule. Da ist ein siebenjähriger Afghane, ohne Scherz, wo das mit Stürzenberger war. Der hat das so gefeiert, ein siebenjähriger Junge aufs Afghane. Der hat das so gefeiert, dass er andere Kinder Süßigkeiten gegeben hat. Wo kommt das her? Das kommt vom Elternhaus, denke ich mal, oder? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein siebenjähriger Junge, der den Täter als Held gefeiert hat. Ja, dann muss die gefeiert werden. Von daher, wenn die das so sagen. Das meinen die tot ernst. Die machen das nicht aus Spaß oder so. Die meinen das wirklich, man muss da wirklich Angst vor haben. Und ich hab, ich hab, ich sag dir die Wahrheit, ich hab Angst vor. Ich hab ehrlich um mein Leben Angst vor. Und das ist traurig. Einfach nur traurig. Du hast keine Angst haben. Ja, ich weiß, Amir, aber der Mensch ist halt so. Ich weiß, ich weiß. Ja, Amir, ich geh auch runter. Ich wollte das eben nur halt gesagt haben. Vielen Dank und mach weiter so. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, tschau. Tschau. Ja, der war im Auto und hatte Blut zusammen. Zitter nicht. Zitter nicht. Genau, zittert nicht. Und der war von, der war von islamischem Staat, der Typ. Ich hab den gefragt, bist du von ISIS? Bist du von islamischem Staat? Dann meinte der, ja. Hilf dich, ne? Die haben alle diese Gesinnung. Ob du denen sagst, bist du von islamischem Staat? Das ist einfach Islam. Islam ist in ihren Köpfen. Genau wie El-Kurdi. Wisst ihr noch? Wir werden alle Samt umlegen. Darf man Feinde mit Kamelurin singen? Ja, Kamelurin auf alle. Man kann sie besprengen mit Kamelurin. Das gefällt dir. Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Johnny, du gehst jetzt erstmal auf Sturmschaltpaket. Johnny, Johnny, Johnny. 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 Ja, auf die Sturmschaltpaket. Ah ja. Johnny, Johnny, Johnny. Liken, liken. Ja, likey, likey, man. Ja, nicht du. Der andere, der Johnny, Johnny. Nicht du. Ja, ist traurig, ja? Wie was der Islam mit den Köpfen der Muslime macht. Das ist krank. Das ist Wahnsinn. Hören wir weiter. Und stattgegeben wurde, weil er mit einer Minderjährigen verheiratet ist. Deswegen will er sich jetzt von seiner Frau trennen. Wir erfüllen die Gesetze hier sehr hart. Und sie zerstören die Gefühle der Menschen. Man soll hier eine Maschine sein und die Gesetze einhalten. Aber die Gesetze sollten sich an den Menschen anpassen und die nicht beschränken. Und deswegen sind die Gesetze hier gegen unsere Freiheit und unsere Kultur. Ja, dann geh in dein Land zurück, Mann. Die Frauenrechtsorganisation Terdefonsitas. Diese Gesetze hier in Deutschland sind gegen seine Kultur und gegen seine Dings. Ja, geh doch weg. Das ist doch unfassbar, Mann. Was der da sagt, der Typ. Dieser Muslim. Dann geh doch raus. Ich wollte diesen Muslim noch fragen, was er von diesen sogenannten Muslimen hält, die die Wahrheit über den Islam nicht sagen, bezüglich der Tötung der Gefangenen. Ich hätte gern mal seine Meinung dazu gehört. Ob er genauso brutal ist und sag ja, die werden auch alle drankommen. So wie Hansi und diese ganze Bande da. Ja, da ist das All in den Köpfen drinnen. Etwas ganz anders. Sie fordert eine Nichtanerkennung aller Kinder-Ehen. Wir haben diese Zahl 18. Aber nicht nur in der Ehe. Der Staat hat sich ja was dabei gedacht. So, da muss ich klar machen. Wenn eine Frau eher verheiratet ist, dann wird die Schule abgebrochen, dann wird sie früh schwanger. Dann kommt sie gar nicht mehr aus dem Haus raus, dann ist sie voll in diesen Strukturen drin. Frühschwangerschaften haben wir noch gesundheitlich. Also es hängt tatsächlich vieles mit dran. Ich glaube, wir müssen jetzt Lösungen finden, damit wir es den Leuten nicht noch schwerer machen. Aber ich glaube, wir müssen von unseren eigenen Errungenschaften nicht abweichen. Tatsächlich gibt es auch Fälle, die nicht ganz eindeutig sind. Für Shakiba und Ahmed wäre eine Trennung eine Katastrophe. Mit 14 sollte sie mit dem 30-jährigen Freund ihres Onkels verheiratet werden. Doch sie liebte Ahmed und brannte mit ihm nach Deutschland durch. Meine Familie hat überhaupt nicht daran gedacht, dass ich erst 14 Jahre alt war. Sie meinten, du musst heiraten, ob du willst oder nicht. Ich wurde auch viele Male geschlagen. Wenn meine Familie mich nicht so unter Druck gesetzt hätte, wäre ich nie geflüchtet. Wenn ich zurückkehren müsste, würden sie mich zu 100 Prozent umbringen. Hier in Deutschland geht Shakiba zur Schule und macht sogar ein Praktikum. Sie will medizinische Fachangestellte werden. Das gemeinsame Kind geht in die Kita. Hier hat man die Erlaubnis zu lernen. Es ist gut, dass eine Frau sich bilden und ihren Horizont erweitern kann. Wenn man sehr jung ist, ist es sehr schwer, mit Kind, Ehemann und Haushalt klarzukommen. Ein Mädchen, das zwölf ist, ist bei weitem noch nicht so reif wie ein Mädchen, das 18 und erwachsen ist. So sieht's aus. Diese Liebe mag eine Ausnahme sein, doch es gibt sie. Bei solchen Einzelfällen die richtige Lösung zu finden, eine Herausforderung. Absolut krank. Absolut krank. Absolut krank. Absolut krank. Absolut krank. Die Ehe zu Aiche. Ja, Marcel Krass, der hat auch ein Video rausgehorn. Wahnsinn. Mal gucken, was Marcel Krass zu sagen hat. Kritik um Islam ist so alt wie der Islam selbst. Es gab sie schon damals in Mekka, später zur Zeit der Kreuzzüge. Dann kamen die Orientalisten und irgendwann ist auch mal die AfD aufgelaufen. Und die Kritikpunkte sind recht unterschiedlich. Damals meint man der Friedman, der ein Zauberer ist und der kommt um die Familie zu spalten. Und heute beschwert sich der AfD vielleicht einfach nur den morgenländischen Charakter des Islams. So alt, so langweilig. Aber es gibt einen Kritikpunkt, der ist neu. Den gibt es erst seit 100 Jahren ungefähr. Und zwar ist das die Eheschließung des Propheten mit einem neunjährigen Mädchen. Moment, Moment, wieso denn erst seit 100 Jahren? Das muss da vorher schon irgendwann aufgefahren sein. Na klar. Es gibt Kirchengeschichte und die Leute, die sich betrachten, vor über 100 Jahren und festgehalten haben, dokumentiert haben, was das für ein Mensch war. Toll. Da siehst du mal, was die von ihm gehalten haben. Aber vorher hätte das keinen interessiert. Aber warum hätte das vorher keinen interessiert? Ja, dank dem Internet können wir das mit allen teilen. Das war ja noch nicht so, so weit verbreitet. Einige haben es aufgeschrieben und das kritisiert. Aber die breite Masse war ja noch gar nicht, hatte gar keinen Zugang zu diesen ganzen Quellen. Die waren ja verborgen. Weil das vorher nichts Ungewöhnliches war. Aber warum war das nichts Ungewöhnliches? Weil das Leben früher anders war. Gehen wir doch einfach mal 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit, in die Zeit des alten Romes. Das war damals schon eine der fortschrittlichsten Zivilisationen auf dem Planeten. Im alten Rom konnte man mit viel Glück erwarten, dass man so 35 bis 40 Jahre alt wird. Das war so die durchschnittliche Lebenserwartung. Das bedeutet, nachdem man das Zeugnisalter verstanden hat. Und mit 35 oder 40 hatte man damals schon Krankheiten wie Gicht oder Arthritis. Das, was wir heute mit 70 vielleicht kriegen. Im alten Rom haben die Mädchen mit 12 Jahren geheiratet. Guck mal, da sehen wir das Problem. Siehst du wieder das Versuch zu rechtfertigen? In die Ehe zwischen Aisha und Mohammed. Und das Kranke ist ja, dass der Mohammed sie mit 6 Jahren geheiratet hat. Und die Ehe mit 9 Jahren konsumierte. Und wir wissen ja laut islamischen Schriften, dass sie noch nicht mal die Pubertät erreicht hat. Das ist die Schande, das ist die Katastrophe. Was der Marcel Krass nicht versteht. Und versucht das ganze recht zu schätzen. Das war 28 oder 35. Und das war eine Selbstverständlichkeit. Wenn man insgesamt erwarten kann vielleicht 35 oder 40 zu werden. Da gründet man eine Familie nicht erst wenn man 30 ist. 12 Jahre war das normale Heiratsalter. Und das in der fortschrittlichsten Zivilisation damals. Das ist auch heute in einigen Kulturen noch nichts Ungewöhnliches. Es gibt noch heute sowas. Ja genau. Kulturen und haste nicht gesehen. Das ist aber ganz was anderes als wenn dein Gott erlaubt Kleinstkinder zu heiraten. Also ist das was die Kufal machen genauso toll wie der Gott da geoffenbart hat. Oder? Also der will die Gesetze und diese Moral und Ethik der Kufal die mit dem Islam nichts zu tun haben gleichsetzen mit den Gesetzen Allahs. Wie er dann geoffenbart hat den Koran. Ja was ist denn der Unterschied zwischen den Kulturen und dein Gott? Das ist aber krassbar. Das ist heftig. Allah ist also ein Kulturgott. Na Kultur. Kultur. Indianerstämme bei denen es üblich ist dass ein Mädchen mit der Reichen der Pubertät heiratet. Ja genau. Selbst die in den Amazonas haben mehr Moral, Ethik und Anstatt als dein eigener Gott Marcel. Ha ha ha. Habt ihr das gerade gehört? Hör nochmal. Guck mal hier. Oh noch nichts Ungewöhnliches. Es gibt noch heute im Amazonas Indianerstämme bei denen es üblich ist dass ein Mädchen mit der Reichen der Pubertät heiratet. Ja im Amazonas in den wildesten Gebieten ist es so dass diese Amazonasleute dann ihre Kinder ab der Pubertät dann weggeben oder was. Und dann siehst du dass der Mohammed die Pubertät oder die Menstruation von Aicha nicht abgewartet hat. Das heißt dass diese Buschleute viel viel moralischer als ihr eigenes Vorbild von den Muslimen ist. Schau dir das mal an. Ist das zu fassen was der Typ da macht der war sehr krass? Putschleute haben mehr Moral und Ethik. Ist das heftig. Amazonas. Kann man sich heute schwer vorstellen aber das Leben ist dort ganz anders. Die Mädchen und Jungen wachsen dort anders auf. Ein Junge geht doch nicht mit sechs Jahren zur Schule und macht ein 19er Abitur und studiert dann und irgendwann mit 28 hat er einen Job und ein Haus und dann denkt er überall eine Eheschließung an. Die Jungs dort die gehen vielleicht mit sechs Jahren mit ihrem Vater auf die Yard. Und mit neun Jahren haben die dann ihren Leben. Ja genau das sind primitive Völker die nichts anderes kennen. Die haben doch nur dort ihr Amazonas Dschungel oder was. Was für ein schäbiger Vergleich ist das bitte. Und das zerstört ja auch Mohammeds Moral und Ethik. Weil diese Leute haben ja wenigstens die Menstruation abgewartet die Pubertät. Dein Prophet aber nicht. Es ist so unglaublich. Was für ein schäbiger Vergleich. Und mit elf Jahren sind die in der Lage eine Familie zu gründen. Da warten wir auch noch nicht länger. Das ist das Leben dort. Das war auch in anderen Kulturen so. Und jetzt kann man nicht unsere Werte und Moralvorstellungen einfach so auf diese Kultur übertragen. Ja aber warum hat denn denn Gott solche komischen Moral- und Wertevorstellungen die bis ins heutige Zeitalter durchgedrungen sind und das für alle Zeiten gilt. Zure 65 Vers 4. Muslime dürfen vorpubertäre Kinder heiraten und ja mit ihnen auch Verkehr haben. Was habe ich euch gerade eben vorgelesen. Hier. Das ist so schäbig. So schäbig. Hier. Da dies später nicht widerlegt wird können wir aus diesem Vers schließen, dass Verkehr mit einem vorpubertären Mädchen zulässig ist. Was seid ihr für eine Sekte man. Wieso verbietet man den Islam nicht. Wo ist dieser Bündnis Kinderschutz mit Carsten Stahlmann. Wo ist der. Warum thematisieren wir das denn nicht in der Öffentlichkeit. In den breiten Medien. Was ist das nicht zu fassen. Unglaublich. Hallo. 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 Hört man mich. Ja man hört dich. Ich habe mal eine Frage an dich ja. Du redest ja die ganze Zeit über Kinderehe und ETC und sowas. Kannst du mir ein Vers bringen von dem Alten Testament was gegen Kinderehe steht. Was. Ich habe dich nicht verstanden aber. Ein Vers aus der alten Bibel oder aus deiner Bibel das gegen Kinderehe ist. Ja der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 18 wenn ihr ein Kind anfasst das wäre besser für euch wenn ihr ein Mühlstein um euer Hals gelegt wird und das tiefste Meer versunken werdet. Anfasst aber wir reden nicht von. Anfasst beinhaltet ja auch du Verkehr mit ihr zu haben. Aber warum. Warum erlaubt es dann die alte Bibel. Keiner von ihnen oder sowas hatte ein Kind oder sowas geheiratet. Niemand. Ach ja okay dann warum erlaubt es dann die alte Bibel. Die alte Bibel. Es gibt kein Altersbegriff also es gibt kein Altersangabe in der Bibel. Gar keines. Nein du musst reif sein in deinem Kopf. Du musst schon mal eine geistische Eifel mitbringen. Ab wieviel Jahren ist man reif. Erklär du mir. Ab wieviel Jahren ist man reif. Das ist unterschiedlich aber du kannst das doch nicht gleichsetzen mit einem sechsjährigen Kind man. Ich frag dich was. Ist die Frau reif als der Mann ja oder nein. Das kannst du so nicht pauschalisieren. Das kannst du pauschal nicht sagen. Aber hin zu mir mein sechiges Kind verheiratet. Hallo hörst du mir zu. Das kannst du pauschal so nicht sagen aber hinzugehen und ein sechsjähriges Kind zu heiraten. Und mit neun Jahren ihre Unschuld zu nehmen wo wir auf einmal die in den islamischen Schriften sehen dass sie noch nicht mal ihre Pubertät erreicht hat. Ja was soll das. Ja aber das ist ja laut Haris nicht laut Choran. Gib das bitte auch an. Aber das ist Sahi Bukhari man. Ja aber deine Seiten die du genutzt sind meistens von Chihiten. Das kann ja auch alles nichts geben. Willst du mich verarschen was für von Chihiten man. Guck mal das Ding ist es gibt keine Altersbegrenzung in der Bibel. Wann man heiraten. Nein sie muss die körperliche Reife sowohl die geistliche als auch die körperliche Reife. So heißt es ja auch so heißt es ja auch in 1. Korinther 7 36. Ne das Wort ist Pharahmos. Das griechische Wort für die wie sagt man. Für ihr Alter ist dass sie eine geistliche Reife hat. Dass sie im erwachsenen Alter ist dass sie etwas mitbringt. der Reife ist. Verstehst du. Warte mal. Was bist du für ein Landsmann. Ich bin Iraner wirklich. Du bist Iraner. Ja. Okay. Gibt es bei euch dieses wenn Kinder geboren werden. Dass man dann dieses Versprechen gibt dass das Kind mit dem Kind heiratet. Ja der Unterschied ist wenn man einem Kind das Versprechen gibt. Irgendwann mit 21 mit ihr zu heiraten. Als wenn man auf einmal anfängt nächste Woche die Heirat fertig zu machen. Und sie zu heiraten. Oder? Ja okay. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was hast du heute geraucht man. Ich rauch nicht. Du hast aber viel zu viel geraucht. Hörst du nicht was für einen Stoff da zu dir nimmst. Ich nimm gar nichts. Ich rede ganz normal mit dir. Du bist doch der aufgebrachte. Das kann doch nicht wahr sein dass du sowas überhaupt vergleichst. Was war das für ein billiger Vergleich man. Das ist doch kein Vergleich. Ich sage dir dass deine Bibel keine Altersangabe gibt. Meine Bibel sagt in 1 Korinther 7 36. Dass die Frauen über ihre Reife hinaus sein müssen. Und das griechische Wort dafür haben wir. Hyparagmos sie muss also im volljährigen Alter sein. Erlaub deine Bibel Kinder zu heiraten ja oder nein. Hast du mir gerade zugehört. Was habe ich gesagt. Frage dich gerade eine Frage. Sag doch einmal ja oder nein. Was habe ich gerade gesagt. Was habe ich gerade gesagt. Deine Bibel Kinder zu heiraten ja oder nein. Was habe ich gerade dir als Antwort gegeben. Wiederhole das bitte. Okay gib mir ein Vers wo das steht. 1 Korinther 7 36. Okay. Dann soll mir einer erklären. Das habe ich dir gerade erklärt. Sie müssen über ihre Reife hinaus sein. Das heißt sie muss geistlich fähig sein und körperlich reif sein. Jetzt wiederholen wir nochmal die Frage. Und ich wiederhole immer wieder meine Antwort. Siehst du was du für einen Stoff zu dir nimmst. Was? Ab wann ist ein Kind reif? Ein Kind bleibt immer ein Kind Mann. Du musst also schauen dass sie eine gewisse körperliche Reife hat. Wenn sie zum Beispiel 18, 19 ist oder was auch immer 20. Das ist immer körperlich reif. Ja okay. Volljährig. Wenn du das vorteil. Ab wieviel Jahren darf man in Deutschland heiraten? Schon wieder. Also Deutschland, die Gesetze von Deutschland sind ja besser als das von Allah. Allah sagt Baby. Allah sagt Baby. Deutschland sagt 18. Nein. Doch. Nein. Doch. Allah sagt Baby. Was ist besser? 18 oder Baby? Man darf ab 14 heiraten. Man durfte bis 2000. Nein. Wir haben das gerade hier unter Umständen darf man mit 16 heiraten. Aber das Gesetz sieht es vor, dass man erst ab 18 heiraten darf. In Ausnahmefällen. In Ausnahmefällen. Das haben wir gerade noch gehört du Kamelorienfetischist. Was? Kamelorien, Alter. Was trinkst du? Wein. Amunarim. Was willst du überhaupt? Amunarim? Also was ist jetzt besser, mein türkisch Boy? Ein Baby oder 18? Ich habe dir doch gerade gesagt, du sagst Baby. Ich habe dir gerade gesagt, gibt es in deinem Land, dass man ein Kind verspricht, diese Person zu heiraten auch als Kind? Ja und ich habe dir gerade eben gesagt, das ist ein riesenweiter Unterschied, wenn jemand jemand etwas verspricht in späteren Zeiten, wenn sie so und so alt wird. Wurde auf einmal lesebrauchen die Heirat arrangiert und du verstehst es immer noch nicht. Aber das Kind weiß es doch auch nicht. Woher soll ein Kind... Es kommt uns immer weiter so vor, als ist bei euch wirklich IQ Haram. IQ ist bei euch Haram. IQ zu besitzen ist Haram im Islam. Nein, weißt du was das Problem ist? Dass du versuchst, das alles so hoch zu pushen und hoch zu für dein Ding. Ich verstehe das. Ich prüfe meinen Standpunkt. Ich prüfe meinen Standpunkt türkisch Boy. Weil deine Bibel immer noch das sagt, du leugnest deine Bibel. Du sagst einfach, ja meine Bibel sagt, dass du es geistig reif hast. Okay, aber ab dann ist es geistig reif. Du sagst 17, 18. Verschwinde, habe ich dir gerade eben gesagt. Ich sage zu ihm in 1. Korinther 7, 36 haben wir das griechische Wort Hyperagmos, das über ihre Reife hinaus bedeutet. Über ihre Reife. Das heißt, wenn sie im späteren volljährigen Alter ist und der wiederholt sich immer wieder. Ist das zu passen? Das haben wir gerade gesehen mit euren eigenen Augen. Habt ihr es gesehen und Auren gehört. IQ ist Haram bei diesen Leuten. IQ über 10 ist Haram. Ich sag's ihm in 1. Korinther 7, 36 steht, dass sie über ihre Reife hinaus sein soll. Und dann fragt er sie wieder. Wie alt muss sie sein? Wie alt muss sie sein? Da haben wir doch das griechische Wort Hyperagmos. Und das bedeutet über ihre Reife hinaus. Vollehrigkeit. So ein sehr leicht. Mein, 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 mein. Hallo, Arme. Hör mir bitte zu. Hör mir bitte zu,ORDER Ja, man hört sich. Wurdert Fegen an alle, ich hoffe euch allen geht gut. Ich hoffe, dass es eurer Familie gut geht, ja. Arme, ich habe noch Fragen an dich. Ja? Ähm. Warum darf man eigentlich im Islamisch hinterfragen? Ich verstehe das bis heute nicht. War es hinterfragen? Nein, warum darf man nicht hinterfragen? Ja, aber du sollst nicht Dinge hinterfragen. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also haben sich da mal was dabei gedacht? Und das heftige ist, ne? Ein Vers weiter steht, das haben schon vor euch Leute befolgt und sie wurden ungläubig. Ja, genau. Was ist das für eine Religion? Man darf nicht mehr hinterfragen. Darf man in der Bibel hinterfragen, Armin? Ja, ne? Natürlich, natürlich. Das macht doch auch Sinn, man muss hinterfragen. Ja. Muslime, ihr müsst aufpassen. Alle Muslime, die hier sitzen, sind doch alle drauf. Was? Hallo? Was ist das? Ah, sorry, sorry. Ich habe gedacht, du redest immer nur einzeln mit den Leuten. Ich wollte mal kurz auf das Gelaber von dem einen eingehen. Zur Definition der geistigen Reife. Und zwar, vielleicht hört ihr ja zu, ja. Die geistige Reife kann als die Fähigkeit definiert werden, verantwortungsvolle und selbstreflektierend zu handeln. Komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Empathie zu zeigen und konstruktiv mit Herausforderungen umzugehen. Das ist das Verhalten eines erwachsenen, nicht jugendlichen, erwachsenen Menschen. Im Alter von 18 bis 25 in dem Stadion entsteht die geistige Reife. Ja. Ein Kind ist nicht in der Lage, selbst darüber nachzudenken. Deswegen muss ein Kind ja auch von seinem Kind erzogen werden. So sieht es aus. Abgesehen davon sagt die Bibel auch, zum Beispiel in Genesis 2, Vers 24, Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Genau so sieht es aus. Also wenn er schon irgendwas sagt, dann sollte der vielleicht erst mal schauen, was er sagt, weil er macht sich damit nur selber lächerlich. Weil die versuchen immer mit ihren Sachen, was wir, was die in ihrem Glauben stehen haben, das mit unseren Kontrollen zu vergleichen und das macht einfach keinen Sinn. Abgesehen davon will ich noch mal kurz was sagen, wenn mir schon die Leute zuhören. Rebecca hat Kamele getränkt. Kamele getränkt, um den Mann trinken zu geben. Welches Kind tränkt denn Kamele? Eine Dreijährige kann sich unterhalten. Das muss die Muslime interessieren. Verrückt, Mann. Eine Dreijährige führt Konversationen mit erwachsenen Männern, läuft zum Brunnen und tränkt ein Kamel, das 200 Liter trinkt. Das waren Dreijährige. Nicht nur das. Sie ist doch vom Kamel herabgestiegen. Ich konnte als Zehnjähriger nicht mal von einem Pferd absteigen. Also wirklich, ich meine, das hat ja was mit Ignoranz und nicht mit Dummheit zu tun. Das ist ja wirklich lächerlich, welche Argumente die bringt. Aber unabhängig mal von der ganzen Geschichte von Rebecca oder sonst irgendwem. Das ist ja nicht unser Vorbild. Das ist nicht unser Vorbild. Es ist eine Person, es ist ein Prophet, der in der Bibel beschrieben wurde, aber es ist ja keine... Das ist Arnold Schwarze, Rebecca. Das ist Arnold Schwarze, Rebecca. Das ist Arnold Schwarze, Rebecca. Da war ich meine Mücke. Die Arnold Schwarze, Rebecca hat den ganzen Tag dieses Lied von CIA gehört. Deswegen ist sie so stark gewesen. ein Dreijähriger, da hat sie diese Muskulatur bekommen von Arnold Schwarzenegger und konnte mit ihren so richtigen 50er, 60er hier Beinumfang, konnten sie dann zu den Kamelen laufen und zum Runnen. Genauso lächerlich. Genauso wie lächerlich. Rebecca war drei. Ich kann es ehrlich nicht verstehen, was die Leute sich da immer hängen, mit Rebecca zu kommen. Rebecca, Rebecca, ja, alles klar. Herzlichen Glück. Kommt alle rein, alle, kommt alle, zu 100 hier rein. Nein, ihr Webe hat noch nicht. Kommt rein. Kommt alle rein. Los, räumen euch. Ich gucke, was wir zu tun. Alle durcheinander reden. Ey, Armin, wir machen mal Kaffeepause. Früh am Morgen, ja sicher. Was? Früh am Morgen, wir machen Kaffeepause. Rund hier, Alter. Kaffeepause. Kaffeepause. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Mensch Leute, ihr seid alle gar nicht am Schaffen, Mann. Schafft ihr überhaupt? Ich bin am Morgen, ich bin am Schaffen. Alles ist mein Bester. Seid ihr alle am Schaffen. Alles läuft, Leute. Am Schaffen. So, wer möchte etwas sagen? Intelligenz ist Arab. Ich, mein Lieber, euch mich mal sorgen. Ich selber, bin vom Christentum konvertiert, bin wir mittlerweile. Ach, Christentum. Bist du vom Christentum konvertiert? Ich bin mittlerweile... Sollst du Jesus Christus finden und nicht einer Religion angehört? Vom Christentum ein bisschen konvertiert? Ja ganz genau. Ich bin mittlerweile... Das kann aber nicht wahr sein, you. Mittlerweile mein beim Udo! Nee! Ich glaub der war beim Udo ein bisschen Lernen, ne? Ziemlich so von Christouren weggegangen, du! Nein, ich hab's von den Müse-Männern, die Müse-Männer, die haben's mir beide gekauft. Müse-Männer, Udo! Müse! Mittlerweile aber, ich bin Alhamdulillah. Mein Lieber, nimm dir ein Beispiel an mir, der ist neuer Prophet. Meine Damen und Herren, ja. Der ist der Prophet von Potsdam! Nein, das läuft sich. Die reden alles um! Hahaha, der kommt aus dem tiefsten aus, nö! Du! In der friedlichsten Religion! In der friedlichsten Religion, nö! Frieden befinden, Alhamdulillah! Wie die Freude Eierküchen, nö! Ja! Hamdulillah, hamdulillah! Redet er extra so oder redet er wirklich so? Ist das sein Dialekt? Ich hab keine Ahnung, der macht das da. Der macht das extra, gell? Nein, du! Drecksau, du! Nee, du, Kleiner! Hör mal auf! Raus mit den Fischer, du! Nimm dich mal! Raus mit den Fischer, Mensch, du! Raus mit den Fischer! Wo ist die? Wie heißt die aber die, du? Die Karrenritter! Die Karrenritter! Die Karrenritter! Die Karrenritter, du! Raus mit den Fischer! Die Karrenritter! Ja! Die Karrenritter! Die Karrenritter! Die ist heftig, ey! Ja, die ist töten! Amin, die ist gestorben! Ich war auf der Beerdigung! Ich war auf der Beerdigung! Ich war auf der Beerdigung! War eine ganz nette... Hey, Amir! Ja! Der Lungenkrebs, der war einfach zu stark! Zu stark! Der Lungenkrebs war einfach zu stark! Der Lungenkrebs war einfach zu stark! Hätte man Allah Subhanu und Tala sie gerettet, ja! Allah Subhanu und Tala! Ja, genau der! Ja, genau der! Ja, genau der! Habe ich hier so ein Echo? Hört ihr das auch? Hörst du das auch, Ya Salami? Ich lasse die Leere in deinem Kopf! Ya Salami! Ya Salami! Mich würde mal interessieren, wie die Leute, die so aus dem Osten kommen, wenn die auf einmal anfangen den Koran zu rezitieren! летikator 1 atory pyruYN Ja, heftig! Jorga, der ist ja skrass! Hauptsache, dass der Allah zufried gestellt wird, dass die das auf Arabisch rezizieren, ist unglaublich! Alles für Allah! Können wir mindermiss für Allah auch! Kannst du AL-FatJb rezitieren? Ja, was soll ich machen? Ja, mach mal, du! Ja, mach mal, du! Ja, Kuffa! Kuffa! Ich riech ja auch ganz viele Kuffa Jetzt mach mal, jetzt mach mal Al-Fati auf Dings Auf Sexy! Dann kommt doch nur sowas raus! Ja, genau, dann kommt nur sowas raus Von unten und von unten, ja, ich riech nichts anderes als Kuffa Jetzt mach doch mal, du! Jetzt mach doch mal! Ja, ja! Alles wieder mit dem Shaitan Regime! Ganz genau, ja, ja! Ja, mach mal jetzt, komm, zeig mal, was du drauf hast, du! Ja, ich kann so weit Den Zauberspruch kann ich noch nicht so weit Den hab ich noch nicht so weit gelernt Warte doch mal, du! Ja, wir machen uns jetzt grad schon Stark drüber lustig Ja, das macht ihr ein Ich bin auch sehr gekränkt, ja Ich hab das gesagt! Du hast es gesagt? Ich hab das gesagt! Wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt! Du hast das gesagt! Ich hab das gesagt! Okay! Wer will noch was sagen? Raus! Wer will noch was sagen? Na, ich hab nur eine Bitte an dich Was? Wann machst du mal wieder was mit Christian Prince? Oder wann kommt mal dein Bruder wieder online? Christian Prince, ja, muss man Muss man ihm mal anschreiben, den guten Sipi Ey, das ist so krass, was der da macht Ja, Sipi, hallo! Gottes Segen, Amir Gottes Segen Ich hab dich schon Ich verfolg dich schon lange, lange, lange Lange, lange, genau Lange, lange, genau Ich wünsch dir wirklich, du machst wirklich eine tolle Arbeit Amir Eine sehr, sehr krasse Arbeit Weißt du, ich bin jetzt seit drei Jahren Bin ich von neun geboren Also ungefähr drei Jahre Schon seit drei Jahren Aber es zieht sich bei mir immer wieder Immer wieder komm ich in kleine Sünden Ich kämpfe gegen mein Gegen mein Fleisch Amir Das ist unvorstellbar Mein Geist mit dem Fleisch ist es Ich versuch immer mein Bestes Ich versuch immer mein Bestes Das Fleisch kämpft gegen den Geist Ja Der Geist ist für mich doch Das Fleisch ist schwach Jeder von uns hat zu kämpfen Alle Alle, die hier drin sind Haben mit ihrem Fleisch zu kämpfen Weißt du, was das Problem ist bei mir Amir Ich hab auch eine kranke Mutter zu Hause Die Nachbarn sind scheiß Die haben meine Mutter zusammengeschlagen auf der Straße Ich war weg, weißt du, ich war im Ausland Ich komm aus Slowenien, komm ich ursprünglich, weißt du Und Ich hab so böse Gedanken gehabt Ich hab so böse Gedanken gehabt Und hab die immer noch Deine Mutter holt zusammen die Schaden Ja Ja Meine Mutter ist 85 Jahre alt Von wem? Nachbarn, Nachbarn Von so einem Typen 52 Jahre alt Stark gebaut Die war draußen Draußen mit Besen Hat sie rumgekehrt Bisschen auf der Straße Da kam Der ist duschgedreht Aus der Garage rausgegangen Und Und ist auf sie draufgegangen Kannst dir vorstellen Jetzt sag mir nicht Das ist ein Muslim Die Mutter von ihm Die Mutter von ihm hat nur zugeschaut Und hat ein Messer gespitzt Messer gespitzt Und Und er hat mich dann in Deutschland angerufen Ich war unter Schock Keiner wollte helfen Keiner von den Nachbarn wollte helfen Wir sind alles wirklich konservativ Ich traf, wenn ich das sagen darf Nazis Richtige Nazis sind das Das waren Richtige Leute Ja Ich hab so Ich weiß nicht Ob das eine Ob das eine Ob das jetzt für mich Ob das jetzt extra gemacht worden ist Von Gott Dass ich jetzt Diese Prüfung überstehen muss Ohne böse Gedanken zu machen Ich wollte ihn wirklich Ich hab ein paar Mal gesehen Ich wollte ihn schon Keine Ahnung Ich hab böse Gedanken an mir Du kannst dir vorstellen Kannst dir vorstellen Wenn es mit Jemand mit deiner Mutter das macht Verstehst du wie das ist Natürlich Das ist heftig Das ist Wahnsinn Die Leute drehen durch Die Endzeit Wir haben die Endzeit Ich hab ja sowieso schon Probleme Wenn die hier reinkommen Und anfangen zu beleidigen Da will ich am liebsten Schon direkt zurück Aber ja Wir müssen das Gute Wenn es das Böse mit gutem überwinden Der Herr sagt uns das Ja Wie gesagt Bruder Amir Ich wünsch dir wirklich Vom Herzen Dass du so weitermachst Mit dem Evangelium Es ist nicht so einfach Es ist nicht so einfach Was du da machst Verstehst du? Respekt Hut ab vor dir Weißt du? Und ich verfolge dich schon längere Zeit Und jetzt erst jetzt darf ich jetzt wieder Erst jetzt kann ich live machen Weißt du? Erst jetzt kann ich ins live kommen Weißt du? Und werde öfters Werde öfters Bei dir ins live kommen Weißt du? Ja Ich habe noch ein paar offene Fragen Ich habe noch ein paar offene Fragen In der Bibel Aber jetzt bin ich Jetzt bin ich gerade mit den Kindern unterwegs Vielleicht bist du heute Abend auch live Oder bist du den ganzen Tag live Oder wie Je nachdem Jetzt erst mal Je nachdem wie ich lustig bin Je nachdem wie ich Lust habe Je nachdem wie der Herr mich jetzt auch geführt und leckt Ich würde dich gerne mal nach Slowenien einladen Bruder Ich würde dich gerne mal nach Slowenien einladen Dass du bis du runter kommst Verstehst du? Vielen Dank Ich danke dir, dass du mich hoch genommen hast Ich weiß, dass du sehr viele Anfragen hast Und wir hören uns bestimmt nochmal Ok Slado, machs gut Ein Gottes Segen euch allen Danke dir Ciao Ja, ich nehme Heftig eigene Mutter Ja, meine Mutter ist natürlich heilig Die Mami Das ist natürlich heilig Ja Was war nochmal diese Sure, wo Die Gebärmutter an Allahs Gewand gezogen hat? Kennst du sie noch? Vielleicht Ja, Sure 47 Vers 23 Wie krank, dass man an sowas glauben kann Nicht verzagen, einfach den Doktor fragen Doktor Sheikh Abu Amir Wie er leid und lebt Ja, die Gebärmutter musste an dem Gewand von Allah ziehen Hey Allah, hey was machst du da? Hör mal, ich rede mit dir Ich habe letztens dein Video gesehen über Astralreisen Ja Das ist gefährlich, oder? Mach mal, also sollte man nicht machen Natürlich Du öffnest deinen Geist für andere Geister, ne? Das ist das Kranke Ich komme jetzt wieder Aber gibt es so was wirklich? Weil selbst wir sagen irgendwie Ja Ja, ja, gibt Ja, das gibt's wirklich Das gibt's wirklich Ich kann dir sogar Zeugnis davon geben Wie gesagt, ich hatte schon eine Astralreise tatsächlich Aber mach das nicht Beschäftige dich mal mit Esoterik Und schau mal, was da passiert Wenn du deinen Geist läst, was eigentlich da wirklich passiert Also ich würde die Finger davon lassen Mein Bruder war jahrelang in der Esoterikwelt Äh, ist zurückgetreten Ist zum Herrn Jesus Christus gefunden Es ist der letzte Schrott Du verbindest dich direkt mit Dämonen Also wirklich direkt Aber auch dieses buddhistische Meditation ist auch sehr gefährlich Also davon würde ich auch sagen Das ist die gleiche Scheiße, alles gleiche Schrott Ich habe das nämlich gemacht vor ein paar Tagen Und dann habe ich mich so irgendwie besessen gefühlt Also ich weiß nicht, wie man das erklären soll Irgendwie, ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper, gar nichts Setze dich ein bisschen mit der esoterischen Welt auseinander Und danach wirst du sehen, was passiert Weil das Problem ist, dass du dich leerst Und wenn du was leerst, wird es gefüllt Und glaub es mir Du wirst keine gute Erfahrung machen auf Dauer Du wirst besessen sein Und ich gebe dir später Je nachdem, wie lange ich hier mit drin sein kann Ein paar Quellen dazu Von ein paar Leuten, die Zeugnisse abgeben können Die ganz genau sagen, die seit 20, 25 Jahren in der esoterischen Welt sind Die genau erzählen, was du da mit dir anstellst Und glaub es mir Du, das ist ein sehr, sehr hochgradig gefährlicher Weg Lass die Finger davon Das ist eine coole Sache Ja, es ist witzig Du kannst außerkörperliche Erfahrungen machen Aber es ist Lass einfach die Finger davon Auch vom luziden Träumen Ist witzig, macht Spaß Habe ich ein paar Monate lang gemacht Bin in meinen Träumen rumgeflogen Bin aus meinem Körper ausgetreten Das war aber Ganz gefährlich Da hat mich der Gott höchstpersönlich noch gerettet Weil glaub mir, ich hätte sonst die ganze Scheiße weitergemacht Lass die Finger davon Luzide Träume sind doch, dass man seine Träume irgendwie kontrollieren kann Alles dergleiche Ja, alles dergleiche Du hast Traumdeutungen Der, wenn du deine Träume aber beeinflusst Wirst du nicht die Deutungen vom Herrn Christi sehen können Du wirst ja selber deine Träume steuern und beeinflussen Aber Träume sind dafür darum zu verarbeiten Du sollst nachts verarbeiten Wenn du den Tag Wenn du durch den Alltag gehst Wenn du was machst Du sollst verarbeiten Und nicht in deinen Träumen noch weiterhin deine Gehirnaktivitäten Komplett überlasten Unabhängig davon Lass die Finger einfach weg davon Geh einfach abends schlafen und gut ist Wach morgens wieder aus Ja Das ist aber grad so voll im Trend Astralreisen Und so sehe ich bei TikTok immer jüngere Menschen Ja, das Regen ist ganz komisch Achso Ja, wir sind ja auch in einer ganz komischen Zeit angekommen Oder checkt ihr das nicht? Natürlich reden jetzt die Leute über Astralreisen Natürlich wird jetzt am Ende der Zeit vieles passieren Um noch eben Um noch mehr vom Herrn Christus weg zu kommen Es ist doch immer so Immer wenn am Ende Also jetzt vor allem Wir sind in einer sehr komischen Zeit angekommen Und jetzt geht so eine Sache in den Trend Also ich würde da richtig aufpassen Weil ich sehe das auch Wenn man durch TikTok scrollt Ja, hey Jungs, lass einen morgens am Eiffelturm treffen Bla 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 Natürlich ist es nur ein Witz Aber du weißt ja Die Leute reden immer mehr darüber Und immer mehr Leute beschäftigen sich damit Verstehst du Und was da im Endeffekt passiert Wie groß dieser Rattenschwanz ist Also ich würde da Ich würde da nicht drauf eingehen Meine Empfehlung Beschäftigt euch einfach mit dem Wort Gottes Wo ist Amir eigentlich hin? Der kommt gleich Was macht ihr da? Hä? Alle aufs Stumpfstein-Paket Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen Ich wollte fragen, ob Honig hilft Ja, aber erstmal ein bisschen Erstmal ein bisschen nehmen Und danach kommt der Rest Und wenn das nicht klappt, dann hat dein Bauch gelogen Ja, ey, wenn ich aber später komme Und mich nochmal besperrt Dann sagst du mir wahrscheinlich wieder Honig Das ist so cool Da darf alles nicht drauf rein haben, ne? Das ist einfach so krank, ne? Wie kann man solche Hadith überhaupt noch ernst nehmen? Ach, das ist doch voll damit Jetzt wäre dir mal vor Da kommt jemand und versucht das Ganze noch zu erklären Ja, der Roman meint das nicht so Er wollte das so und hat das so gemeint Beim ersten Mal muss es doch schon klappen Weil es ist ein Prophet, der weiß doch, was er dort empfiehlt Warum soll denn der Typ denn lügen, dass er immer noch Bauchschmerzen hat? Stopp! Kamelurin Ja, Kamelurin, ja Ach, das ist verrückt Okay, Leute, ich tue euch mal raus Hol mal die nächste ein Okay, tschüss Ja, Gottfrieden dir Danke, es ist hoch, Ulf Ja, gerne Macht's gut Danke, er trifft mich hoch, kurz hast du dir noch gebraucht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Stabiler Bart Ja, der ist immer stabil Der ist von Stabilo, der Bart Kennt ihr diese Marke Stabilo? Der ist richtig Stabilo Ja, der Hansi, der wünscht dich gerne so einfach Der Hansi und diese ganzen Leute Ah, Hansi hatte, das ist ein Hansi hatte Danke Ey, Amir Ja Shalom Aleichen Lechen, ja Ja, was, ist das nicht dein Gruß, oder? Ne Ne, mein Gruß ist Gott segne dich und deine Familie Wahnsinn, Wahnsinn Ja, das, äh Möge Gott dich recht leiten Auf jeden Fall an der Stelle Erstmal Hat er ja schon Hat er ja schon Wie geht dir? Äh, Hallo Jesus, wie geht's gut Und dir? Ja, mir geht's, äh, ja Dementsprechend, ne Mal so, mal so Okay Und, äh Läuft bei dir, äh Was machst du gerade? Bei mir läuft immer Weil der Herr Jesus Christus immer bei mir ist Aha Ja Ja Natürlich Ja, siehst du Wird er dann gegen dich sprechen oder für dich? Für mich, weil er immer für mich ist Warum wird er denn gegen dich, äh, oder für dich sprechen wollen? Weil er mich liebt über alles Weswegen Ja, Liebe ist ja, ne Liebe hat keine Grenzen, oder? Liebe hat keine Grenzen, deswegen liebt er mich ja grenzenlos Also grenzenlose Liebe von Jesus Ja genau, deswegen hat er sein, deswegen hat er sein Leben für mich gegeben Grenzenlos Aber nur für dich? Ne, für uns alle Jeder, der gerne möchte von Jesus, äh, von Jesus geliebt zu werden, der kann es gerne in Anspruch nehmen Und dann wirst du sehen, wer am meisten liebt Das ist nur die Wenn das nicht der Fall sein sollte, oder ist? Ja, dann musst du aber einmal wenigstens die Bibel lesen, um die Liebe Gottes zu erfahren Nein, nein, ich meine ja, wenn das nicht der Fall ist, und wenn beispielsweise der Mensch die Liebe Jesus nicht erfahren will Dann hat er sich selber entschieden, dann für alle Ewigkeiten dann verloren zu gehen Was passiert dann mit dem Menschen, oder mit der Seele? Die werden dann für alle Ewigkeiten verloren gehen, die werden bereit gemacht nach ihrem Tod zum ewigen Gericht Und was passiert, also ich bin ganz ohr, was das angeht, was passiert mit der Seele, die Jesus nicht anerkennt? Ja, die geht dann für alle Ewigkeiten verloren, die wird dann an einen sehr, sehr brutalen Ort gehen Wohin geht sie denn? An den brutalsten Ort der Welt, nämlich die Hölle Aber die Welt ist doch die Welt, warum sagst du denn, dass die Hölle auf der Welt ist? Ich habe gesagt, den brutalsten Ort, den man jeden auf der Welt hat Ja, du weißt, wie ich das meine übertragenen sind Okay, also geht sie ins Feuer Ja, genau, wenn du dich nicht für Jesus Christus entscheidest und lieber bei Kamelurin bleibst oder Atheismus Dann wirst du für alle Ewigkeiten dahin gehen, wo alle hingehen, die sich gegen Jesus Christus entschieden haben Aber ich habe mich ja gar nicht gegen Jesus entschieden Ja, dann ist doch gut, dann freu dich doch Also ich liebe Jesus, aber nicht als Gott Ja, du liebst einen falschen Jesus dann Für mich kann Jesus nicht Gott sein, weil Jesus ein Mensch ist und ich sehe einen Menschen nicht als Gott an Das ist ja kein Problem, warum betest du dann in deinen Gebete zu Mohammed? Warum sprichst du direkt in deinen Gebeten zu Mohammed? Das sind Segenswünsche Das sind keine Segenswünsche, das ist ein direkte Gespräch mit ihm, mit einem Toten Nein, das sind Segenswünsche Ja, was bedeutet denn Assalamu alaikum hayyohannabiyyuh? Ja, was bedeutet es denn? Ja, was bedeutet, du kannst doch nicht mal Arabisch Ja, du doch auch nicht Ja, aber ich weiß wenigstens, was das bedeutet Assalamu alaikum hayyohannabiyyuh Friede sei auf dir, Prophet Ja, und was daran fällt, wenn der Friede auf den Propheten... Also du sprichst ihn in deinen Gebeten an? Position ungenau In den Bittgebeten, oder? Ja, du weißt ja nicht mal, was das ist, was habe ich gerade gemacht? Was machst du denn fünfmal täglich? Einen Moment kurz, ich habe gerade Besuch Ich bin auch besucht Fertig? Sorry Position ungenau Suche Satelliten Bitte geh offline Ja Hallo 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 mein Lieber Gott segne dich Ich habe eine kleine Frage Darf ich dich auf diese Wasserflasche sitzen lassen? Das kannst du bei deiner ganzamten Familie machen, Gott segne dich in deinen Familie Machst du Pfandflaschen sammeln oder was? Hallo Hallo Pfandflaschen sammler Der arbeitet einfach im Getränken Der ist nämlich etwas besinn da dran Der ist nämlich etwas besinn da dran Der steht ja Bierstapler oder Bierkästenstapler lo Das ist ein Hochstapler Wirklich nervt, das ist voll anstrengend, Mann Ich lass dich auf eine Flasche sitzen, Junge, sei mal ruhig, du machst nichts meiner Familie, ich werd dich auf Flasche Na aus hier, du kleiner Bängel, ey Kleiner Bängel, ey Widerspruch nicht genehmigt Na super Leute, wir müssen tippen auf die 200.000 Jetzt 3 2 1 Alles mal 9 Alles 200.000 in 2 Minuten Was war das für eine Gurke? Ich hab keine Ahnung Hier sind sehr sehr viele kleine Gurken unterwegs Ja Das Stichwort mit Gurke, ne Das ist dann für die Muslime sehr sehr bedeutend Wenn das Wenn die da sich so eine Gurke und alles mögliche dann machen kann, ne So wie es der Imam Der Ibnu Kaim sagt, ne Warte, ich blockiere mal diesen kleinen Jungen Devrim Der geht erstmal blockieren Dann geh ich erstmal tschüss machen Ich geh mal Pampers wechseln am besten Abgestern voll gewartet, dass du wieder kommst Kommst Hm Dann müssen wir mich bitte rein, ich habe ein paar Fragen Hm Hallo Ja Hallo Ich habe eine ganz kurze Frage Was denkst du wie diese Astralreise die gerade so ohne Trend geht Glaubst du an sowas? Ist sowas echt? Also ich würde sagen, ja du kannst damit Wir haben ja gesehen, was Astralreisen da veranstaltet mit den Menschen Siehst du doch, was das passiert Wenn du auf einmal Astralreisen machst Nachher denkst du doch, du wärst ein Köter, der sieben Meter groß ist Und sechs Schwänze am Wedeln hast So, verstehst du? Nachher denkst du, du wärst ein Köter von Allah da oben im Himmelreich Stell dir das mal vor Jemand geht auf Astralreisen und sagt Ich war im Himmelreich von Allah Ich bin der wahrhaftige Hund von Allah Ich bin der wahrhaftige Prophet Ja Aber was denkst du jetzt persönlich darüber jetzt? Also glaubst du es? Oder wie ist das deine Meinung dazu? Oder in Bezug? Lass mal diese Astralreisen beiseite Ich komm gleich wieder Hallo Ex Hallo Ex Ich hab mal eine Frage Ja Welche Suche oder welche Vers hat dich dazu veranlasst, also Christ zu werden und nicht jetzt wieder Moslem oder? Suche 69 Vers 44 in Kombination mit Sayy al-Bukhari 44 28 Ich komm gleich wieder Okay Okay Wenn der Ex mich überzeugt, dann ist das meine letzte Kippe, das verspreche ich euch Anschließend ist das meine letzte Kippe, du hast mich wohl auch von des Kippes moslem ich hoffe ich bleibe immer auch moslem mal schon aber er klingt nicht überzeugt und irgendwie ganz am ende ist er immer beleidigend keine ahnung warum aber ist wirklich so habe ich das gefühl ja er soll mich überzeugen deswegen bin ich hier ich bin jetzt nicht der 08 15 muslim den ihr kennt sie auf beleidigend und dann sofort hier raus aber er soll mir paar minuten geben ich habe fragen und dann mal schauen wie sich das ganze hier entwickelt da bin ich wieder so ex ich muss jetzt lange warten deshalb habe ich jetzt hier fragen frei vier fragen frei mindestens viel ja ja was machst du denn da hallo ja 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 bitte vermag was ich kann dich nicht sehen ich dachte du bist noch am arbeiten oder so ich wollte dich nicht hören nein nein ich bin jetzt wieder am fahren deswegen muss ich wieder hinter hijab gehen meine erste frage ist bei uns moslems ist das ja so wir glauben an hasreti isa und maryam die hat keine umzug getrieben und isa ist durch befehl allahs geboren wie ist das aber bist du dir sicher dass das so die islamische ja so also zumindest so im koran ja der koran sagt in surah 19 vers 17 durch den ausleger al-barawi dass der djibril die form eines mannes annahm und die seine finger samen von einem mann war und das in die vulva von maria reingesteckt hat schau dir das mal an also du meinst so steht das im koran natürlich der koran sagt in surah 19 vers 17 durch den ausleger al-barawi das musst du merken was ich dir sage das djibril also die erklären uns den vers ja al-barawi sagt zum beispiel dass der dass der djibril die form eines mannes annahm und während maria also die maria die mutter jesu so am baden war duschen war trat der engel gabriel von hinten zu ihr und hat sie gibt du weißt schon mit dem finger hat er da rein gesteckt ist das eine dreckige dreckige sache was das denn bitte man ok meine zweite frage ist also moses also musa und isa die haben ja immer behauptet so ein neuer profit wird kommen ein neuer profit wird kommen so ist ein neuer profit gekommen oder wie ist das jetzt nein der jesus christus sagt in matthäus 7 dass er uns waren vor falschen propheten genau das ist morgen gewesen ein falscher prophet der genau allen propheten widersprochen hat und der auch den jesus christus seinen titel als den sohn gottes weggenommen hat und ihn nur als ein propheten dargestellt hat das ist natürlich falsch denn der jesus christus sagt selber in matthäus 11 27 in lukas 22 70 in markus 14 61 dass er der sohn des hochgelobten ist und sich gott gleich macht also jesus macht sich gott gleich natürlich natürlich ok dann hat sich die dritte frage erhebricht ja wenn ich zum beispiel zu dir sage dass allah mehrere namen hat zum beispiel in zure 59 vers 23 dass dort verschiedene namen präsentiert werden zum beispiel dass er die wahrheit sei dass er die auferstehung sei dass er die menschen guck mal hier wir lesen uns das mal zusammen durch so rasse den koran bei dir ne ich bin bei der arbeit deshalb quietschen auch die türen wir haben kein geld merkt ihr das auf jeden fall mein bester du scheinst ein sehr intelligenter mann zu sein und ich bin fest der überzeugung dass du zum jesus christus findest er ist allah außerdem gibt es kein außerdem ist keinen gott gibt der könig der heilige der friede der gewähre der sicherheit siehst du da sind mehrere titel die der allah hat und komischerweise sehen wir dass der jesus christus 600 jahre bevor überhaupt mohammed von allah wusste sich alle namen allahs gegeben hat und sich somit gott gleich macht er ist alles in einem der jesus christus macht sich somit gott gleich so jetzt habe ich eine persönliche frage abschließend bitte woher kommst du ursprünglich nationalität ursprünglich bin ich aus dem iran geboren und aufgewachsen oder geboren und dann hier rüber gekommen als der iran-irak-krieg losging so wie alle anderen iraner die hier sind die damals geflohen sind 1987 ungefähr 1906 warst du früher schiite meine familie ja meine familie aber ich habe mich für die ich bekomme anrufe ich bekomme anrufe hat mich gefreut hat mich gefreut ich bin ich ja auch wenn du kannst schade das war einer der hat gesucht habt ihr es gemerkt ein suchender betet für hassen ex muslim ja mein bester gott segne dich und deine familie allah soll uns segnen inshallah ex muslim was sagt niemanden segnen weil er nur ein bein ist aber allah hat mich heißt nicht allah auch auf aramäisch gott mir was hat das eine mit dem anderen zu tun dein allah ist ein flieges schienbein du sagst du sagst allah kann niemanden segnen aber jesus hat doch zu allah gerufen oder nicht weil mann wie hat denn jesus seinen gott genannt guck mal guck mal guck mal als jesus am kreuzer was hat er gesagt er hat gesagt aber er sagte er sagt wenn das nach deinem unsinn geht nach deiner auffassung dann müsste er sagen ist er schon mal aufgefallen ist er keiner von den 99 namen alas ist er schon mal aufgefallen was meinst du warum die engel gottes mit dem namen gottes verbunden sind dass kein gott auf die gedanken kommt seine enge zu klauen und sie sich zuzuschreiben weil er hat michael michael ex muslim bitte hör mir doch mal zu ihm hör mir doch mal bitte zu ihm heißt auf hebräisch gott ok genau warum heißt denn allah nicht el es war das hebräisch ist aber er hat nicht nur einen namen er heißt adonai und noch andere titel hat er auch noch elohim adonai shaddai so aber warum hat denn allah von den 99 namen ist er nicht auf den gedanken gekommen sich el zu nennen und nach den engeln die nach den engeln gottes benannt wurden wusste allah nicht das erst mal allah hat mehr als 99 namen nicht schon 99 er hat mehr als 99 ja und uns sind 99 bekannt so uns sind mehr bekannt sind mehr bekannt warum sind die anderen nicht dazu gekommen die mehrere namen dann aufzulisten weil 99 namen sind sind gut sind perfekt überliefert worden die anderen sind gibt es viele meinungsverschiedenheiten ob die zu allah doch die menschen sind auf die gedanken gekommen dass allah durch den koran sich zeigt und zwar durch verschiedene titel und namen und einer seiner namen ist almutakampir weißt was das bedeutet der stolze ja der arrogante der stolz ist das eine eigenschaft Gottes oder des Teufels arrogant ist eine falsche eine falsche übersetzung also die das arabische wörterbuch macht falsche übersetzungen ne al-mahani guck mal der koran die 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 leute die die araber die haben ihre sprache die hocharabische sprache nachdem die mongolen die bibliotheken kaputt gemacht haben haben sie die hocharabische sprache von wo gezogen vom koran das heißt arabisch die arabisch sprache die heute benutzen ist auf den koran bezogen verstehst du ich habe meine ich habe mal eine frage an dich okay nur eine einzige wer hat die bibel geschrieben es waren die autoren der bibel sind die jünger die propheten und ich meine das neue testament ich meine das neue testament wer hat es gerade gesagt die jünger die jünger aber ich wusste das erst mal bei guck mal keiner von jüngern konnte griechisch das weißt du oder entschuldige mal bitte griechisch war damals die hauptsprache so wie englisch heute war natürlich durch matthäus natürlich sind wir durch matthäus und die dort vorhandenen sprachen die dort gesprochen wurden waren griechisch so wie es heute über die welt sprache der damaligen zeit die lukas matthäus aber warum sollte denn auf einmal dieser jesus arabisch im koran sprechen ok das ist nur eine übersetzung muss hat auch hebräisch gesprochen oder ist nur eine übersetzung siehst du ich sag dir mal was das das lukas evangelium das markus evangelium hast du dich selber gerade in deinem gesicht schlagen bitte hör mir doch mal zu red nicht rein diese drei evangelien sie kamen 50 jahre nach jesus sein tod und das johannes evangelium sogar 200 jahre nach jesus sein tod das heißt das johannes evangelium 70 bis 100 jahre erzählen wir dich von der schrott und johannes war ein augenzeug okay johannes war ein augenzeug johannes hat 200 jahre nach jesus gelebt wie soll das gehen kein problem kein problem wann kam die hat diese denn damit du an die glaubst sag mal wann ist imam buchhari hatte gelebt imam buchhari hat eine isnatkette bis zum propheten überliefert das ist ja kein problem wir haben auch isnatkette durch kirchenväter wo ist das problem wann hat imam buchhari gelebt war der imam buchhari ein augenzeuge so wie johannes war kein augenzeuge natürlich johannes war an der kreuzung jesu christi dabei war der einzige der an der kreuzung dabei war da hat sein leben nicht verschoben jetzt kommt mir nicht wieder eine frage wir sagen jetzt alle die bibel geschrieben waren augenzeuge von jesus okay wir sagen das mal können mit normale menschen so wie ich und du keine propheten ich und du können wir fehler machen ja wir können fehler machen natürliche profit machen auch fehler ja sie haben außerhalb der befehle gottes denken da die gott nicht gefallen haben beispielsweise die geschichte wo er die wo er die frau von den typen ausgespannt hat und den typen geschickt hat lass mich doch mal reden guck mal wenn wir jetzt sagen dass die menschen fehler machen ist nicht eine frage ich beantworte und dann lässt du dir was los mit dir warte hör doch mal zu schafft alles baut auf sich auf das heißt wenn das buch nicht direkt von gott kam und jünger waren normale menschen das geschrieben haben zum beispiel jetzt wenn du physik studieren würdest und ich würde dir sagen geh ein buch kaufen was was das haben die besten professoren geschrieben im thema im bereich physik aber da drin haben auch kindergarten kinder mit reingeschrieben wird das kaufen okay kein problem das gleiche prinzip an deinem propheten an er konnte wieder lesen und schreiben wer hat also die ganze offenbarung für allah für mohammed geschrieben was erzählst du dafür ein schrott man wenn du keine pfeilung hast dann halt doch einfach deinen mund mohammed konnte wieder lesen und schreiben die leute haben ihn die leute haben ihn auseinandergenommen wie wie heißt der ebn abisar in zure 76 93 der typ hat gesagt der mohammed weiß gar nichts nur was ich ihm diktiere schlag nach ich komme mit quellen angaben du kommst mit kamel und okay dann guck mal bitte mach mal bitte deinen computer an ok gehen wir bitte auf alttafsil.com ok welchen von welchen tatsil redest du denn von welchen wir reden von asbabe nusul von al-wahidi ok der grund für die herabsendung eines ferses das ist sehr wichtig für dich ok geh auf alttafsil.com das ist die offizielle jordanische seite und dort hast du die ganzen tafsils und auch von al-wahidi sein buch asbabe nusul der grund für die herabsendung eines ferses dann gehst du zu suche 6 vers 93 und dann liest du das mal durch dann kriegst du das graue denn dort sagt al-wahidi dieser vers wurde herab gesandt über den lügner ibn abisar der mohammed als schreiber hatte und mohammed hat ihm etwas diktiert und er hat etwas hinzugefügt was er niemals gesagt hatte der mohammed und da hat der mohammed gesagt ja genau so habe ich es empfangen von allah und da hat er zu ihm gesagt aber das habe ich doch gerade gesagt da meinte ich schreibe das genauso auf dem mohammed klaut einfach von ibn abisar und ibn abisar ist einfach ungläubig geworden ist zu den meccanern gegangen und hat gesagt mohammed ist ein lügner und ein betrüger der weiß gar nichts ist gar kein prophet ich habe ihm das sachen gesagt und er dachte das wäre von allah und das kommt davon wenn man einem einem prophet vertraut der nicht in der lage war zu lesen und zu schreiben wenn der prophet nicht lesen und schreiben konnte wie hatte er dann wissen über die über die leute das über gar nichts die leute haben ihm das gegeben die leute die leute in mecca gab es gab es gab es gab es keine christlichen essen und es gab auch fast keine juden in mecca aber da gab es kauf leute die karawanen hatten und von denen war er erzählt er hatte war er hatte bahira alle diejenigen die aus der kirche ausgeschlossen wurden die haben unterrichtet über diese ganzen gnostischen lehre dort haben sich viele gnostiker bereit gemacht in der arabischen halbinsel und da dann auch bahira und wala kreber naufal deswegen steht es auch in zai bukhari band 1 buch 1 hadith nummer 2 dass der mohammed traurig wurde als wala kreber naufal starb und die göttliche inspiration aufhörten was hat denn der tod von wala kreber naufal mit den offenbarungen von allah zu tun guck mal wenn wenn allah subhanahu wa taala sagt okay allah redet doch auch im koran über die christen und juden stimmt oder nicht ja und was heißt das man soll die nacken therapieren ist das schön ich sag dir was guck mal die die juden damals okay es gab eine gruppe von den juden in medina über die reden nicht aber die die meisten juden was sie sagen doch nicht dass das die propheten kinder oder söhne das ist ein profil gab der sohn von gottes oder oder gott selbst die trinität jude aber sie glauben du siehst doch in markus 14 61 dass der hohe priester den herrn jesus christus gefragt bist du der sohn des hochgelobten ja meint er war nicht vertraut mit dem alten testament der hohen priester der weiß nur dass die von gottes in sprüche 30 verzeichnet ist sprüche 30 vers 4 dass gott einen sohn hat und zwar den hochgelobten gottes sohn das ist das problem wenn du dich die bibel ließ da kommst du hier heim mit familie und dann kriegst du lock out und die leute die die unitarier die damals getötet wurden wurden sie unitarier werden zur helle fahren genau wie all diejenigen die den herrn jesus christus abgelehnt haben die den gottheit des herrn jesus christus runter machen wollen warum hat der jesus gebetet warum hat jesus gefasst wenn er selber gott ist der herr jesus christus ist ja mensch geworden er hat sich selbst entäußert und hat die gestalt eines mensch angenommen hat sich jetzt eingeschränkt aber zu wem beteten dann aber wenn alle im himmelreich ist da doch ins uge 33 336 betet er zu jemandem für den profit was aber dann was in surah was insure 33 56 oder al azab aja 56 56 was sagt er alle sagt betet für den profeten alloer sagt mir man zu es gibt im koran Ja genau, was bedeutet Yusalluna ala Nabi? Guck mal, es gibt grammatikalische Unterschiede. Mit grammatikalisch? Was bedeutet denn Baraka? Wenn Allah sagen würde, sie beten Lin-Nabi für den Propheten, das heißt sie würden ihn anbeten. Aber das Wort Yusalluna kommt dort vorher auf, sie rum zu lügen machen. Aber Yusalluna hat in diesem Zusammenhang mit Allah. Ah, in diesem Zusammenhang, ach so. Deswegen sagt Ibn Kathir, dass der Allah betet. Wer ist jetzt besser, nur da Ibn Kathir? Okay, dann schlag mal den Tafsir auf. Tafsir von was? Von Ibn Kathir. Mal gucken, ob du mehr Ahnung hast als an Ibn Kathir. Und als ein Imam Bukhari, der ihn zitiert. Der Ibn Kathir zitiert Imam Bukhari, der in seinem Buch aufgenommen hat. Wenn Allah betet, dann meint er damit seinen Segen, aber das ist auch Blödsinn. Allah betet. Allah betet. Allah betet niemand. Natürlich, Allah stört sogar auf seinen Propheten. Er stört. Wo stört Allah? In Surah 15, Vers 72. Guck mal, erstmal, das weiß ich, aber Allah darf auf andere Sachen schwören. Ach so, kein normal vernünftiger Mensch würde einfach auf erschaffene Dinge schwören. Was? Das ist Haram, wenn ich sage, ich schwöre auf meine Mutter, oder? Ja, aber Allah ist der, der diese Sonne erschaffen hat, der diese Menschen erschaffen hat. Okay, in Hebräer Kapitel 6, Vers 13 sagt der Gott der Bibel, dass es nichts Höheres gibt, als bei sich selbst zu schwören. Warum schwört denn Allah auf etwas Niedriges als bei sich? Allah schwört auch auf sich selbst im Koran. Ja, er schwört auf sich selber, aber auch auf erschaffene Dinge. Und in der Bibel sehen wir niemals, dass er... Weißt du, warum das Allah macht? Allah wird damit zeigen, wenn Allah etwas sagen will, dann will er dann... Und schwört zum Beispiel auf die Pferde, oder Allah schwört auf die Sonne. Würdest du jemals auf deine Mutter schwören, oder auf Allah? Nein, ich schwöre auf Allah. Ja, siehst du? Also, wenn du zu mir jemand anderes schwören würdest, das wäre Schirk und Kuffe. Ja, weil ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ach so. Dein Gott, dein Gott, dein Gott macht also Schirk und Kuffe dann. Was? Dein Gott ist also derjenige, der dir zeigt, dass man Schirk und Kuffe machen sollte, ne? Nein. Du bist ja zu besser als dein Gott, ne? Guck mal, Allah darf das nur machen. Allah darf nur schwören. Allah darf alles, siehst du? Allah darf Schirk begehen, Allah darf Sünden machen. Also, siehst du, das ist ja Ungerechtigkeit zu, der Allah. Guck mal, die Leute in der Schrift, die haben das immer gesagt. Weißt du das, Amir? Was denn? Das ist nur ein Lügner, der Prophet. Er ist einfach Tauberer, er wurde verzaubert, immer so. Der Mohammed hat ja Geld genommen für seine Fragen. Der Mohammed sagt im Koran, in Sura 58, Vers 12, dass er Geld haben will, für Fragen zu beantworten. Was? Du meinst, du meinst in Surat Al-Mujjadala? Du meinst, du meinst, die Pferde essen. Ach so, deswegen sagt dein Gelehrter, dass er Multimillionär war, ne? Der Prophet war arm. Er hat sich, er hat sich, er hat sich, er hat sich kurialer Nome Datteln. Mohammed war arm! Mohammed war arm! Ihm steht ihm die beste Beute zu teilen! Die besten, schönsten Frauen! Er war Multimillionär! Multimillionär! Wenn er Multimillionär war, warum hat er da nicht einen Nome Datteln ernährt? Er hat nur das... Das musst du dich selber fragen, aber deine Gelehrter sagen, dass er Multimillionär war. Durch das Ausrauben der Kuffaren. Genial! Wallah, du bist ein Jahil, weißt du das? Ich hab dich zerbombt, Mann! Was ist denn, Subhanallah, du hast keine Ahnung, du willst irgendwas, Subhanallah! Habib, habib, guck dir das mal bitte an! Hier, guck mal bitte, ich zeig dir das mal, hör mal bitte! Du kannst Arabisch, guck mal! Habib, habib, einen Moment, du kannst Arabisch, ich lasse dir das abspielen. Guck mal, wie der Gelehrter sagt, Mohammed war Multimillionär, guck hier! Hauke, das war bleib. Mohammed war Multimillionär? 鉤 wawelerin warst garniert, was ich warst dutest? Ja! Guck mal, Rizky, du hast du Larkier. Nein. Guck mal, Rizky, du hast du Larkier. Ich bin immer wieder. Ich bin und ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder Zohli, du hast du Larkier. Ich bin ich gebe, ich bin, der Gelegge. Ich bin ich bin, ich bin ich heute im Gehens? Ich bin zu dem Gehens. Der Prophet war Millionär durch das ganze Ausrauben von den Menschen. Wahnsinn, hast du gehört, wie dein eigener Gelehrter zugeht, dass Muhammad ein Multimillionär war? Und dann kommst du hier hin und zeigst, er hat auf Ruhe geschlafen oder was? Der hatte ein Haaren voller Frauen, die beste Beute stand ihm zuteil. Er konnte mit so vielen Frauen schlafen vorausgesetzt, dass er es möchte. Der Muhammad war, kennst du diese Kultführer, deren Gesetze erlassen so Könige, das gilt nicht für ihn dieses Gesetze und das von seinem eigenen Gott. Das gilt für dich, aber nicht für Muhammad, der steht über dem Gesetz, weil er der wahre Gott bei euch ist. Muhammad ist unser Gott, sagst du? Ja natürlich, deswegen betet ihr auch für den Propheten. Was bedeutet denn Sallallahu alaihi wa sallam? Sallallahu alaihi wa sallam, Allah spricht Segen für ihn. Also Sallallahu alaihi wa sallam bedeutet auf einmal segnen, ne? Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Siehst du? Aber nicht erbetet ihn an, Sallallahu alaihi wa sallam. Wie dir das zu getan war. Aber nicht, dass er ihn anbetet. Ist das genial, Sallallahu alaihi wa sallam. Wie viel willst du dir noch vorgeführt werden, mein Lieber? Wie viel noch? Was sagst du? Wie viel willst du dir noch vorgeführt werden, mein Lieber? Eine Frage. Hat Jesus nicht zu Gott gebetet? Ja, okay. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, dass der Sohn zum Vater spricht. Er gibt ja Sinn. Der eine hat den anderen... Guck mal, wollte Jesus am Kreuz sterben für die Sünde? Wollte er was? Wollte Jesus am Kreuz sterben? Wollte Jesus am Kreuz sterben? Wollte er das? Ja, der sagt ja, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christophus, du kannst glauben, was er da tut. Warum hast du am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, weil die ganze gesamte Schuld der Menschheit auf ihn geladen wurde. Deswegen hat er gesprochen, mein Gott, mein Gott, warum hast du... Das heißt, Hitler kommt auch ins Paradies? Kannst du mir zuhören? Kannst du mir zuhören? Kannst du mir zuhören? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat der Psalm 22 zitiert und somit die Prophezeiung erfüllt über den Leidensweg des Messias. Hast du schon mal gelesen, Habib? Guck mal hier. Tausend Jahre vor Jesus Christus. Pass mal auf. Psalm 22. Hör dir das an. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das. Hä? Was sagst du? Was sagst du? Was hat denn David gesagt? Tausend Jahre vor Jesus Christus? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt hör dir das mal an. Guck mal den ganzen Leidensweg des Messias. Pass auf. Ich schreie. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferner. Mein Gott ist da. Wer sagt das? Ist das Jesu oder David? Hör zu! Antwortest du nicht. Hab Respekt vor dem Wort Gottes. Doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, denn du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Der Klage ist dem Herrn. Der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er gefallen an. Kennt ihr noch die Kreuzigungsszene, als sie ihn verspottet haben am Kreuz, ihr Lieben? Warum hilft er sich denn sich selber runter? Er ist doch der Sohn Gottes. Er soll ihm helfen. Hör mal, hör mal. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Als ihm die Beine gebrochen haben, dem Herrn Jesus Christus. Die Füße gebrochen haben. Guck dir das mal an. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zersprünzendes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Wahnsinn, ne? Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Gib mir zu trinken. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Hunde habe ich umgeben. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Reingehauen den Nagel in die Hände und Füße des Herrn Jesus Christus. Schau dir das mal an. Und die Muslime glauben an die Psalme. Aber sind nicht bereit die Psalmen aufzuschlagen. Sabur. Ja gut. Weil dann kommt dieser ganze... Ja dann kommt nämlich der Knockout für den Islam, ne? Ich kann alle meine Knochen sehen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Wisst ihr was das heißt? Dass Gott vor tausend Jahren genau das schildert, was dem Herr Jesus Christus, dem Messias passiert. Wie genial dieses Buch ist? Wer kann da mithalten? Welches Buch der Antike? Kein einziges Buch der Antike. Kann es aufnehmen mit dem Wort Gottes. Ich habe eine Frage an dich. Hör zu! Sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheut euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrieb, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Amen. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Alle werden dir den Herrn anbeten. Denn des Herrn ist das Reich. Und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm. Habt ihr das gehört? Nur dem Herrn allein werden alle anbeten. Den Herrn allein. Gott, Yahweh selbst. Und was sagt Apostel Paulus in Philippa 2, Vers 6-11? Huia, hör mal zu. Ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinab fuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Aha. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kind ist Kind. Er ist vollbracht. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Denn er hat's getan. Es ist vollbracht. Hammer, ne? Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Und das ist der Psalm 22, der Leidensweg des Messias. Halleluja. Tausend Jahre vor Jesus Christus hat der Prophet David, hat der Prophet Dischida geschrieben, den Leidensweg des Messias. Und die ganz großen Rabbiner legen das genauso aus. Aber Jesus wurde nicht gekreuzigt. Natürlich. Jesus Christus wurde gekreuzigt. Das durch die gesamte Bibel hindurch. Erzähl keinen Unsinn. Der größte Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, hat mit Mohammed Hijab ein Gespräch geführt. Er hat gesagt, der minimale Fakt, den wir zugeben müssen, ist, dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt und auferstanden ist. Das ist ein Fakt. Das ist ein Historiker. Das sagt Mohammed Hijab? Mohammed Hijab. Das ist dein Muslim. Das hat er nicht gesagt. Das sagt er nicht. Allah Allah. Er hat ein Interview geführt mit Bart Ehrmann, dem größten Bibelkritiker unserer Zeit. Er war ja ein Christ und ist auf einmal Agnostiker geworden. Und dann hat der Mohammed Hijab mit ihm ein Interview geführt. Und dann hat er gedacht, dass der Bart Ehrmann mit ihm und seiner Sichtweise des Islams einverstanden ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, also meiner Auffassung nach, haben sie ihn gekreuzigt, weil er behauptet, Gott zu sein. Und das sehen wir durch die Bibel. Und er wurde wirklich gekreuzigt. Wir müssen das zugeben. Okay, ich habe eine Frage. Schon wieder, ich habe eine Frage. Was? Ich habe jede Frage. Einmal sagst du, okay, Armin, hast du recht. Ich war ein Idiot, dass ich überhaupt an den Islam glaube. Danke, dass du mir die ganzen Sachen hier erklärst. Wenn Jesus, guck mal, wir mussten immer sagen, Jesus wurde nicht kreuzig. Es war einer, der genau so aussah wie Jesus, okay? Also ist Allah ein Betrüger? Warum ist Allah ein Betrüger sein? Ja, wenn du mich jemanden ähnlich sehen lässt wie Jesus und das gar nicht Jesus war und ich dann glaube, dass das Jesus war, ist das nicht Betrug? Ja, Allah hat das für die Ungläubigen gemacht. Ach, für die Ungläubigen, was haben die denn Allah getan? Warum bestraft denn dann Allah diese Menschen für eine Sache, die er selber schuld war? Weil Jesus mit Beweisen zu diesen Leuten gekommen ist und sie haben trotzdem... Ja, aber die haben doch an ihn geglaubt, seine Jünger und alle, möglichst, dass er gekreuzigt wurde. Na, haben sie nicht. Sie haben doch das ganze Christentum verbreitet, haben gesagt, wir haben gesehen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Guck mal, derjenige, der dem falschen Christentum verbreitet hat, war Paulus. Er hat dem König von Rom einen Brief geschrieben. Und deswegen ist Paulus, deswegen kommt Paulus auch im Koran vor und ist ein Gesandter des Herrn Jesus Christus, ne? Schau dir das mal an, was du da machst. Paulus ist ein Gesandter? Ja, natürlich, Paulus wird namentlich erwähnt im Koran. Nix. Okay, wenn ich das zeige, verlässt du den Islam? Paulus, Petrus und Johannes. Zeig, wo Paulus namentlich erwähnt wird im Koran. Ja. Alles klar, kein Problem. Verlässt du den Islam? Zeig mir das erstmal. Ja. Allah spricht Jünger im Koran an. Oder spricht Jesus im Koran an. Oder Maria, Maryam. Nein. Auch Bolus. Bolus. Bolus, Petrus oder Botrus. Und die werden Namen nicht im Koran erwähnt? Ja. Sura 36 Vers 14. Schlag auf. Und Tafsir Ibn Kathir dazu lesen. Aber guck mal, wenn du sagst Tafsir Ibn Kathir. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte, das hat nichts mit Jesus zu tun. Und jetzt liest bitte den Tafsir, damit wir bessere Verständnis dafür bekommen. Los. Okay, warte. Ja. Also. Du bist von Nur in Burumat, weißt du das? Nur ist nur der Herr Jesus Christus, das Licht der Welt. Johannes macht fest. Nur ist nur die Wahrheit. Und Burumat, die Dunkelheit ist die Falscheid. Du bist von der Wahrheit die Falscheid. Allah ist die pure Dunkelheit, da hast du schon recht, genau. Aber Allah ist auch auf Arameen. Du reichst jetzt nicht aus! Mann, wechsel doch jetzt nicht sofort das Thema. Du reichst ja, Allah ist ja dunkel. Aber auf Aramisch heißt es doch auch Gott, Allah. Aber der ist nicht derselbe Allah aus der arabischen Bibel. Der aus der arabischen Bibel hat einen Sohn. Ist Allah der Vater und hat einen Sohn? Aber guck mal, die arabischen Christen haben doch selber auch Allah, oder nicht? Also ich sehe schon, du willst spielen. Komm, ich danke dir, dass du dabei warst. Gott segne dich, mein Lieber. Echt. Unfassbar, ey. Was für ein Typ, ne? Ja. Oh, diese ganzen Hoodies machen mich hier an. Was soll das denn hier? Abu Malik Al-Rafi. Raffi. Ja, wie geht's dir? Alles gut und ich? Alles gut, nur ich hab da ein paar Bedenken bei deinen Aussagen. Ehrlich? Ein paar Bedenken oder nur... Ja, schon sehr viele Bedenken, kann man schon sagen, sehr viele Bedenken. Äh, was? Schon sehr viele Bedenken, ob die Hütter waren. Warte mal, bleib mal ganz kurz dran, einen Moment, ich krieg mal ganz kurz hier eine... So, Abu Malik. Mr. Abu Merleki. Ja, ja, bin Abu Merleki. Ich hab da eine ganz kurze Frage. Du meintest, dass Paulus im Tafjör vor Ibn Kathir erwähnt worden ist. Stimmt das? Ja, genau richtig. Kannst du mir bitte sagen, so? Äh, Zuge 36, Vers 14, Tafjör über Kathir. Das hab ich mir auch genau gedacht. Das hab ich mir auch genau gedacht. So. Äh, Ibn Kathir sagte, im Band, Tashri Koran Karim, Band 5, sagte er, es wird gesagt, dass der Name des dritten Gesandten ungefähr so Paulus war. Einige sagten auch, er sei Saul gewesen. Der spätere Namus Paulus annahm. So, jetzt gehen wir weiter, weil, er sagt, er lohnt. So, der Kontext davon, Ibn Kathir sagt, wie Paulus das Christenum verbreitet und dabei angeblich, er sagt, er... Er wollte doch nur den Namen Paulus da drin haben, hab ich ihn gegeben oder nicht? Ja, okay, aber wir wollen den Kontext wissen, wir können ja nicht einfach so schnell... Ja, okay, aber komm, Paulus, er hat den Paulus ja angemacht. Er wurde aber nicht im Voran erwähnt. Hä? Er wurde aber nicht im Voran erwähnt, wie du es davor gesagt hast. Ja, natürlich, was sagt denn der Ibn Kathir dazu dem Vers? Der Ibn Kathir sagt angeblich. Nicht angeblich, nein, nein, nicht angeblich. Er sagt nicht angeblich, er sagt, die Leute haben, die Namen hat er genannt. Paulus, Petrus und Johannes. Nein, 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 er hat auch gesagt, Saul. Was heißt Saul? Warte, ich lese den Tafsir mal selber, bitte. Bleib mal ruhig. Vom Original. Äh, Tafsir Ibn Kathir. Du weißt ja, dass der Ibn Kathir mehrere Bände hat und woanders auch wiederum was anderes schreibt. Beispielsweise in Sura 5, Vers 51, lesen wir, dass das nicht so gemeint ist wie bei den anderen Tafsirs. Das ist echt heftig, die Muslime schämen sich um ihre ganzen Tafsire, sänftig. Guck mal, ich rede gerade von... Im Islam kann man niemals vertrauen, das ist so krank. Amir, ich rede gerade von Sura 36 bis 27. Und ich hab den Tafsir, ich hab die Bücher bei mir. Ich rede aber nicht von 27. Habe ich 27 gesagt? Bis 23, oder nicht? Bis 29, oder? Nein, hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt 36 bis 14. Okay? Vers 14 hab ich auch. Ich hab die Bücher bei mir, alles gut. Ja, also warum erzählst du dann einfach, wo du ein ganz anderer Vers, Mann? Warum bist du so? Okay, 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 ich hab's hier. Ich hab's hier. Ibn Kathir, er sagt, er hat die Gesandt nabendlich genannt. Wobei Paulus als ein Gesandt identifiziert wird, und jetzt kommt der Verbindung. Er gibt die, äh, 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 dass er die, äh, ursprünglich... Ich müssen... Lass mal ruhig, ich lese das mal vor. Mann, Mann. Erzähl mir hier keinen Blödsinn, sondern lass mich mal vorlesen, was überhaupt ihr mit Kassiers. Deine Meinung zählt überhaupt gar nicht, oder deine Äußerung? Gar nichts, nichts. Du bist wieder ein Gelehrter im Islam, noch gar nichts, nichts. Gar nichts. Die Geschichte der Stadtbewohner und ihrer Boten, eine Lektion, dass diejenigen, die ihre Boten Lügen... Was? Lügenstraften, vernichtet würden. Allah sagt, oh Muhammad, sag deinem Volk, das nicht an dich glaubt. So, warte ganz kurz, ich bin am Fahren. So. Ein Gleichnis, die Bewohner der Stadt als Gesandte zu ihnen kamen, in den Berichten, die von Ibn Abbas, Kaab al-Ahbar und Waab bin Munabbi überlieferten. Berichtet Ibn Ishaq, dass es die Stadt Antokya war, in der ein König namens Antokyoos, der Sohn von Antokyoos lebte, der Götzen anzubeten pflegte. Allah sandte ihm drei Gesandte mit dem Namen Sadiq, Sadduk und Shalom, und er glaubte nicht an sie. Auch von Bureyda bin al-Husayb, Iklama, Qadada und Az-Zuhri wurde berichtet, dass es Antokyoos war. Einige der Imame waren sich nicht sicher, ob es Antokyoos war, wie wir weiter unten sehen werden, nachdem wir den Rest der Geschichte erzählt haben, so Allah will. Als wir zwei Gesandte zu ihnen schickten, verleugnen sie die beide. Das heißt, sie beeilten sich, sie zu verleugnen. Also verstärken wir sie mit einem dritten. Bedeutet, wir unterstützen und stärken sie mit einem dritten Gesandten. Ibn Jurey berichtete von Waab bin Suleiman, von Shuab al-Jabbar. Die Namen der ersten beiden Gesandten waren Shamun und Johanna, Simon Petrus und Johannes. Und der Name des dritten war Paulus, Bolus. Und die Stadt war Antokyoos. Siehst du? Und sie sagten, bedeutet für die Menschen dieser Stadt. Wahrlich, wir wurden als Gesandte zu euch gesandt. Das bedeutet, von eurem Herrn, der euch erschaffen hat. Und der euch befiehlt, ihn allein anzubeten, ohne Partner oder Gefährten. Dies war die Ansicht von Abu Aliyah Qadada bin Diyama, behauptete, sie seien Gesandte des Messias. Ah, Paulus, Petrus und Johannes sind die Gesandten des Messias. Und das ist eine Meinung von großen Autoritäten. Und jetzt kannst du jetzt mal den Text nennen, wo steht, dass Paulus ein Apostel ist, auf dem ich da habe. Was? Was habe ich dir gerade vorgestellt? Was hast du gerade gehört? Guck mal. Ich habe gerade gehört, genau das, was ich dir zitiert habe. Und jetzt zitiere ich die Meinung von Ibn Papir, den Kommentar von Ibn Daximo. Aber ich habe eine Meinung von Paulus, also ich sage es ungefähr. Paulus ist ein Stauw, wo das Sowl genannt auf in dem Text. Oder ich hab eine Art von Ibn, von Gott gesagt, auf Jese gefällt. Paulus hat die Bibel von Messias verfälscht. Die Lehren von Jesus ist er abgewischen. Was, was, nochmal was? Er ist von den Lehren von Isa abgewischen. Er ist von den Lehren von Jesus Christus abgewischen. Willst du uns verarschen oder was? Aber was war denn die Lehren des Jesus Christus? Amir, ich habe noch zwei andere Gelehrte, die das bezeugen. Mach mich mal groß, er kann sich ein Screamshot machen. Natürlich, ich bin nur gerade am fahren, deswegen hat er Glück gehabt, die Tür. Ibn Ishak, kannst du dir gucken, Rizat Rasulallah auf der Seite 653 gestetigt genau das. Okay, soll ich dir sagen, Paulus, diejenige... Küsst an deinem Herrn, ich weiß, was es halt ist, dass du mir jetzt nicht so recht hättest. Okay, magst du Al-Tabari? Al-Tabari habe ich auch gerne die Ehre, Al-Tabari, witzig. Ah, okay, dann schreib dir das auf, hier. History of Book of Tabari, Volume 4, Seite 123. Tabari bestätigt Paulus, unter den Aposteln, unter den Anhängern, nach ihnen kam, waren der Apostel Petrus und wie gerade Amir gesagt hat, der Apostel Paulus, die Anhänger und die beiden... Warte, Moment, es geht weiter und die beiden gingen nach Rom, genau was bei uns in der Bibel drin steht. Und das ist der von Tafsiyah, guck mal, du kannst doch das auch nicht sehen. Ich zitiere jetzt von Al-Tabari, ich zitiere jetzt von Al-Tabari. Al-Tabari in Al-Jami Al-Ahqam, Al-Quran, ist das nicht von Al-Kurtubi? Du hast, naja, das ist ein anderes Buch, du hast gerade Al-Kurtubis Buch zitiert. Und Al-Tabari, die waren doch beide, der hat mir beide gezeigt. Ja, aber du hast, du hast den Namen von Al-Kurtubis Buch. Al-Tabari ist der Ansicht, dass Paulus die Lehre in Yusafaitch hat. Jetzt kommen wir zu Al-Kurtubis, genau der gleiche Ansicht. Und er kritisiert ihn selber, genau in diesem Tafsiyah, ich weiß nicht, wie es der Tafsiyah mir gezeigt hat, er kritisiert ihn sogar. Und er sagt, dass er... Wissen Sie, dass ihr alle nicht miteinander einverstanden seid, dass die ganzen Gelehrten immer unterschiedliche Meinungen haben. Ja, alle gleiche Meinungen. Ist eine riesen Verwirrung im Islam. Alle sind sich nicht sicher. Die sind sich noch nicht mal sicher, wie man beten soll. Soll man die Hände unter dem Brust halten, über dem Bauchlabel, am Bauch? Mein Lieber, du wächst gerade jetzt hin. Nein, ich will dir nur ein Beispiel geben. Immer ist es irgendein Unterschied. Der eine Gelehrte sagt das, die anderen sagen das. Such dir einfach irgendwas aus, was dir passt. Guck mal, guck mal, nein, 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 nein. Dann weißt du nicht, was fick ist. Dann machst du nie im Leben einen Muskel. Ah, dann machst du nie im Leben einen Muskel, ne? Selbst die Verwirrung ist schon verwirrt bei euch. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht verwirrt. Du wechselst ja gerade das Thema, wie bei dem Thema von Paulus. Und jetzt wechselst du zum Gebet. Ich wollte dir nur ein Beispiel nennen, dass die Gelehrten unterschiedlicher Meinungen sind. Sie geben dir ein paar Meinungen. Dann kannst du selber gucken, wie du klarkommst. Was ist das? Ganz genau wie mit dem Tod von Jesus Christus. Was dort passiert ist in Fure 147. Darf ich kurz hin? Darf ich kurz hin? Ja. Und Tafsir ist eine Erläuterung vom Koran. Und Firt ist die Art und Weise, wie man eine gottesliebische Tat durchführt. Okay, das verstehen wir doch. Firt und Tafsir ist doch, ja, das sind zwei verschiedene unterschiedliche Sachen. Deswegen habe ich doch gerade zu dir gesagt. In Zure 457 sind die Gelehrten total unterschiedlicher Meinungen, was wirklich am Kreuz passiert ist. Keiner weiß wirklich, was dort passiert ist und wer wirklich am Kreuz gestorben ist. 157. Welche Eier, mein Lieber? Soda Anissa, Eier 157. Keiner weiß, wer wirklich gestorben ist, was dort passiert ist. Manche sagen, der jüngste Jünger. Manche sagen, Judas. Ja, genau. Andere sagen, das war Judas. Ja, genau. Wie sollen die Leute das denn wissen? Keiner war an der Kreuzigung dabei. Wem wollte der Eltern das wissen? Ja, genau. Wie kann denn jemand sowas behaupten, dass das der und der war, der nie ein Augenzeuge war? Also ich vertraue doch der frühesten Schrift und zwar dem Johannesevangelium. Ein Zeitzeuge, ein Augenzeuge, der mit Jesus Christus gewandelt ist und mit ihm gegessen hat, mit ihm getrunken hat, alles. Und dann kommt auf einmal Mohammed 600 Jahre später und sagt, Jesus Christus ist nicht gekreuzigt worden. Obwohl es die Grundlage im Wert war. Guck mal, guck mal. Wir gehen jetzt von... Wir nehmen jetzt ein Jamia. Wir nehmen jetzt ein Jamia. Wir nehmen jetzt ein Jamia. Das ist ein Koran. Okay. Hier? 57, oder? Ja. Okay. Gewiss, für diejenigen sagten, wir haben ein Messias. Ja, ja, ja. Da sagt er. Und wir haben den Messias Jesus, Isa ibn Maruyam, sagen sie, wegen ihrer Aussage. Sie haben den Jesus, den Gottes Sohn getötet. Okay? Bedeutet, er habe, er ist er sein Lob in seinem Wort. Und wegen ihrer Aussage, der Aussage der Juden, wir haben den Messias, Isa ibn Maruyam, den Gesamten getötet, eine Lüge. Versteht ihr das hier? Oder soll ich euch jetzt mal auf Normaldeutschen? Was ist das? Allah widerlegt sich in dieser Sura mit der Aussage, dass Isa, der Sohn Marias, durch die Juden getötet worden ist. Hat er in dieser Aussage gelegt. Jetzt kommen wir zum Kontext der Erläuterung. Okay? Wir kommen jetzt zum Kontext. Der Kontext ist, At-Tabari kommentiert, dass Gott die Juden, die behaupten, sie hätten nie Isa, den Sohn Marias, den Gesamten getötet, At-Tabari betont, dass diese Aussage dann falsch ist. Und dass die tatsächliche Verhalten anders ist, gemäß dem Koran von Jesus, nicht getötet oder gekreuzigt worden ist, sondern es wurde ihm nur sogar dargestellt. Das heißt, Isa wurde nur dargestellt. Er wurde nicht getötet. Okay, ja, wissen wir doch. So, wer ist gestorben? Genau, da ist die Frage. Das war ein Jünger. Wo steht das? Das steht. Das haben wir auch mal gesagt. Aber selbst wenn du sagst, das war ein Jünger, gibst du dir selber einen Akkord. Weil Allah sagt selber in Suche 17, Vers 15, es gibt niemanden, der die Last und die Seele eines anderen tragen kann. Das heißt, ihr gebt euch selber den Akkord. Das kann doch nicht sein. Also hat Allah an sich Ungerechtigkeit zugesprochen. Lass doch wie normale Menschen reden, nicht wie keine Kinder. Da hat ein Hund zu in die Seele in den Tod geschickt für alle andere. Genau. Wie normale Menschen reden nicht wie Kinder, okay? So, jetzt kommen wir gleich. Ja genau, dann hör auf wie ein Kind zu argumentieren, sondern lies richtig. Weil das wieder ein Themawechsel ist, okay? Küss doch dein Herz. Das ist kein Themawechsel. Wir haben dich gefragt, wer ist gestorben am Kreuz. Schrei nicht, schrei nicht. Schrei nicht. Schrei nicht gerade an. Ich will doch auch dir was in deinem Gehirn. Du weißt aus, ich hasse es, wenn du ausweißt. Weiß nicht aus. Bleib beim Thema. Wir bleiben beim Thema. Wir bleiben beim Thema. Aber ihr habt jetzt gerade ein Argument gesetzt und mich ausgelacht. Und ich habe dieses Argument geteilt. Keine Seele wird die Last einer anderen Seele tragen. Was ist damit gemeint? Dass keiner die Sünden von den anderen tragen kann. Du kannst nicht sagen, ja ich trage die Sünden. Kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, ja ich nehme diese gute Tat, ich gebe ihnen diese gute. Es gibt Ausnahme. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Okay, sag mir, gib mir dann den Beweis für eine andere Sache. Für die andere Meinung. Ja. Der Mohammed sagt zum Beispiel, dass Allah die Juden und Christen anstelle von dir uns austauschen wird. Wir werden für deine Sünden bezahlen. In der Achida. Ist das in Ordnung? Richtig. Wo steht das? Wo steht das, zeige ich dir sofort. Pass auf. Guck dir das an, Abu Malik. Und dann sagst du mir, dass Allah Gott ist? Pass auf. Er wird dich durch uns ersetzen. Wir werden dann den Platz der Höllenfeuer einnehmen und du wirst freikommen. Wir werden deine Sünden sagen. Wir werden deine Sünden sagen. Für den Beweis für alle Menschen, die drin haben. Für den Beweis für alle Menschen, die drin haben. Ja. Ja. Hast du was zum Schreiben? Ich bin kein Alim. Ich bin kein Alim. Ich bin kein Alim. Warte. Jetzt hab ich jetzt. Ja. Wenn du kein Alim bist, warum tust du dann so, als wärst du den übelst wissende Typ auf einmal? Bin ich ja nicht. Auf einmal sagt, ich bin kein Alim. Habt ihr gesehen? Wenn es auf einmal brenzlig wird? Hier. Hör dir an, was dein eigener Prophet zu sagen hat. Sahih Muslim. Buch 37. Hadith 66686. Du Teufel. Am Tage der Auferstehung würden Menschen unter die Muslime kommen, die so schwere Sünden wie einen Berg hatten. Und Allah würde ihnen vergeben und er würde die Juden und die Christen an ihrer Stelle setzen. Siehst du? Was ist das denn bitte? Warte, 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 warte mein Lieber. Freu dich nicht so früh. Freu dich nicht so früh. Freu dich nicht so früh. So. Welches Hadithbuch meinst du? Sahih Muslim? Sahih Muslim, Buch 37. Hadith 6668. Also Sahih Wu, Sahih shem. Ja. Warte, mich vielleichtrellst du für den Buch. Keine Lasttragende Seele tränk die Last einer Anderen. Und doch lässt Allah uns deine Last tragen. Und, Eaah, Arbo Malik, nur zur Info. Judas hat sich vor der Kreuzigung gehangen, fällt raus und jeder Jünger hat nach der Kreuzigung weiter gelebt. Warte mal, ganz kurz eine Frage. Du meinst gerade 6668 oder 6668? Buch 37, Hadith 6668, dreimal 6,8. Die Nummer von Sahih Muslim geht nicht so hoch. Hallo, gib das im Internet ein. Die Nummer von Sahih Muslim geht nicht so hoch. Wie ist das im Internet da? Das ist auf koranx.com. Sahih Muslim, okay, warte, gucken wir mal. Gib einfach bei Google ein, Sahih Muslim, Sahih Muslim 37, Doppelpunkt 6668. Dann wirst du es finden. Sei schlau. Ich hab sofort gefunden. Aber Sahih Muslim hat nicht so eine hohe Nummer. Siehst du, wie das jetzt vertuscht der Typ? Ich hab's hier vor mir. Der will das nicht aufschlagen, der Typ. Guck mal, Sahih Muslim hat nicht so eine Nummern. Ich weiß nicht, von wem du das... Aber was hab ich dir gerade eben gesagt, was du machen sollst? Warte mal, willst du mir jetzt gerade mit verfälschten Hadithe kommen? Nicht von Deutsche, Mann! Nicht Deutsche, verfälschte. Verfälschte, ne? Guck mal, wie der jetzt tut da ein bisschen ausweizen. Schau das mal an. Guck mal, Sahih Muslim hat nicht so hohe Nummern. Mach das, was ich dir sag und dann wirst du es finden. Sahih Muslim, Buch 37, Hadith 6668. Das sind Muslime, das ist eine muslimische Seite. Das ist keine jüdische Seite. Sag mir mal, ich hab mir eine Frage. Sag mir mal, wo ist ein 37. Buch von Sahih Muslim? Das ist in der, es ist in der Online-Ausgabe. Sagst du das jetzt? Sahih Muslim hat online gemacht. Online-Ausgabe ist nochmal anders. Die Online-Referenz ist nochmal anders, Mann. Guck mal, mein Lieber. Ich schinde, dieses... Reicht nicht aus? Alle finden das, außer du? Okay, eine Frage. Aber in den Büchern steht... Wo steht das in den Büchern? Sag mir das mal bitte. Sehst du, wie der nicht lesen möchte? Ja, wir haben nicht so große Nummern. Wenn er die komplette Religion auseinander nimmt... Seht ihr das? Seht ihr das, wie der nicht aufschlagen will, um das zu lesen? Weil das nämlich den kompletten Islam ruiniert? Obwohl... Ich frage dich ein letztes Mal. Ich frage dich ein letztes Mal. Ich frage dich ein letztes Mal. Möchtest du jetzt nachschlagen, oder willst du raus? Ich beschreib mir jetzt, okay. Ja, okay, dann mach. Wie der hier Takeya praktizieren will. Wahnsinn. Ja, aber es ist auf Englisch. Okay, ich schläge es auf Englisch. Warte. Oh, wie schlimm. Du hast es aber gefunden. Ich habe kein Problem auf Englisch. Ja, aber guck mal, das steht nicht in dem Büchern drin. Du willst mir grad mit einem... Das steht in dem Büchern. Zahi Muslim 2767 A. Das ist 6671 hab ich. 6671. Es sind mehrere Hadith, die das bestätigen, Mann. Guck mal, das ist 668. Obwohl ich es noch nie gesehen habe. Mach dir mir ein auf Unwissen auf einmal. Bist du der größte Jail geworden, oder was? Unfassbar, ey. Ja, das nimmt nämlich seine gesamte islamische Theologie auseinander. Wenn auf einmal der Muhammad sagt, Ja, der Allah wird dich anstatt... Also uns wird er ersetzt durch deine... Wir werden deine Sünden tragen. Und wir werden ins Höllenfeuer gehen. Anstatt er. Ist das zu fassen? Das ist also Gerechtigkeit? Ja, der Katastrophe, der Katastrophe. Warum rauscht das denn so? Das bin nicht ich auf jeden Fall. Ja, möchtest du das jetzt aufschlagen, oder was ist los? Ja, Möchtest du das jetzt aufschlagen, oder was ist los? Ja, richtig. Die so schwere Sünden wie Bergen haben. Und Allah wird ihnen vergeben. Und er wird stattdessen die Juden und die Christen an ihrer Stelle setzen. Abu Raub. Jetzt kommt. Abu Raub, ich weiß... Okay. Hallo, 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 hallo. Es geht ja noch weiter. Hallo, hallo, hallo. Ja, was geht denn da noch weiter? Abu Raub sagt, ich weiß nicht, wer Zweifel daran hat. Abu Burda sagt, ich habe es. Umar ibn Aziz erzählt, worauf er sagte, wer war es dein Vater, der es von dir gesandt, äh, vom Gesandten Allah s.a.m. gebraucht hat. War die Falle? Ich sagte ja. Jetzt kommt der Kommentar. Dieser Hadith spricht über die Barmherzigkeit und Gnade Allahs, gegenüber dem die flere Sünden begehen. Das ist Barmherzigkeit. Das ist also Barmherzigkeit, wenn Allah dein Berg voller Sünden mich tragen lässt und ich muss in die Hölle gehen. Komm mal, hast du mich grad nicht zugehört? Richtig, haben die alle zugehört, genau. Es bricht über die Barmherzigkeit und Gnade Allahs gegenüber denen, wo jetzt kommst, die schwere Sünden begehen, aber im Herzen, das schwer ist, wahre Reue zeigen. Ja, aber es geht doch darum, dass wir anstelle von dir in die Hölle geschickt werden. Wir werden deine Sünden tragen. Ja, mit zu, mit zu, mit zu. Ja, jetzt sag ich jetzt. Wie der nervös wird, wie der nervös wird. Der Hadith ist, wie der drumhaut. Mein Lieber, mein Lieber, ich gebe dir jetzt mal kurz Unterrichtung, ist klar ein bisschen schock. Man nennt das, man nennt das. Du wurdest hier gerade vorgeführt, du kleiner Junge. Hallo, hör mir zu, hör mir zu. Ich bin auf jeden Fall kein kleiner Junge. Ich bin auf jeden Fall kein kleiner Junge. Hör mir zu. Du bist ein kleiner Junge, du bist grad mal 18 Jahre alt und hast dich blamiert. Ja, aber ich bin auf jeden Fall nicht ein kleiner Junge. Jetzt hör mir zu. Doch, du bist ein kleiner Junge, du bist 18 Jahre alt und hast dich blamiert. Jetzt komm, warte, 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 hör mir zu. Hör mir zu. Siehst du, ich dich entdaffen? Ganz schnell. Die Juden und die Christen. Die Juden und die Christen. Die Schirk begangen sind. Ja, die jetzt den Schirk begangen haben. Sie werden so und das... Ob wir Schirk begangen haben oder was auch immer wir begangen haben. Du wirst mit einem Berg von Sünden vor Allah stehen und er wird deine Sünden auf uns legen und wir werden in Höllenfeuer kommen und du wirst freikommen. Warum freist du so? Die werden... Ja, du übertunst mich. Die werden in die tiefste Hölle gehen. Und deshalb werden sie auch die Sünden tragen von den Muslime, die Reue gezeigt haben. Also siehst du, wie ungerecht Allah ist? Er wird uns deine Sünden tragen lassen. Aber es heißt, niemand kann die Last einer anderen Sehne tragen. Wie kann das sein, dass ich auf einmal deine Sünden tragen kann? Aber was hab ich damit... Was hast du denn damit gemeint? Ich hab extra betont. Jaum al-Qiyama. Ja, jaum al-Qiyama. Am Tage der Auferstehung. Da, wo abgerechnet wird. Wie kann denn Allah auf einmal sagen, dass wir deine Sünden tragen werden? Ist doch Blödsinn, Mann! Guck mal, der ist... Guck mal. Der Hadith... Guck mal, der Hadith... Guck mal, der Hadith... Guck mal! Guck mal! Ich bin wieder nervöser, wie der immer weiter nervöser wird! Guck mal! Ich weiß, mein kleiner Du bist nervös. Guck mal, hör mich zu, hör mich zu! Ich sage mir jetzt die Widerlegung von dir! Guck mal, der Hadith... 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 zumindest eine begründung geben das wäre zumindest eine auslegung warum allah die ganzen juden beziehungsweise die ganzen christen am kreuz getäuscht hat damit er so viele zum umtauschen 630 jahren das wird das erklärt wollte mich jetzt mal ausreden lassen und nicht immer wechseln ich werde sagen ich will das erklären so jetzt kommt es aus seiner barmherzheit und vergibt ihnen und belohnt sie und jetzt kommen wir die juden werden ins feuer gehen und dann wird allah sagen die jungen werden ins feuer gehen und jemand im paradies gehen und die juden aber du lässt den teil aus dem mit dem sünden tragen wer trägt einen riesenberg von sünden wir haben den hadith gerade wortwörtlich gesehen oder wortwörtlich gelesen die ungläubige werden an ihrer stelle durch strafe okay was wo steht dass die sünden getragen werden da steht die ungläubige mann ihrer stelle durch strafe geht aber was macht denn der allah der tauscht dich ein gegen uns guck hier am tage der aufrichtung würden menschen unter die muslime kommen die so schwere sünden wie ein werk hatten und allah würde ihnen vergeben und er würde die würde die juden und christ an ihrer stelle setzt was das muss ich jetzt nehmen wir hier normal oder sollen wir hier rumschreien denn es geht doch nicht du bist du über tröbst mich auch ich habe keinen nerven für dich guck mal zum eine millionsten mal allah wird dich du wirst ein mit einem berg voll sünden vor allah stehen und dann wird allah dir vergeben deine sünden werden auf uns getragen der ganze berg voll sind wird auf uns ich hab das gerade erklärt und du widerlegst die aussage die ich dir gesagt habe obwohl sie gar nicht überlegt da ist bleib dran bleib dran nein 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 flieh nicht bleib dran bleib dran okay guck mal was damit gemein ich habe gedacht die juden werden oder so ins höllenfeuer rein gehen und die christin was die juden und die christin werden ins höllenfeuer gehen und da steht nicht dass sie die sind an der anderen frage sie da in der in die ganze kontext beachten am tage der auferstehung werdet ihr muslime mit einem berg voll sünden vor allah stehen und er wird euch vergeben und uns die last von euch tragen lassen wir werden ins höllenfeuer geschmissen durch eure taten ich berichte jetzt im hadith noch ein einziges mal steht klar und deutlich an ihrer stelle ersetzen ersetzen ich berichte ich berichte im hadith noch ein einziges mal und dann bitte ich euch bitte was zu vertreten so ich mache es jetzt richtig mit einer betonung dass ihr das alles der gesamte allah sallallahu alaihi wassallam der gesandte allah sallallahu alaihi wassallam ich kann nicht mehr das ganze gar nicht mehr zu es werden menschen es werden menschen menschen die muslimen am tag der auferstehung kommen die so schwere sünden wie bergen haben so haben wir verstanden und allah wird ihnen vergeben und er wird stattdessen die jude vergeben und stattdessen wird er deine sünden uns tragen lassen nichts anderes wieder philosophie und er wird nicht verarscht oder was er wird die juden und christ an ihrer stelle setzen du kommst mit einem berg voll sünden deine sünden werden auf uns übertragen und wir werden den zocken vergeben und er wird dann die juni jetzt an ihrer stelle setzen und die juni wird dann nicht vergeben er wird die in höllenfeuer rein machen abu malik abu malik war was anderes wenn ich zum beispiel niemals gesündigt hätte hätte allah eine berechtigung mich ins höllenfeuer zu schmeißen abu malik was wenn ich zum beispiel in meinem leben noch niemals gesündigt habe hat allah eine berechtigung mich ins höllenfeuer zu schmeißen aber hast du die offenbarung vom islam bekommen antworte mir bitte abu malik wenn ein menschen abu malik konzentriere dich bitte abu malik warum bestraft uns gott abu malik ja okay ich sagte wir können es nicht pauschalisieren hast du den islam schon in der offenbarung bekommen hast du schon die wahi bekommen abu malik antwort auf meine frage weich nicht aus ja wir können es doch nicht pauschalisieren warum bestraft uns gott abu malik warum bestraft uns allah ok hör mit du weißt was pauschalisieren bedeutet abu malik warum bestraft uns allah ich kann es doch nicht pauschalisieren ich muss doch eine verbindung haben weil wir sündigen abu malik deswegen bestraft uns alle aufgrund unserer sünde richtig mein lieber pauschalisieren können wir nicht antworten das kann doch nicht wahr sein ich kann dir ganz normal antworten wenn jemand mich fragt warum bestraft ich gott dann sage ich ja weil wir sündigen weil wir eine sündige natur haben und wenn wir sündigen haben wir gegen gottes gebote verstoßen und dann werden wir in zöllenfeuer geschmissen wegen der sünde warum kannst du nicht normal antworten ja ich antworte dir aber ich hab dir gerade gesagt man kann sich pauschalisieren warum pauschalisieren also man kann sich pauschalisieren ok eine frage wir nehmen jetzt den mensch vor unseren augen wir nehmen uns jetzt als wilden ok der mensch hat nie sünden begangen war ein guter mensch hat er schon die offenbarung vom islam bekommen also weiß er dass der islam existiert ok wenn zum beispiel ein baby das noch nicht das alter der sünde erreicht hat hat es die berechtigung ins himmelreich zu gehen oder hölle der professor sagt ein überlieferung die kinder der musikun sind auch sind mit den kindern der muslim ungefähr so dass die kinder der musikun auch in den himmel ergehen werden solange sie nicht die europa alles klar klar schlag bitte vor uns sahim muslim hadith 266 2c auf abo malik sahim muslim hadith 266 2c jetzt schauen wir mal was dein prophet wirklich gesagt hat was wo kinder die noch niemals gesündigt haben wo man sündigen kann was sagt er denn da welches buch welches buch ich sag zu dem sei muslim ja ok aber welches buch von ihnen schlag einfach auf man sei muslim 266 2c ich finde es nur bei sonat.com und sonat.com nehmen wir nicht an dem ich an dem ich an dem ich angeblich angeblich eine andere fähig buch 46 buch 46 ok kommer ich habe mich schon ein anderer sich ich warte ich guck selber wer ein lied singt meint ihr das Hallo, da steht die Buchreferenz sogar. Hör auf damit. Ja, okay, ich hab jetzt geöffnet. Buch 46, Hadith 47 steht da, oder? Bei sunnah.com? Ja, das steht da. Ich hab's woanders geöffnet. Okay, was steht denn da in diesem Hadith, was du jetzt gefunden hast? Jabri ibn Abdullah, wo der Prophet sagte, wer ein Leak bringt, das einen schlechten Einfluss hat... Nein, das ist nicht der Hadith. Das ist nicht der Hadith. Nein, nein, du musst bitte auf sunnah.com gehen und da unten geben sie diese Referenz an. Buchreferenz oder auch Online-Referenz. Das ist eine authentische Seite von euch Muslime. Ist ja Quatsch, sowas zu behaupten. Nein, sunnah.com ist von, wenn du wüsst, von dem hin gemacht worden ist, guck dir mal die Widerlegung von ihm an. Ich bitte dich, wir brauchen nicht darüber reden. Von wem ist das gemacht worden? Von Juden? Das ist von Ahnud Sunnah-Folge gemacht worden. Wir haben seltene Fälschungen da reingemacht. Sehr viele Fälschungen da reingemacht. Ich kann, ich kann einfach nicht mehr. Ihr macht mich wahnsinnig. Ihr habt eine gute Tat gehabt, seid ihr nicht richtig? Der ist das. Ist der das, ja, ne? Okay, aber ich finde das nicht bei den richtigen Quellen. Finde ich nicht. Du machst das extra. Ich weiß, war das unangenehm. Ich mache es gerade nicht extra. Der einzige Hadith, den ich gefunden habe, ist Buch 46, Hadith 47. Genau wie es da unten steht, da steht, er hat gewarnt von den Leuten, die Lieder singen. Nein, es geht darum, dass ein Kind gestorben ist und dann Aisha sagt, oh, Allah ist Gesandter. Da ist Glückseligkeit, denn es ist ein Paradiesvogel. Das wird im Himmelreich sein. Also die Aisha denkt, dass dieses Kind, das gestorben ist, das das Alter der Sünde noch nicht erreicht hat oder wo man sündigen kann, ins Himmelreich kommt. Auf einmal sagt Mohammed, nein, Aisha, es könnte auch anders sein. Denn Allah hat schon für diejenigen bereit gemacht, die in die Hölle fahren und für diejenigen bereit gemacht, die in den Himmel gekommen sind. Also das Kind, das noch nie gesündigt hat, hat nicht die Berechtigung, ins Himmel zu kommen. Warte, warte, ich guck mal, ob ich den Hadith finde oder nicht auf einer Hand. Ah, jetzt guck mal, ob du den Hadiths findest. Ja, Gott. Aber hart, ey, aber hart. Ich finde den nur bei Shunna.com, da gibt es keinen einzigen, der den zeigt, aber du weißt. Okay, warte mal ganz kurz. Ich werde dir da woanders auch noch finden. Pass auf. Das ist ja unglaublich. Ich habe ihn gefunden. Hast du gefunden? Ja. So. Der Prophet SAW sagte, ich muss mich ungefähr übersetzen. Komm mal, die Glückseligkeit für das Kind, das ist ja unglaublich. Das ist wie ein Vogel, das so ein Vogel des Paradies ist. Er hat keine Sünde begangen. Doch hat er das Jahr erreicht, das Sünden macht. Sie sagt Aisha, es kann anders sein, weil sie, weil Allah das Paradies für die Leute gemacht hat, bestandhaft sind. Was macht der da? Und er hat den Paradies erschaffen für diejenigen, die zur Hölle gehen. Und er hat die Hölle erschaffen. Ist das Gerechtigkeit, Abu Malik? Ein Kind, das noch nie gesündigt hat, obwohl du gerade eben gesagt hast, dass dein Prophet gesagt hat, dass Kinder ins Himmelreich kommen? Okay, eine Frage, aber der Hadith spricht komplett im Widerspruch zum Hadith von sunat.com. Willst du mich gerade verarscht? Das sind alles Widersprüche in deiner eigenen Religion, Mann. Nein, sunat.com nehme ich auch nicht an, Habibu. Da steht die Buchreferenz, du kannst das Buch sogar kaufen, Mann. Ich habe es jetzt gerade, ich habe es gerade genau in diesem Hadith geöffnet. Da sagt er, der Prophet sagt, das Kind ist wie ein Vogel, das in den Paradies fliegt. Das sagt nicht der Prophet, das sagt Aisha. Doch, sagt der Prophet SAW. Aisha reportet und sagt, dass dieses Kind der Ansar gestorben ist und jetzt ein Paradiesvogel ist. Es hat noch niemals gesündigt. Aisha sagte, sagte zum Propheten. Mein Gott, wie liest du überhaupt dein Hadith? Das ist ja Katastrophat. Ich muss ja auf Deutsch übersetzen, mein Lieber. Aisha sagte zum Prophet SAW, dass dieser Kind wie ein Vogel ins Paradies reingehen würde. Okay? Weiter. Und er hat noch nicht das Jahr der Sünden erreicht. Aha. Abu Malik, hast du gehört? Hast du gehört, was Aisha sagte? Das Kind muss ungefähr ein, zwei oder drei Jahre gewesen sein, ne? Na, das steht da nicht, aber egal. Aber Abu Malik, bitte mach kein Spielchen mit mir. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Ein Kind, das noch niemals gesündigt hat, ist ungefähr ein, zwei oder drei Jahre alt. Ab vier, fünf Uhr antritt ungefähr das Bewusstsein ein. Abu Malik, Islam, ab der Pubertät sind nix du, okay? Ab der Pubertät ist man reif, warum hat dein Prophet ein unreifes Kind auseinandergenommen? Guck mal. Guck mal, du wächst wieder Thema. Du wächst wieder Thema. Du wächst wieder Thema. Ja, du hast damit angefangen. Guck mal, sind die ganze Zeit eben so im Teufelskreis. Willst du jetzt bei einem Thema bleiben? Bleib bei einem Thema, genau. Weich nicht aus. Komm dir bloß nicht an mit Pubertät. Ein dreijähriges Kind ist auf einmal Pubertät, weil es instruiert. Guck mal, ich kann mit dir nicht reden. Wärst du bereit, ein dreijähriges Mädchen, das Pubertät zeigt, also die Furcht vor dem Pubertät und auf einmal instruiert? Wärst du bereit, mit ihr zu verkehren oder was? Warum wechselt es gerade Thema? Per Definition ist das für dich ja vollkommen in Ordnung. Wechselt es gerade Thema wechselt? Warte, wechselt es gerade Thema wechselt? Okay, bleib beim Thema, komm. Warum sagt der Prophet? Er sagt, es gibt Leute, die sind für die Hölle erschaffen und Leute, die für das Paradies erschaffen sind. Er hat es im Urtext andersherum. Die Leute, die für das Paradies erschaffen sind und die Leute, die für das Höllenfeuer erschaffen sind. Okay, und was daran zeigt? Warum sagt der Mohammed denn nicht in dem Falle, du hast recht, Aicha, lass uns zusammen freuen. Es ist zwar gestorben, aber er ist im Himmelreich. Guck mal, hör mir zu. Beides, eine Wahrheitskeit vom Propheten. Er hat, ich will jetzt den Thema nicht wegstellen, deshalb bleib ich mit dem Thema. Das ist eine Barmherzigkeit, dass ein Kleinkind gestorben ist. Komm, 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 komm. Gebt Informationen extra, zum Beispiel Leute. Du hast doch gerade eben noch gesagt, dass die Kinder der Muschrikun zusammen mit den Muslimen ins Himmelreich gehen. Jetzt auf einmal sagst du, das ist Barmherzigkeit von Allah, du Kamelurinen. Hä? Hä? Was? Du verdrehst gerade meine Worte, mein Lieber. Was habe ich gesagt? Habt ihr das gehört? Ich verdrehe deine Worte. Frag die Leute, Mann, wie krank du bist. Okay, lass mich mal ganz kurz mich selber verteilen. Ja, Moment, Moment. Moment, Moment. Darf ich kurz so was sagen? Aber Amir, ich weiß nicht, ob der das wusste. Wenn er über ungläubige Kinder spricht, musst du ihn mal fragen, ob er wusste, dass die eingesetzt werden als Diener für euch im Paradies. Wusstest du das, Abu Malik? Guck mal, du denkst das Thema. Wir gehen gleich zum Thema. Nein, nein, wir reden gerade über Kinder. Wir gehen gleich zum Thema. Nein, ich will bei dem Thema bleiben. Wir gehen gleich zum Thema. Wir gehen gleich zum Thema. Lass mal, lass mal, gerade eben, Abu Malik, wir halten fest, gerade eben sagst du, ja die Kinder der Muschrikun, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, die Kinder der Muschrikun werden zusammen mit den muslimischen Kindern im Paradies sein. Auf einmal zeig ich dir ein Hadith, weil das genau das Gegenteil behauptet war. Amir, dieser Tücher-Spielschirm, damit dass du mich in schlechtes Licht, in einem schlechten Rampen nicht stellst. Das haben alle gehört, Mann. Okay, okay, warte mal. Hat jemand eine Aufnahme? Alle, ja natürlich. Ich hab dir das wieder gegeben, was ich dir gesagt habe. Dann lass mal später die Aufnahme angucken und dann werden wir sehen, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, hör mir zu. Ich habe gesagt. Hör mir zu. Hör mir zu. Darf ich mal ganz kurz aussprechen? Ganz kurz und dann können wir weiterlaufen. Ja, okay. Ich hab dir heute eine Stellung. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Herr Isha, es werden Leute in Zölf und ins Paradies. Sie sind extra dafür erschaffen. So, was ist damit gemein? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sehen wir ein Beispiel. Er hat Leuten extra Informationen gegeben. Wie zum Beispiel Leute, die gefragt haben den Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch mal mehr, was er Wudu macht. Er sagt, das Wudu ist Tahur, also reinig und reinigen und die Sachen da drinnen kann man essen. Was hat diese Sachen, die da drinnen sind, damit zu tun, was sie gefragt haben? Nichts. Er hat ihnen extra Informationen gegeben. Was für eine blöde Antwort, Mann. Was ist das für eine blöde Antwort? Da steht ein Kind, das noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat. Da sagt ein Prophet einfach, ja wir wissen es nicht. Vielleicht hat Allah ihn für die Hölle geschaffen. Was ist das für eine Barmherzigkeit? Was erzählst du für ein Quatsch, Mann? Er hat gesagt, er hat gesagt, Aisha, es gibt's Leute, die wie das Paradies erschaffen werden. Na, hätte er nicht sagen, nach deiner Auffassung, was du vorher gesagt hast, hätte er sagen müssen, du hast recht, Aisha. Kinder und die Kinder, die sind die Menschen, die sind die Menschen, die sind die Menschen, die sind die Menschen, die sind die Menschen. Die Kinder der Mushtikun werden zusammen im Himmelreich sein. Wo? Hör mit zu, hör mit zu, hör mit zu. Hör mit zu, hör mit zu, genau. Hör mit zu, hör mit zu. Erste Sache, ich hab ganz am Anfang von gesagt, es sei ich de lauf, ob sie ins Dings gehen. Aber... Jetzt auf einmal ich de lauf. Habe ich ganz kurz davor gesagt, hallo. Habe ich ganz kurz davor gesagt, hallo. Habe ich gesagt, ich de lauf, eine Meinungsverschiedenheit dieser Täuscher? Nein. Ne, das habe ich jetzt nicht gesagt. Der lügt, der lügt um sein Hintern zu retten, der Typ. Nein, 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 nein. Okay, dann werden wir die Aufnahme ansehen und dann wirst du selber dir einen K.O. geben. Wir werden die Aufnahme dann ansehen. Nein, wir werden die Aufnahme dann ansehen. Ich will dein Teuchern. Mit 18 Jahren! Ich gebe dir einen K.O. auf die Schlesse. Das ist gleich gerade richtig. Takiya Boy, man. Du bist ein Takiya Boy. Nein, 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 nein. Wir bleiben beim Thema. Komm, bleiben wir. Bleiben wir jetzt. Fest. Warum bist du ein Takiya Boy? Warum bist du ein Takiya Boy? Du bist ein Takiya Boy? Ich schreis ganze Zeit mit dem Fremd. Ich schreis ganze Zeit mit dem Fremd. Warum bist du ein Takiya? Warum lügst du denn die ganze Zeit? Warum lügst du dein Hintern zu retten, Abu Malik? Ich schreis nicht. Du lügst die ganze Zeit. Alle haben dich gehört. Alle haben dich gehört. Du hast nicht einmal Ikhtilaf erwähnt. Du hast nicht einmal gesagt, dass der... Du hast nicht einmal gesagt, dass der Mohammed gesagt hat... Ich hab Ikhtilaf gesagt. Du guck die Wiederholung an. Nein, hast du nicht gesagt. Guck doch die Wiederholung an. Und daher kriegst du das Lied. Kann mir bitte jemand einmal die Wiederholung senden? Ah, also die ganzen Line? Bitte. Dann werden wir uns das mal angucken. Dann werden wir uns das mal angucken. Weil du lügst gerade. Die Leute lassen dich auswanden, Abu Malik. Du lügst gerade. Nee, gib mir die Wiederholung. Bitte. Du hast nichts zu bringen jetzt. Abu Malik. Bitte, komm ja auch. Du brauchst nichts mehr zu bringen. Du kannst doch noch rauskicken. Du brauchst nichts mehr zu bringen. Und jetzt versuchst du diese Psychologie mit mir zu machen. Und die Leute zu sagen, ja du hast... Bitte komm mal zur Wahrheit. Du bist kein kleines Kind mehr. Du bist doch selber ein Kind. Doch selber ein Kind. Der Typ ist wahnsinnig. Bring mir jetzt in Hand. Stell dir gerade meinen Sohn vor mit 20. Wenn der so wäre. Du bist doch dein Ernst. Ja genau. Hallo. Das ist dein Lied. Abu Malik. Das ist dein Lied. Ja genau. Dann spielmen wir. Du bist doch einanu desiren. B пятig sind weg, Ema Srin. Du hast nur keinen property. Mannar bringt dich. Das ist eher schrappend. Und du bist. Du bist. Und du bist compartmentalien. Das war kaum, Du bist. Du bist inflation. Aber der ist süß, der ist süß, der ist süß. Ja, der Apokalik sagt, so gut es geht, verteidigen, aber es geht nicht, da gibt's nicht. Morgen kannst du dich verteidigen. Ich bin eigentlich wegen was ganz anderem hochgekommen. Zeig mir das, aber dankeschön. Ich bin eigentlich wegen was anderes gekommen. Du weißt ja, ich bin wegen dir zum Glauben gekommen, das hab ich dir mal erzählt. Wegen mir? Ja klar, hab ich dir noch mal erzählt die Geschichte. Ja, da war mal was, ja stimmt, jetzt wurde es erwähnt, Wahnsinn. Halleluja, weißt du. Ja, weil ich eifersüchtig war, weil meine Liebesgefährtin hat deine Videos, hab ich gesagt, guckst du dir so einen Schwachsinn an, so alle haben Schreien und so. Und dann bin ich auf die Geschichte. Halleluja, gefressen, meine Herr Jesus Christus. Aber heute ist der Tag gekommen, ich muss dir einmal widersprechen. Ja. Du hast eben eine Aussage gemacht, vielleicht hast du die auch falsch gemeint. Weil du hast gesagt, Jesus Christus wurden die Gebeine gebrochen. Was der Jesus Christus meint ist, und er konnte all seine Gebeine zählen, dass er sie sehen konnte. Ja. Weil Jesus Christus ist der einzige, den kein gebrochenes Bein, und das lesen wir schon im Salmen 3421. Ja. Er wird bewahrt, ihm alle Gebeine zu zählen, und kein Knochen wird ihm zerbrochen. Ja. Warum? Weil laut Judentum, reine Lämmer, die geschlachtet werden würden zur Sündenvergabe, denen wurden kein Knochen gebrochen. Und Jesus Christus bedittelt sich ja als das Lamm Gottes. Ja, genau. Ja. Sicher habe ich auch was dazu gelernt. Amen. Ich lasse mich gerne an. Kein Problem. Nein, weil viele reingeschrieben haben. Wenn ein Bruder dann hier reinkommt und das dann korrigiert, ist doch super. Ist doch toll. Danke. Ja. Aber gut. Ich hatte trotzdem ein bisschen Spaß mit Abo Malik. Ja, das war richtig lustig. Wie der auf einmal sehen musste, mit seinen eigenen Augen lesen, dass das, was er sagt, hölliger Blödsinn ist und dem widerspricht, was sein eigener Prophet sagte. Ja, Mohammed hat gesagt, dass die Kinder der Muschikun und die zusammen mit den Kindern der Muslime ins Himmelreich gehen. Und dann siehst du auf einmal... Ja, richtig. Richtig, die kommen ja auch ins Himmelreich. Laut Suche 56 Vers 17 steht da drin, die jungen Knaben sind ja die Kinder der Unbläubigen. die als Diener eingesetzt werden im Paradies für die Muslime. Wusstest du das? Das ist hier eben Abbas. Die werden auch wieder ersetzt? Ja, klar. Also pass auf, die Suche 56 Vers 17, es steht ja drin, es werden junge Knaben im Paradies sein. Wenn du eben Abbas öffnest, der berichtet, dass die jungen Knaben, also die Jünglinge, die da erwähnt werden... Nicht, dass es in Suche 22 bis 24, junge Knaben? Nein, nein, Suche 56 Vers 17 steht das. Okay. Genau. Die jungen Knaben stehen doch jetzt nur 52 Vers 24, ist doch junge Knaben. Nein, es werden junge Knaben um Erlaufen. Ich suche 56 Vers 17. Ah, okay, dann wird das in zwei Stellen also im Koran erwähnt. Ja, pass auf. Aber wenn du jetzt in Tafsir, ich lese es dir vor, von Ibn Abbas, äh 56, was wollte ich ihm nämlich gerade sagen? 17? Warte. Jetzt halte ich fest, was da drin steht. Jetzt halte ich fest, was da drin steht. Und die Katastrophe ist, vor vier Tagen haben die ein Wort geändert, von Jünglinge in Jugendliche. Das war vor zwei Tagen nicht so. Warte, ich lese mal was. Warte. So. Hier. Jetzt halte ich fest, da steht drin, dort warten auf sie für den Dienst der ungläubigen jugendlichen Diener. Es wird auch gesagt, dass dies die Kinder der Ungläubigen sind, die als Diener der Bewohner des Paradieses gemacht werden. Ein anderer Vers sagt, dort warten sie, Jünglinge, und sie sind unsterblich. Sie werden niemals sterben oder den Garten verlassen. Also unsere Kinder, ungläubige Kinder, werden für die Ewigkeit für die Muslime als Diener ins Paradies kommen. Meine Kinder oder eure Kinder müssen den Muslimen dann immer noch zur Verfügung stehen. Genau. Dann habe ich das einem Moslem erzählt, meinte, ja okay, aber sie kommen doch wenigstens ins Paradies. Was? Ach, habe ich gesagt. Super Ehre, habe ich gesagt. Habe ich dir Jesus Christus gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Egal ob der Moslem ist, ungläubige. Matthäus 19. Ja. Krass. Ja gut. Bei dir ist das so laut, du merkst das nur nicht. Bei dir ist das so laut. Achso. Okay. Alles klar, Claudia. Danke dir, Bruder. Gottes Segen an alle, ja. Gottes Segen. Ciao. Hammer. Wundervoll. Oh, jetzt habe ich was versehen. Ah, okay. Siehst du? Danke dir, Toni. In Sura 52 Vers 24 steht ja auch, kleine Jünglinge, sie werden sie bedienen. Danke dir, Toni. Oh, danke. Ja, war richtig, richtig köstlich, ehrlich. Danke, Toni. Ja, selbst der Allah gibt den Muslimen sogar noch Kinofeeling, damit sie sich wohlfühlen, wenn die Kufal ihre Haut weggefetzt wird. Das ist so krank. Das ist einfach so krank, ne. Das ist einfach so krank. Kinofeelings bei Allah. Ja, Sura 83 Vers 34. Die Mauer zwischen Paradies und Hölle wird für sie geöffnet, darin befinden sich Türen, durch die die Gläubigen die Menschen der Hölle beobachten können. Die Gläubigen werden auf erhöhtem Sitz liegen und zusehen, wie sie gefoltert werden und werden über sie lachen. Denn dies ist eines der Dinge, mit denen Allah ihre Augen erfreuen wird, wie Allah sich an ihnen rächt. Wahnsinn, ne. Der Allah gibt den Muslimen die Möglichkeit, sich an Allahs Rache zu erfreuen. So, ja. Sehr gut gemacht, Allah. Boah, das ist so toll, wie du die gerade verbrennst. Ja. Komm, lass uns jubeln. Einer geht noch, einer geht noch rein. Ja. Verbrenne den Kufari, den Kafir bitte auch. Komm, mach die Muschikin allesamt kaputt. So, die Muslime werden richtig feiern. Das ist so heftig, ne. Also der Anblick von brennendem Fleisch werden den muslimischen Augen erfreuen. Der Anblick von explodierenden Schädeln und blutspritzenden Augen wird den Muslimen erfreuen. Und sie werden Gelächter haben. Wir werden den ganzen Tag nach. Kufar. Die Kufar. Das Gelächter der Kufar. Ja, genau. Die Schunke geht noch. Einer geht noch. Komm, Allah. Einer geht noch. Mach die Blatt. Komm, lass die Haut mal verbrennen. Mach eine neue Haut. Jalla, ich will Spaß haben. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Dann haben die so Weinkrüge. Geben die sich so in die Mitte, an die Tülle, an und zack, zack. Geben die Schonl ist. Jalla, ich will den cameraman auch als�al. Die Eliot, die Jamasong. Die J الخ sells instrument. Die Jas mast zusammen. Und mit aus whole allen sagen. Verheben. bei mir und du Yτη sagst Und du und dein Paradis carpverbe und Penis distributierst. Sie hören Sie Control in der fedeな Su ik optik, Sie hören in der personnel. Ich kann nicht mehr, bitte. Der Allah wird einfach die heftigsten röstenden Fleischpettys da zubereiten mit der Haut der Kuffar. Und der Muslim wird sich daran ergötzen, an dem Leid anderer Menschen. Das kannst du keinem erzählen. Der Muslim wird sich erfreuen über die Rache Allahs. Räche sie Allah. So ist gut. Verbrenne ihre Haut. So ist heftig. Ja, das machst du toll. Haben wir ohne dich kein Leben. Danke, Kussmann. Das ist heftig, Leute, oder nicht? Ja, sag mal, das ist doch Wahnsinn. Danke, Toni. Thank you, thank you. Danke. Dankeschön, Toni. Da gibt der Allah den Muslimen Kino-Feelings. Das ist heftig, ne? Die können sich dann den besten Splatter-Movie aller Zeiten reinziehen. Den krassesten Horrorfilm. Der Allah wird da richtig so, oh, dann wird er die Köpfe so zermalmen und alles mögliche. Könnt ihr euch schön daran ergänzen, ne? Absolut bösartig, ey. Danke, Toni. Danke, Svedis. Muchos gracias. Muchos gracias. Wahnsinn. Dankeschön, danke. Danke, Marcel. Ja, es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig. Was soll man denn dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Ja, und da hast du noch Allah, der den Koran rezitiert in dem Bereich. Wo finden wir das? In Mishkat al-Masabi. 2, 1, 4, 8. Allah rezitiert Koran. Ja. Abu Hurayda berichtete, dass der Gesandte Gottes sagte, 1000 Jahre vor der Erschaffung der Himmel und der Erde rezitierte Gott, Allah, Taha, Koransuche 20 und Yasin. Und dass die Engel die Rezitation hörten, sagten sie, Glückselig seid ihr, ein Volk zu dem dies gekommt. Glücklich sind die Geister, die dies tragen und glücklich sind die Zungen, die dies aussprechen. Und das beste Video aller Zeiten ist sowieso das hier. Dem Video Wormat vs. Jesus. Bewerten wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslime, die Ungläubige im Nahen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangene vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen. Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämonen besessen war. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen. C. gab zu, mal Offenbarung vom Teufel übermittelt zu haben. D. beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen auslaubte. F. begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Flieden in Medina zu leben. G. ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. köpfte hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu verwerfen. K. ließ jemanden wegen Geldes, Polter. L. Das ist so krass, was der Mohammed in seinem Leben alles getan hat. Das ist so heftig. Kaufte, verkaufte, besaß und tauschte Schwa zu afrikanischen Sklaven. M. nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wäre ein schwarzer Mann aussieht. N. hatte Sex mit einem neunjährigen Mädchen. O. hatte zu einem Zeitpunkt mindestens neun Frauen aufgrund seiner eigenen Offenbarung 04 erlaubt. P. heiratete du die Frau aus... Ich hab gerade einen Schluck Wasser genommen, da kommt mir die ganze Wasser raus aus der ersten Mund. Das kannst du keine mehr sehen. Alles nass hier, ey. Ja, wir müssen Google anschreiben und sagen, was meint ihr denn mit bester Mensch der Welt nach diesem Video, hä? Sklavenmädchen. R. brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seinen Frauen, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Haftse erwischt wurde. S. erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen. T. nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frauen zum Gehorsam schlagen können. V. sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. B. förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten und gab sie als Gottesoffenbarung weiter. Y. porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Z. hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mormon beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? B. das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. B. die müssen sich aber konsequent sein. B. das heißt, wir sollten das Christentum... B. nach dem, was man so herausgefunden hat, das muss die schlimmste Religion aller Zeiten sein. B. jetzt kommen wir zu Jesus Christus. B. nicht anhand der Handlung von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu kümmern. B. die Waisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern. B. den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starten. B. die wissenschaftliche Revolution anführten und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt verändert haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. A. durch ihn wurde das Universum geschaffen. B. alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unsere Willen zu leiden. D. wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. lief auf Wasser. H. konnte durch Worte Stürme stillen. I. heilte die Kranken. J. reinigte die Leprakranken. K. treibte Dämonen aus. L. erweckte Menschen von den Toten. M. machte Lahme gähnt. N. gab Blinden das Augenlicht. O. ließ Taube hören. P. gab seinen Jüngern die Macht, den Mond auszutreiben. Q. sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. befahl seinen Anhängern, ihre Feinde zu lieben. T. sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. bat seinen Vater, denen zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. stand von den Toten auf. X. gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. bittet für uns. Z. ist das ganze Gericht übergeben. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, beurteilen wir nicht eine Religion nach den Taten ihrer Anhänger. W. beurteilen wir nicht eine Religion anhand der Person von Jesus. Was sagst du? Na, mir. Hallo, mein lieber Gott. Segn dich und deine Familie. Ich auch, hoffentlich. Und, wie geht's dir? Ja, handel Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Handel, mir geht's gut. Und, warum machst du die Sonniten wieder platt? Äh, ich mache Koran auch Platz. Kein Problem. Aber Koran ist doch nicht vollständig. Ja, du glaubst daran. Da hast du recht. Koran ist nicht vollständig. Da hast du recht. Glaubst du daran, dass er vollständig ist? Ich glaube, dass das das meistverfälschte Buch der Welt ist, der Koran. Also, nicht mein verfälschte, aber du weißt ja, dass Osman ja vieles geändert hat. Ja, allein das Aisha schon sagt, es befand sich das zehnmalige Stillen im Koran, wurde durch fünf ersetzt und es wurde bei der Zeit im Koran gefunden und von den Muslimen rezitiert. Und heute finden wir weder die zehn noch die fünf Abrogierten und gar nichts. Keiner. Keiner kann auch den Vers des Stillen eines Erwachsenen rezitieren. Super. Wie kommt es, dass du wieder einen Account gemacht hast, Kaan? Du hast dich wieder erkannt? Natürlich. Natürlich erkenne ich dich. Kein Alter mit. Der Kaan, dieser Kaan ist einer meiner größten Fans. Der Kaan. Ja, der schreibt sich immer alles auf, damit er die Sonniten platt machen kann. Ja, ist heftig. Das Video ist einfach nur genial. Um einmal so die beiden Personen im Lichte der jeweiligen Glaubensrichtungen zu beleuchten. Ja. Ja. Herrscher. Du glaubst auch an den jüngsten Tag weg? Ja, richtig. Genau. Ich glaube an den jüngsten Tag, der Jesus gesetzt. Wir können uns ja dann, wir können uns da rüber einen Tag. Ja, dann geht es. Ja, okay. Dann können wir uns da rüber einen Tag. Wer wird denn am Tag des Übsten nicht richten in Islam? Ich rede mit dir nicht mehr. Ich rede mit dir nicht mehr. Das war so heftig, ich konnte nicht mehr. Ich bin fast gestorben. Was ist das denn bitte? Dann lass uns darüber reden. Wer wird denn am Tag deswegen richten, richten. Ich rede mit dir nicht mehr. Bester Mann, der Mann ist Hammer. Das ist Manuel Sinnenbrot, der ist cool, der Typ. Manuel Sinnenbrot ist richtig cool. Er ist cool. Er ist cool in der Gang. Oh, danke. Ich hab dir noch gesagt, du solltest dir keine Anfrage schicken. Armin, ich hab noch eine Frage. Manuel Sinnen ist Schiete, warum kommst du dann mit den Sonnitschenüberlieferungen? Hä? Er ist doch Schiete. Bei uns wird er nicht richten, wie bei Sunniten. Was wird er nicht richten? Er wird nicht richten, wie bei den Sunniten. Na, bist du dir sicher? Laut Schiiten. Ja, aber da steht im Koran, dass Jesus Christus wiederkommen. Ja, er wird wiederkommen. Er wird hier gegen Dajjal, sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Laut Sunniten und laut uns wird er gegen Sofiane kämpfen. Er wird aber auch nicht richten. Warum hör ich mich denn nicht mal an? Warte, ich geh kurz raus. Boah ey, das riecht nochmal. Und dann geht's. 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 Du bist ganz dicht. Und dann geht's. Armin, du brauchst Urlaub, ne, zum Ausstrebungsrecht. Ich mach richtige Urlaubs, äh Urlaubs. Naja, aber Armin, ich hab an dem Tag nicht verstanden. Manuelsen ist ja Schiet und Isam Bayern ist doch Sunnite. Warum geht der überhaupt bei ihnen rein? Ja, die heucheln doch alle miteinander rum, für die ist es egal. Hauptsache, du sagst, es handeln gleich wie Mosle. Die kümmern alle gar nicht aus. Wallah, ihr Griechen seid gläubiger als die Sunniten für mich. Bitte? Du bist für mich gläubiger als alle Sunniten. Ich würde sogar eher durch den Koran anvertrauen anstatt ein Sunniten, Wallah. Ehrlich? Ehrlich? Ja, aber wieso vertraust du mir den Koran denn dann an? Vielleicht werde ich da auch irgendwas mitmachen. Ja, aber nicht schlimmer als Sunniten, vertrau mir. Also ein bisschen mach ich schon, aber nicht so schlimm wie die Sunniten, ne? Naja, ich glaub, so wie ich dich eingeschätzt hab, wirst du gar nicht, wirst du nichts machen in öffentlichen. Aber, weil du bist eigentlich ein... Haben die Muslime nicht von dir eine Aufnahme, wie du zugibst, dass du deine Schwester verkaufen würdest für Mutter und so? Ey, ich hasse, ey, ich muss einmal gegen Liebesmann nicht wieder debattieren. Oder gegen Handel. Aber die haben mich blockiert. Ich hab Videos an die Hör geladen. Aber ich hab ihm gesagt, ich würde machen. Ich meinte, ich würde ihn nicht machen. Er hat dann gefragt, würde Allah sie bestrafen? Ich so, nein, würde er ehrlich sagen. Das ist heftig, du hast dich, aber wenigstens bist du ehrlich. Du hast dich also nicht geschämt zu sagen, ja, ich würde, meine, das wäre nicht schlimm, weil es da für 50 Euro ihr Körper hergibt für ein paar Minuten. Nein, guck, ich meinte, ich würde es nicht geben. Er so, wenn du es geben würdest, würde sie Sinna machen? Ich so, nein, würde sie nicht. Aber ich würde sie trotzdem nicht geben, weil dann muss er mir ja seine Mutter geben, für Riddar al-Kabir ist ja Lot Sunniten erlaubt, oder nicht? Ja, aber nicht nur das. Du hättest sagen müssen, ja, warte mal. Der Allah hat doch diese unmoralische Handlung, die du ja selber gerade anfangen, das hat er doch erlaubt. Und die Sahaba haben das doch praktiziert. Die haben mit vielen Frauen geschlafen für eine bedingte Zeit und haben das einfach praktiziert. Das heißt, bist du jetzt besser als die Sahaba, praktizier das doch, was die Sahaba gemacht haben. So hättest du Antworten müssen. Du hast recht, aber guck mal. Ja, du weißt nicht, wie du argumentierst. Das ist das Problem. Du hättest Liebe zum Hadith und Tod machen können, ne? Ladi mal eines machen jetzt. Ich debattier mit ihnen über Koranverfälschung. Ja, merk dir das. Sahibu Wali, Sahibu Wali 5116 und 5117, das kannst du dir merken. 5117, warte, kann Leute schreibt das mal in die Kommentare. 51167? Nein, 5116 und 5117. Achso. Das heißt, dass das, was ihr tut heutzutage, das, was ihr Schäden da macht, diese Hurerei praktizieren, ist ja nichts anderes als das, was sie damals schon getan haben. Also ist damals schon diese unmoralische Handlung bei den Sahabern schon bekannt gewesen und die haben es trotzdem praktiziert. Also was für ein Problem hat denn dann Liebe zu Magie damit? Ist ja jetzt besser als die Sahaba, hat denn nur Moral und Ethik als Sahaba, Ali und Muhammad selbst, oder was? Aber guck mal, Amir, ich habe gesagt, so viel Version 20 ist erlaubt. Also Ali hat es laut Bukhari aus dem Koran weggenommen. Ja, das ist doch kreis. Das ist doch kreis. Kein Prophet hat die Möglichkeit, etwas aus dem Koran wegzunehmen. Nur Gott selber. Richtig. Allah sagt es heute in Sure 2, Vers 106. Wenn wir einen Vers tegen oder einen Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen der im Gleiches. Nur Allah ist dazu befähigt oder bemächtigt worden, Verse aufzuheben und sie durch andere zu ersetzen. Der Sunnite ist also die Beweispflicht zu erbringen, den abogierten Vers zu bringen im Koran. Beispielsweise in Sure 16, Vers 67 und Sure 5, Vers 90. Die Aufhebung des Alkohols. Wo ist denn die Aufhebung der Mutter-Ehe? Ein Hadith? Ein Hadith kann auf einmal Koranfesse abogieren. Ja, die schämen sich im Grund und Boden. Deswegen nennen sie euch auch immer ihr dreckigen Schia. Weil ihr den Koran mehr praktiziert als die Sunnite. Sehr schön. Hast du schon mal mit Liebe zum Hadith debattiert? Ja, ich hatte schon mal hier mit denen eine Diskussion über die Kinder hier. Ja, du, ich weiß. Bei Lord Suniten war ja auch Aisha 5 oder 4. Bei Lord Suniten ist auch 9 Jahre alt. Nein, Aisha war 25. Wir haben einen Hadith, da wird es sogar gerechnet. Nein, ich habe hier einige authentische Quellen, die eindeutig das Gegenteil belegen. Nicht nur eine, sondern mehrere. Deswegen siehst du, dass die Mahm Khomeini auch das Heiratsalter im Iran auf 9 Jahren steckt. Ich habe nichts mit Khomeini zu tun. Ami, ich weiß, Khomeini ist krank. Ich habe sogar gestern mit einem debattiert und der meinte es ist erlaubt. Aber Khomeini, ich habe nichts mit ihm zu tun. Du weißt doch selber, ich bin Iraner und du weißt ja, wie wir Iraner zu ihm stehen. Ja, und trotzdem. Ob du ihn jetzt ablehnst oder nicht, es gibt Millionen von Sheen, die ihm folgen. Wenn bist du, dass du ihm an Khomeini widersprichst. Guck mal, du kannst einfach die Khomeini befolgen, ein Knockout-Game. Du sagst, er darf kein Staat kommen, nur der Imam darf es. Dann hauen wir ihn ab. Verstehst du? Ja, wundervoll. Links, Ami, was haben die? Warum debattiert ihr nicht mehr? Weil er seine Barthaare zu schwarz werfen, das möchte ich nicht. Das heißt, wenn er die wieder so ein wenig grau macht, dann vielleicht eventuell. Ami, stell dir vor, Hamdi und ABK, du weißt doch, wer ABK ist bestimmt, oder? Ja, aber dann besteht die Gefahr, dass der ABK eventuell sein Bäuchlein so ein bisschen streichelt und küsst. Hallo. Ja. Hast du mal eine Frage? Ja. Ja, aber ganz leise. Jetzt? Wird man mich jetzt vielleicht? Was? Wird man mich jetzt vielleicht? Ja, aber ganz leise. Ich habe mal eine Frage, und zwar, warum wurde Jesus getauft? Bitte? Warum wurde Jesus getauft? Ich verstehe kein Wort, das ist so leise. Er hat gefragt, warum Jesus getauft wurde. Warum Jesus getauft wurde? Ja. Ja, der Herr Jesus Christus wurde getauft, damit er die Mission dann beginnt. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, und dann ging es los. Da kam ja die Stimme aus dem Himmel, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Und der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn. So, äh, du reißt doch, äh, ich... Ja, genau, hier. Und als, äh, Prophezeiung sogar in Jesaja 42, äh, Vers 1 hat er recht, ja, der klar, perfekt. Äh, Dings, äh, hier, Amir, äh, du kennst doch bestimmt Isak Wazi, oder hast du schon mal was von ihm gehört? Ja, hab ich schon gehört, ja. Hast du das Video gesehen, wie er Hamdi, äh, zerstört hat? Nee, ist das jetzt neu, oder was? Ja, du musst, äh, das war so lustig, du musst mal schreiben, Isak Wazi, äh, Hamdi Fitra da war. Wo, in YouTube? Ja, ja, ab Minute, äh... Ja. Ja, vor ein paar Monaten war das, glaub ich sogar. Ah, das hab ich schon bestimmt gesehen, ne. Ja, wo, äh, wo Hamdi gesagt hat, ich zerstöre Christen und Isak meint jetzt Christen, äh, zerstören deinen Gott und sowas. Ja, genau. Okay, äh, mein Kleiner, dann bis zum nächsten Mal, ne. Bis zum nächsten Mal, ne. Bis zum nächsten Mal, ich gehe gar unter. Ohhhh. Ohhhh. Noh, das war von Wir sheepshake vergebärem. Da, 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 da. Da, 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 da. Dauh. Dauh. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Mhah! Kamelurin im Überfluss. Du kannst das mal fließen bei uns. So, jetzt. Ja. Haben wir? Ja, ich höre dich, ja. Ach so, ja, weil du hast mich hochgeholt. Ich hab dich hochgeholt, damit du das vorliest. Jesaja 42. Ach so, ja, Jesaja 42 fängt ja an. Man muss ja zuerst mal wissen, dass es am Anfang um den Knecht geht. Und der Knecht befindet sich in Philippa 2, Vers 5. Da steht ja geschrieben, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus war. Also wir haben da die Aussage, dass er sich selbst die Knechtschaft zuschreibt und sich selbst erniedrigt. Und wenn wir dann lesen, das befindet sich in Markus Kapitel 1, Vers 10, wo er aus dem Wasser eben vorstieg, zerriss der Himmel und der Geist lag auf ihn wie eine Taube und eine Stimme ertönte und rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Vorgeschichte. Er wird das Recht zu den Heiden bringen. Halleluja. Halleluja. Und der Geist Gottes kam in Form einer Taube auf den Herrn Jesus. Genau. Das ist in Markus Kapitel 1, Vers 10. Amen. Amen. Wunderbar. Die Bibel ist das schönste Buch der Welt. Ja. Richtig. Hammer. Wunderbar. Es passt alles. Alles. Wie perfekt, wie das beste Zahnrad, das jemals gebaut wurde. Wie das perfekt untereinander greift. Wahnsinn. Wie ein feines Uhrwerk. Ja. Es zieht sich ja durch. Was ist der Koran im Gegensatz zu der Bibel? Ich versuche nie den Koran zu widerlegen, weil die Bibel widerlegt den Koran automatisch. Ja genau. Ich kenne trotzdem viele Sachen. Claudio, wenn die Bibel ein fein, das feinste Uhrwerk aller Zeiten ist, das wir so mit den Worten beschreiben könnten. Was ist dann der Koran? Ja, ich glaube das größte Wunder ist, dass die Menschen daran glauben. Ja, das ist krank. Ja. Das ist das größte Wunder. Und die einzige Prophezeiung, die sich übrigens erfüllt hat, ist die Suche 69, Vers 54, 45 und 46. Dass da die Herzerauter durchtrennt wird. Das ist die Prophezeiung, die sich wahrhaftig erfüllt hat. Ja, ist aber so. Ja. Wenn er auf uns eine Aussage entrichtet, so würden ihn seine rechten und seine starken alle durchtrennen. Genau. Richtig. Aber es zieht sich ja durch bei der Bibel, ne? Der wahrhaftige Gott hat sich dann seinen angenommen, okay? Du willst also auf diese Art und Weise sterben? Kein Problem, dann lasse ich dich so sterben. Aber jetzt frage ich dich, wenn die die Suche lesen, 113 Vers 1. Da steht ja, ich suche Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Was lesen die da raus? Was verstehen die da drunter? Das bedeutet, dass sie eigentlich den PINIS von ihren Propheten da anbinden. Guck mal hier, ich zeig euch das mal. Weil wir wissen ja, Jesaja 12,14 sagt ja, wie bist du vom Himmel herabgestürzt? Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Was viele ja nicht wissen, Glanzstern bedeutet ja auf Lateinisch Luzifer. So, du überwältigert der Nation, du möchtest dich im Allerhöchsten gleichstellen, du bist aber in das tiefste Loch hinabgestürzt. Warum hat der da Zuflucht gesucht, frage ich mich? Ja. Der Satz müsste eigentlich heißen, ich suche Zuflucht bei Allah. So sieht's aus. Für all diejenigen, die Englisch verstehen, werden wir da kurz mal losgehen. Was ist denn eigentlich mit der Suche 113 gemeint? Hier. Since you Muslims keep sending me death threats, you are forcing me to prove from your own books that all of you Muslims literally worship the penis of your false prophet, Piss be upon him. I'll prove it from multiple Sunni books which explain verse 3 in chapter 113 of the Quran. Also Suche 113, Vers 3. Now to understand why you Muslims worship the penis, we go to the following Tafsir books. Tafsir beyanah sa'ala fi maqamahat al-ibadah. Wa qil al-ma'na min sharri al-dhakar iza qam. Meaning, the evil of the penis if it correct. Min Tafsir bin Atul. Also die Tafsir gelerten sagen, bei dem PNES der sich erregt. Wahhhahaha. For the same ayah, we read. Wa qad qala ibn Abbas fi kitab al-niqash. Al-ghasiq idha waqab in verse 3 of Surah 113 means, dhakar al-rajul meaning the penis of a man. And if we continue reading it is talking about the evil of a semen. Now take a wild guess whose penis and semen that could be, if we continue and bring more books on the table like Qamuss al-Muhid by Al-Fayruz Abadi We read on page 142 that Al-Ghasiq idha waqab in that ayah means the penis if it erects And in the same book on page 910 we can read that Ibn Abbas and other people said Min sharri dhakar idha qam meaning from the evil of the penis if it erects so when the penis becomes hard And from another book called Ihya Ulum al-Din by Imam al-Ghazali on page 986 we can read Wa min sharri ghasiq idha waqab wa huwa qiyama ad-dhakar meaning it is when the penis erects And it says that some narrators connected this explanation all the way to Muhammad the Prophet of Islam Muhammad himself explains that it is about the penis that will enter the vagina of a woman As you see we just proved that Islam is the religion of the penis So we... Wahnsinn, ne? Das bleibt uns alles verborgen, aber die arabischen Christen können es sehen Ja, ach so, was ich eben vergessen habe, du hast ja eben schön den Psalm 22 zitiert Und da stand ja auch wortwörtlich, und sie kleinten sein Gewand untereinander auf Das hat eine Vorgeschichte, dass viele Christen wissen das gar nicht Weil bevor man einen Gewand auszieht und ihn verlost, bedeutet das nichts anderes, als dass er vorher anhatte Und wir wissen ja alle, dass Jesus Christus ausgepeitscht worden ist, die Dornenkrone, dass er alles anhatte Das bedeutet, dieses Gewand muss ja rein rechterisch voll mit Blut gewesen sein Und das bezeugt dann zum Beispiel die Offenbarung 19 Vers 13 Denn er ist es, der mit einem Gewand, was im Blut eingetaucht ist, und sein Name ist das Wort Gottes Also selbst das, was das Gewand vorher existiert hat und nachher verlost hat, sind beides Prophezeiungen Ja, mit der Bibel machst du keinen Spaß, ne? Das ist vorbei Nein, nein, nein Ich liebe das ja, diese Kombinationen, ne? Aber, sag mal, der neue Gast, Gottes Segen Das war ein Aschenbecher Hallo 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 Hallo, hallo 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 Hallo, hallo 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 Warum sagst du nichts? Hallo Ja, aber nicht, dass ich dich melden will, ne? Bitte melde dich Ja, hallo Warum du sage nichts? Hallo Bitte du sagen lass Was? Sag was Sag! Also erzähl ihn das mit Petrus, bevor der Hand, ne, das hab ich den Arme schon gesagt, gestern, mit Petrus, ehe der Hand kräht Schreibt es Gold Oder hab ich doch gestern, oder? Ja, ne? Was denn, was passiert? Nein, mit Petrus, da schreibt einer, zähl ihn das mit Petrus, ehe der Hand kräht Was er ihn dreimal verleuchtet, das hab ich dir, glaub ich, gestern erzählt Ja, genau, ja, mit den drei Ja, genau Sehr gut Ja, du machst es so sehr gut, äh, klar Ja, alle Herren Ja, durch dich Hat der Herr Einen neuen Sohn bekommen Und so versuche ich, das wirklich weiterzutragen, ne? Ich bin wirklich sehr Ich kann dir gar nicht wollen Das ist ja, vor zehn Monaten hab ich das erste Mal eine Bibel in die Hand genommen Davor, ich war ja, äh, katholisch geboren War zwar gläubig, aber Ich bin mich gar nicht mit beschäftigt, ne? Erst daran Und wenn man wirklich will, dann schafft man das auch, ne? Aber ich hab da wirklich 20 Stunden täglich manchmal Bibel gelesen, ne? Morgens um sechs Parallel gearbeitet Weil ich selbstständig bin Und dann die Bibel gelesen Ja, einfach wundervoll Ja, das ist, das macht mir wirklich, äh, Freude, ne? Das irgendwie, das gibt mir wirklich Freude wieder, ne? Das macht mir Freude Ja Das macht mich fröhlich glücklich Dass diese Arbeit niemals umsonst war, ne? Nein Das ist das Schöne, weißt du? Das sind so die Momente, wo ich mir dann sage, dass das alles doch einen Sinn hatte, ne? Dass der Herr mir eine Tür geöffnet hatte, um sehr viele Menschen nochmal, ja, so, dieses, ähm, Denkanstoß mitzugeben, aber auch zu rütteln, ne? Ja Halleluja Wundervoll Ja, ich bin ja, ich bin ja am meisten morgens live, so gegen sechs oder so Ich fahre heute Morgen auch live Ja Ja, wunderbar Ja, siehst du, jetzt machst du da Teil in den Bibel Ja, das haben wir Ja, genau, richtig Ja, ja, ich bin ja am Anfang, bin ich auch live gewesen, aber habe nur Musik laufen lassen Das heißt, ich wollte nicht die Bibel irgendwie erklären Äh, Koran auch nicht Bevor ich alles wirklich wusste, ne? Also nicht alles, also einiges wusste, um mitreden zu können Ja Ja Ja, und jetzt braut sich auch kein Monster mehr hoch Ja, du bist auch Terminator, bist du geworden Du bist richtiger Terminator Ja, aber weißt du, was das war? Das war eher so, 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 äh, es gibt ja den schwarzen Leiter und den weißen Leiter Der schwarze Leiter ist ja, äh, boah, der hat einen Ferrari, ich zerkratze jetzt sein Auto Der weiße Leiter ist, boah, guck dir den Arschloch an, der hat sich Ferrari gekauft So nach dem Motto Und so war das bei mir, äh, dass meine Freundin gesagt hat, boah, guck mal was für ein Armin, der kennt die Verse auswendig So, ich hatte so so einen weißen Leiter in mir, hab ich gesagt, boah, wenn ich das jetzt so durchziehe Ich hab jeden Tag den Herrn gebittet, bitte zeigt mir die Weisheit, die Bibel, die Bibel Dann hab ich gesagt, vielleicht kann ich auch so in drei Jahren so meinen Stream starten, ne? Ja, und dann hab ich ihn jeden Tag drum gebeten Otto Otto Ich hab bestellt Wo bleibt meine Lieferung? Tschüss, Otto, wie geht's? Ja, ja geht's gut, ich geht's, dummste Also, Amin, Amin, weißt du was, dass die Juden, die Juden warten immer noch auf sein Messias, ne? Ja Bis heute Und weißt du was, das Ja, ja, aber warte mal, ja, will ich jetzt, hört mir, also, und, äh, ich wollte sagen, von 2000 Jahren, die Juden lesen immer im Sonntag, also, sag ich, um 6 Uhr, um 15 Uhr Nachmittag, die Psalm 24 Weil die warten auf sein, also auf sein Gott, und was passiert vor 2000 Jahren, im Palmen Sonntag, wo die Juden um 15 Jahre hätten diese Psalm gelesen, beziehungsweise, äh, gesungen, da kommt Jesus durch dieses Haupttor, he? Lest mal, lest mal jetzt für die Leute Psalm 24 Äh, Claudio, lest mal Psalm 24 Ja Und sie sollen... Computer runtergefahren haben hier Computer runtergefahren? Ja, ja, ja Sonst lass abspielen Ich lass den Psalm abspielen Und stellt ihr euch alle, dass jemand wartet auf Gott und dann singet dieses Psalm Psalm 24 Genau Psalm 24 Meinte ich ja genau, Armin, hast du gehört? Herde ist diswachrien Otto ist gut So, hören wir Hören wir Er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist? Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der Herr Zebaoth. Wer ist der König der Ehre? Amen. Amen. Und? Ja. Also. Wundervoll. Genau. Ich hatte heute eine Schwester am Telefon, die mich angerufen hat, weinend, weil jemand bei ihr verstorben ist. Er war etwas älter. Sie hat ihn jetzt einfach betreut und so, war jetzt 70 Jahre alt. Aber noch kurz vorher hat sie ihm erzählt, dass sie jedes Mal im Mainstream war und ihn das abgespielt hat. Und er dabei, wo er mich gehört hat, wie ich aus der Bibel und alles mache, das Fernseher sogar war bereit. Und er hat noch den Herrn angenommen. Also sie hat ihn dazu gebracht, den Herrn noch anzunehmen. Und er ist friedlich auch eingeschlafen. Und dann habe ich ihr vorgelesen, das wissen ja viele gar nicht, Jesaja 57,1. Kennst du das, Amir? Jesaja 57,1. Nee, aber was steht da? Jesaja 57,1. Es geht ja darum, warum jetzt Gerechte, zum Beispiel gute Menschen, die denken, die haben Gutes getan, vorzeitig vom Herrn weggenommen werden. Und der Herr antwortet darauf, warum er das tut. Und zwar, ich lese es euch vor. Und damit habe ich sie so beruhigt, dass sie danach gesagt hat, ja Wahnsinn, warte 57, ich muss die Bibel aufstellen. Hier steht, der Gerechte kommt um und kein Mensch nimmt es zu Herzen. Damit will der sagen, der Herr will uns damit sagen, er nimmt es nicht, weil der Herr tut eigentlich jemandem damit einen Gefallen. Weil es geht weiter jetzt. Er sagt, und treue Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand es bemerkt, dass der Gerechte von dem Unglück hinweggenommen wird. Das bedeutet, der Herr schützt diese Menschen, die gerechten Menschen, nimmt sie vorzeitig zu sich, um von dem Unglück sie zu schützen, was ihnen bevorsteht. Halleluja, ja. Also es ist ein Geschenk Gottes, was der Herr uns da antut. Ja, aber wir wissen auch, dass der Lohn der Sünde auch der Tod ist, dass die Menschen aufstehen. Ja. Denn hätte Adam und Eva die Übertretung im Paradies nicht getan, dann hätten wir diese Stammasse. Amen. Ja, küss dein Herz, das ist auch wieder die Antwort im Alten Testament, warum hat Gott damals dieses Volk, es sollte ausrotter lassen, auch mit Kindern. Und die Leute jetzt meinen, ah, der Gott hat die Kinder getötet, der Gott hat die Kinder zu sich genommen, bevor die dann werden sie schlechte Menschen. Ja. Was meinst du mit Säuglingen? Ja, damals. Erste Samuel oder zweite? Genau, genau. Ihr meint 15, 15, 3 oder 3, 15, richtig? Weiß ich jetzt nicht, aber das war damals, wo die viele, viele Muslime sagen uns, ja, eure Gott waren auch nicht weg, weil da hat damals die ganze... Weißt du, ne? Moment, 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 Otto. Ja, aber viele wissen gar nicht, man muss die Geschichte ganz durchlesen, weil diese Säuglinge, diese Kinder werden nicht umgebracht und die ganzen vier auch nicht. Wenn man die Geschichte weiterliebt, werden die verschont. Man muss die Geschichte mal weiterlesen. Das Gericht hat nämlich Saul dann nicht durchgezogen. Das sehst du. Genau, er hätte es machen müssen, er hat es aber nicht durchgezogen, er war nämlich ungehorsam. Deswegen wurde ja von Samuel, von Samuel wurde ja dann, ja, was heißt, bestraft, sondern angekündigt und ihm wurde dann prophezeit, dass er jetzt nicht mehr König ist. Dann wurde ja, nach Saul kam ja David und David wurde ja dann gesalbt und später hat ja dann David die Königschaft angenommen. Und David war genauso, er hat auch gesündigt. Also wir sehen, selbst Propheten, Könige, es hat keiner geschafft, dem Herrn gerecht zu werden. Ich küsse doch deinen Kopf, ich küsse auch deinen Kopf. Gottes Segen, ihr Lieben. Danke auch alle für die Geschenke, ja? Ja, weißt du ja nicht, da sind viele, viele Katholiken, weiß ich nicht, Christen, die nennen sich Christen, die sagen zur Zeit, also dass der Jesus war nur ein Mensch. Ja, das sind keine Katholiken, nein, das sind Unitarier, es gibt manche Unitarier. Ja, nee, okay, weiß ich nicht, was sie sind, die glauben nur an den weisen Gott Jachwe. Oh Mann. Ja, Moment, ein Mensch, Gott Jachwe passt ja nicht. Es gibt welche, ich habe ja mit Unitarier gesprochen, die glauben, dass Jesus nur ein Mensch war. Mit einem Bibelferst konnte er nicht darauf antworten. Ich habe ihn gefragt, können jetzt Menschen Engel senden? Meint er, nein. Ja, aber Jesus Christus sagt wortwörtlich, ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, um dieses Buch zu bezeugen und beschützen. In Offenbarung 22, 16. Ich weiß, aber weißt du was, wenn ich zeige, denen auch so in Schrift, also diese Sätze, ja, du verstehst das anders. Nein, das ist nicht so. Also Leute, das ist so wie die Muslime, weißt du, wenn du denen lest, was, die verstehen das anders und die sagen dir, nein, du hast es schlecht verstanden. Also, was willst du damit, die Leute machen? Dann gehe ich weg, gehe ich weg, da braucht gar nichts. Weil wenn jemand, die so überzeugt, die ganze Zeit, du kannst ihm Schriften sagen, du weißt selber, ich brauche ja die Namen nicht zu sagen. Du weißt wer, du kannst ihm lesen, du kannst ihm zwei Tage Bibel lesen, aber der sagt die ganze Zeit, nein, Jesus war ein Mensch und fertig. Der Jesus Christus wird schon angekündigt, wie gesagt, in Misha Kapitel 5, Vers 1 und 2, steht ja klar und deutlich, und du, Ephrathah, Bethlehem, du bist zwar gering unter den Hauptordnen Juder, aber aus dir soll man hervorkommen, der Herrscher, der von Ewigkeit her gewesen ist und die Welt zu gebären soll, geboren haben wird. So, Sprüche 30 bezeugt das auch, da steht ja auch, wer ist vom Himmel herab, zum Himmel herab, zum Himmel empor und wieder herab gestiegen. Wer fasste die Windeln seinen Fäusten, wer bandte das Wasser in seinem Kleid, wer richtete alle Enden auf Erden, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Sprüche 30, Vers 3 und 4, äh, genau, Sprüche 30, Vers 4, also das zieht sich durch das ganze Alte Testament, ja, und wir haben ja, die Trinität haben wir ja schon im ersten Buch Moses und Gott, Gott erschuf Himmel und Erde, das bedeutet Schöpfer, heißt, übersetzt auf Hebräisch Elohim, das heißt, der Plural steckt schon in Elohim drin. Der zweite Vers, aber, ähm, äh, es lag Finsternis auf der, äh, äh, Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, da haben wir den Heiligen Geist. Der dritte Vers, heißt, vierte Vers der Bibel und Gott sprach, das Wort Logos spricht, wir haben zwei Wörter Gottes. Einmal haben wir das Wort Logos, das Wort, das ewigliche Wort und wir haben das Wort Rema, das bedeutet, das scharfe Wort, die scharfe Zunge Gottes, zwei Wörter Gottes. und im, äh, wo steht, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und erschiet es von der Finsternis, spricht Jesus Christus, weil Johannes 1,1 sagt er, am Anfang war das Wort. Das heißt, wir haben die Trinität schon in drei. Deswegen sagt er in 1.25, 1.Moses 25, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und deswegen sagt er nichts anderes, wenn jetzt, und Gott erschuf Himmel und Erde. So, halten wir das mal fest. Jetzt sagt aber Jesus Christus in Johannes 17, Vers 5, es ist vollbracht, Vater, feierliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, Moment, aber Gott sagt, er schuf Himmel und Erde. Jetzt sagt aber einer, Jesus Christus, äh, ehe die Welt war, also bevor alles erschaffen worden ist. Und schon, das war's. Fertig. Amen. Und Jesus Christus, Jesus Christus betont das ja, er sagt ja auch in Offenbarung 21, Vers 6 und 7, ähm, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte und ich möchte den Dürsten der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und jetzt sagt er, wer dies überwendet, wird alles erben und ich werde sein Gott sein, sagt Jesus und er wird mein Sohn sein. Bevor er das sagt, sagt er ja, ich möchte der Quelle des Wassers des Lebens, bezieht er sich auf die Samariterin. In Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 15, nee, oder 13 bis 15, wo die Samariterin sagt, äh, mit dem Wasser, wo er sie fragt und er antwortete, wer von meinem Wasser trinkt, wird in Ewigkeit nicht stürzen, sondern die Quelle des Wassers des Lebens in sich tragen. Und sie sagt, ich weiß, dass da der Messias kommt, der uns einiges verkündigen würde, dass das der Christus ist. Und er sagt, ich bin's, mit der du redest. Amen. Also eindeutiger geht's nicht mehr. Ah, so ein bisschen gepredigt, wurde das. Hast du gut gemacht. Aber gut. Ja, das ist auch das, was der Herr Jesus Christus meint, in Offenbarung 21,7, Bezug nimmt auf Johannes 4. Denn er ist derjenige, der das Quell des Lebens gibt, das Wasser zum Trinken des Quell des Lebens. Und dann siehst du, dass er sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Kinder sein. Heftig, ne? Richtig. Ja, der Satz ist ja sehr, sehr wichtig. Er sagt ja, ich möchte die Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist Offenbarung 22, Vers 18, glaube ich, und 19. Was heißt denn umsonst? Das heißt, er hat schon dafür bezahlt. Wir brauchen nicht mehr bezahlen. Wir brauchen nicht mehr bezahlen. Hey! Hey! Hey, mein Bruder ist hier neben mir. Okay, ich mach mal, ich hol mal die nächsten rein, ich hol dich gleich wieder rein. Ja, ich geh wieder rein. Okay, alles gut. super. Otto, willst du noch was sagen? Nee, okay, kannst du mich raus. Gottes Segen, ja, Otto? Gottes Segen. Gottes Segen, ja. Hey! Ich bin Willis und da. Huh! Hey! Hallo? Hallo? Servus. Ich möchte nur fragen, welche Bibel empfiehlst du mir zum Lesen? Die Schlachter 2000. Welche? Schlachter 2000. Aha, okay, weil ich muss aufpassen, ich bin in einer katholischen Kirche und die haben in etwas ganz Altes, dass ich manchmal denke, vielleicht ist die doch nicht am neuesten Stand oder gibt es da irgendwelche Änderungen? Oh, nee, ich glaube, die haben die Luther Version, die Luther, äh, was heißt Version, die Luther Übersetzung. Katholiken haben Luther Version. Übersetzung ist von Luther, ne? Ah, okay, ja, gut. Meine Mutter ist orthodox und die haben wieder andere, die orthodoxen, ja. Okay, das heißt, Schlachter 2000. Danke. Bitte was? Okay, danke. Okay, meine Liebe, ciao. Ciao. King James Version ist auch gut, ne? Hallo. Häftiges Rezept. Nester Arland ist dann von weh? Nester Arland ist so mit der Textkritik. Textkritik, ne? Ja, viele Verse weggelassen. Hm, häftig. Hallo, Sigmar. Moin. Wie alt bist du? Zehn. Zehn? Nein, ich bin 16. 16, du hörst dich an wie neun, ey. Nein, kein Witz, ich bin 16. 16. hast du ne Stimme wie ein Fünfjähriger. Nein, ehrlich jetzt. Was möchtest du denn? Beeil dich, sonst werde ich hier gesperrt. Gar nichts. Gar nichts? Ja, dann lies die Bibel. Genau, dann lies die Bibel. Beschäftige dich damit, mein Kleiner. Gott segne. Du bist ja natürlich groß, stimmt, hast du recht. Mein Großer. Ja, ich bin groß. Ja. Ja, ein Großer bin ich. Okay, mein Großer, dann hol die Schlachter 2000. Trink viel Milch, damit du schon groß und stark wärst, du kommst wieder. Genau, trink, der Bruder Reza hat auch einen Tipp für dich, schön viel Milch trinken, damit du groß und stark bist, dann kommst du wieder. Nein, 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 ich höre jetzt Burger Pommes. Er holt jetzt Burger Pommes, auf die Eins. Er ist ja Burger Pommes auf die Eins, Er wird groß und fett. Groß und fett wirst du da. Oh, siehst du, Publikum ist eingekommen. Siehst du, da, Mann, boah, raus. Direkt Einschränkungen bekommen. Armi, warum kommt Reza nicht mehr live? Reza, warum kommst du nicht mehr live? Haben die gefragt. Weil ich keine Lust auf diese ganze Pflege, Pflegefälle, ich kann das nicht mehr. Er hat keine Lust mehr auf diese Pflegefälle, der kann das alles nicht mehr. Ich muss, sonst werde ich selber Pflegefall. Der ist kurz davor, selber Pflegefall zu werden. Spende ein Konto, 004, bitte für Reza. Pflegekosten. Pflegekosten, Pflegekosten für ein Konto errichten. Konto für Pflegekosten, für Reza errichten. Das muss wirklich gepflegt werden. Jeder darf ein Bein massieren, Nacken massieren. Der soll sich melden. Der soll sich melden. Dann komme ich auch wieder live. Dann kommt er auch wieder live, wenn es viel Nackenmassage gibt. Also heute kam ein Muslim bei mir rein, sagt er, wenn ich dich sehe, ist egal wo, der kam aus Pakistan, der Typ. Wenn ich dich sehe, dann werde ich dich so umbringen. Also der wird mich so ermorden. Und dann sagt er noch zu den ganzen anderen Leuten, so sagt er, wenn die ganzen Europäer alle platt machen, auch alle, die im Chat sind, alle umlegen. Alleine will er das machen. Der will das alleine machen. Der sagt richtig so aus, meiste du bist von ISIS, ne? Der, ja? Ehrlich? Was ist Pakistan? Ja, auch. Der Arme ist dafür. Ja. Mit einer falschen, lehre, bösen lehre. Da habe ich gesagt, siehst du, dein Gott sagt, dass du mich umbringen sollst. Mein Gott sagt, ich soll dich lieben. Der Herr lässt es auch zu, dass er kommt und dann wird es die Evangelie. Halleluja. Nur dafür ist er reingeworfen. Zeig mal Reza. Ne, der ist, gerade in seiner, äh, in seiner, Primetime. In seiner Primetime. In seiner Primetime. Mach mal Hamdi nach. Also mach mal Hansi nach. Kannst Hansi nachmachen? Lass mich ausreden. Wallahi, lass mich ausreden. Ich begrabe, ich begrabe, jetzt gibt es Knockout, nicht Knockout. Ich begrabe jetzt explizit. Lass mich ausreden. Amir, Amir. Amir. Lass mich ausreden. Was ist das hier? Wie der macht das, ne? Lass mich ausreden. Habt ihr Angst? Angst, ne? Lass mich ausreden. Ein Knockout. Begraben in zwei Sekunden. Aber der Beste ist immer noch Marcel Kras, ne? Der Rapper. Marcel Kras, was für der Rapper. Achso, ja, stimmt. Der Selfie Rapper, ja, stimmt. Ist der Sufi geworden? Der Tent Danze. Ne, der ist kein Sufi geworden. Aber der geht, glaube ich, in die Richtung von der Hanafitischen Schule, oder was, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Bollo. Ne, der weiß auch nicht, was er will. Ne, aber jetzt hat er die Konsequenzen, jetzt muss er die Konsequenzen spüren bekommen, dass er den umlegen, ne? Aufgrund seiner Aussagen im Internet. Was hat er gesagt? Ja, der sagt so, die Wahhabis haben so einen Hindu-Gott, das ist er. Nein, nein, nein. Allah ist nichts anderes als ein Hindu-Gott. Nein. So wie er das gelehrt hat, was in den Büchern steht, von eben Taimiya und Mohammed bin Abdul Wahhab und so, naja, das sind die authentischen Bücher des Sumner und das kritisiert er, ne? Ja, und jetzt ist er dran. Meinst du, Leute, dass dir das gefallen? Das ist wie ein Kartenhaus, das gerade zusammengebrochen ist. Ja, genau, ganz Saudi-Arab ist ja Wahhabist. Ja, genau, ganz Saudi-Arab ist ja Wahhabist. Ja, das ist heftig, ey. Dass deine eigene Religion so gefährlich sein kann für dich selber, ne? Das begreifen die Leute. Das ist krank, ne? Und die verteidigen auch noch eine Religion, die sie, ne, umbringen würde. Ja, wie heißt das? Die dümmsten Kälber wählen ihre eigene Schächter. Ja, genau. Die dümmsten Kälber wählen ihre eigenen Schächter. Ja, genau. Das ist der Spruch. Das ist wahr. Das ist absolut wahr. Heftig, ne? Die dümmsten Kälber wählen ihre eigenen Schächter. Tony hat wieder diesen Löwen-Glanz geschickt. Grüß, Reza von mir. Schöne Grüße von allen, ne? Schöne Grüße zurück. Liebe Grüße, ja. Liebe Grüße zurückgegeben. Ja, aber der macht sehr krass, wie der immer so ruhig redet, ne? Mit seiner ruhigen Art, dass er dich so catcht, ne? So, komm mal her. Ich werde dich richtig einlullen. Der ist ja nicht so wie aktiv, so ein bisschen, ja, aus sich rausgekommen. Also, wenn ich das so gesehen hätte, also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass damals ich sowas gelehrt hätte und dass mein Vater beigebracht hätte, die hätten gesagt, dass es ein Hindu-Gott wäre. Sausel. Der sagt immer, ein Schöter sagt, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, die haben keine Kraft, die haben keine Lust, das Ganze auszuspüren. Die verkürzte Weise. Die verkürzte Weise. Sausel. 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 Ganz schnell müssen wir das machen. Da ist die Liebe zu Gott doch nicht so groß, ne? Da ist keine Kraft, ne? Aber der Abu al-Badah macht das in letzter Zeit wirklich so mit Euphorie. Sallallahu alaihi wa sallam. Der Abu al-Badah, der ist auch, komm mal. Muss man live gehen mit ihm. Ich würde gerne mit Abu al-Badah live gehen, aber der würde niemals über live gehen, niemals. Ja, schade. Schade, 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 schade. Schade, schade. Ey, im Wünderchen guten Tag, mein Freund. Guten Tag, mein Freund. Im Wünderchen guten Tag, mein Freund, sagte. Ja, das sag ich. Und zwar nochmal guten Tag. So richtige Aussi. Aus Blauen. Aus Blauen. Ich bin ein richtiger, ein richtiger, ein Leipzig, Alter. Wasch echt, Junge. Was ist Leipzig, Alter? Leipzig, Junge. Leipzig, Junge. Leipzig, Junge. Eisenbahnstraße, was ist das, Junge? Eisenbahnstraße, was ist das, Junge? Eisenbahnstraße, was ist das, Junge? Ganz hartes Pflaster, mein Junge. Ganz hartes Pflaster, das ist das. Ja, ja, sicher. Ja, als Christ kannst du da wirklich vernünftig leben, wa? Ja, und sicher, aber doch nicht, wenn ich konvertiert bin, mein Bester. Na, der ist konvertiert, der alte Aussi hier. Anhamdulillah, ich bin Muslim. Anhamdulillah, er ist Muslim. Anhamdulillah. Der Aussi ist Muslim geworden. Ja, ja. Audebille. Audebille, sagt Elisa. Ey, der trollt rum, aber ich spiel das Spielchen mit, wir lachen uns kaputt. Ja, sicher, Mensch, tüte. Was ist ernst, du hast, eh? Ach, ein Aussi, wo gibt's denn sowas? Sachsen-Paule, 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 ich bin Special Edition, glaub mir, ich bin Unikard. Mit Sachsen-Paule, 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 wo ist der, den brauche ich jetzt, Mann. Das ist Christo, ja, Mann, der weiß Bescheid, Alter. Sachsen-Paule. Ist das nicht dieser Erotik-Darsteller? Ja, genau, warte. Das ist ein Paule. Die 90-Baule. Das ist mein Cousin. Das ist Heiko, der gute Heiko. Das ist mein Cousin. Der ist alles. Der ist Össi, der ist Össi. Sicher, ja, sicher, Nummer eins. Du richtiger Össi. Der steppt die Röhre, aber alle. Kleiner Limmel. Runter mit dir. Ich komm jetzt gleich wieder, bis gleich. Oh, Mann, Mann, Mann. Hier muss man sich überall durchkämpfen in den Dschungel hier. Dschungel. In der Dschungel. Arme, Gott ist gegen dir und deine Familie, Bruder. Danke dir auch, mein lieber. Gott segne dich und deine wundervolle Familie. Danke, ich liebe dich, Bruder. Danke zu ihm. Eine Frage, Arme, warst du auf meiner Seite, Bruder? Weil du weißt ja, wir zwei und Flex und die anderen Urbahnen sind ja gerne auf dieser Liste der Muslime. Ja. Und auf meiner Seite ist ein Lied. Ja, da bist du drauf und da werde ich auch erwähnt. Warst du schon mal auf meiner Seite? Ne, noch nicht. Darf ich dir das Lied mal kurz vorsingen? Ja, sing mal. Ja, aber ich sehe dich nicht. Warte, ich muss dich sehen. Ach, du musst mich sehen. Ja. Bitteschön. Also, Bruder, guck mal. Das Lied geht so. Wahnsinn, wie du dich bewegst. Galaktisch ist der Gay-Arm? Nee. Galaktisch ist der Gay-Arm. Das hat sich so angehört, wie galaktisch ist der Gay-Arm. Bruder, 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 hast du ein zweites Handy? Nee, nee, warte mal, ich muss mal, ich habe hier so ein Tablet-mäßig. Bruder, die Leute müssen das alle hören. Du gehst jetzt auf meine Seite, lieber Bruder, Herz. So ein Lied hast du in deinem Leben noch nicht gehört. So ein Lied habe ich noch nicht gehört, ne? Nee, nee, warte. Oh, galaktisch ist der Gay-Arm. Oh, galaktisch ist der Gay-Arm. Da ist dein Bild. Ist das mit der Q-Gemeinde gedacht oder was? Weißt du? Ein galaktischer Gay-Arm ist auch nicht schlecht. Ja, nochmal, nochmal, das geht so. Da lag der Gay. Da lag der Gay. Oh, galaktischer Gay. Aber ey, mach das mal bitte, dass alle Leute das hören, wie geil das ist. Ja, da müssen wir mal gucken. Warte mal, wie heißt du, mein guter? Juniko, Juniko. Juniko, Juniko. 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 Da bist du ganz oben rechts auf dem Bild. Ne? Ganz ohne Risse. Er will gerade was sagen. Ich habe einen Spielshot gemacht. Welches Video ist das denn? Du hast fünf, sechs, sieben Videos hier drin. Ja, warte. Warte, ich komme gleich rein. Ich komme eine Sekunde rein. Oh, ihr gelagte Gay-Arm. Was hast du gesagt? Allah ist Super Saiyan? Allah ist Super Saiyan. Allah ist Super Saiyan. Heftig. Also, einmal hast du den galaktischen Gay-Arm und dann hast du noch Allah ist Super Saiyan. Heftig. Genau, genau. Heftig, oder? Ich bin ganz stark auf der Suche nach Lieder. Glaubst du es mir? Ja, da musst du, da wirst du fündig werden bei, sagen wir mal schnell hier, bei den Kamelurien für dich. Inshallah, 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 Habibah. Okay, mein lieber Gott segne dich von der Familie. Gott segne dich von der Familie. Ich küsste eine, das pass auf die Garde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Galaktische Gay-Arm, Galaktische Gay-Arm, Galaktische Gay-Arm, Galaktische Gay-Arm, Galaktische Gay-Arm. Galaktische Gay-Arm. Danke, Cosmos! Das hört sich an mir, der galaktische Geier ab. Ist das crazy? Was ist denn jetzt schon wieder Unicorn? Hört sich so an wie Unicorn, wie Einhorn, Unicorn, kennst du? Bruder, du kennst doch das Ding, wo der Joker seinen Dings gemacht hat, wo er sich so hingestellt hat und seinen Arsch geschakt hat. Kannst du dir mal vorstellen, mir bleibt das ja relativ, mir kann es ja relativ sein, aber der zeigt doch schon, dass er nach seinen Büchern geht. Ja, natürlich. Das ist ja nicht verboten, lieber Bruder, oder? Ja, nicht nur das, der macht das, weil der Satan kommt, um ihm in seine US-Haare zu stehen, das wissen wir ja. Ist das Halal oder ist das Haral? Galaktischer Gay-Armes, heftig. Das ist krass. Und dann wollen die, und dann wollen die von meinem Bruder Ex-Muslim, von uns wollen die eben... Kufa! Kufa! Das ist, da machen die uns, da machen die so Bilder, ne? Aber bei denen gibt's ja Videos, wie er sich prophezeit, ne? Kufa! 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 Der galaktische Kufa-Ente war das. Ich schwöre ich richtig, Bro. Ich schwöre ich richtig, Bro. Ich hab ein... Mann! Du hast ja auch den kompletten ganzen Buchabend zu tun, was echt nicht immer noch gezählt worden ist. Wie es so angeht, du musst. Und, äh, wie sagt man, wir uns machen, wie gesagt, du musst. Aber, und, 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 und. Ah, er singt heute den Song den ganzen Tag. Was soll ich denn machen, ey? Er macht Urwurm. Dieses Zeugs. Das ist der aller... äh, galaktische Gay-Arm. Alla Super Saiyan. Heftig. Wirbern Galleryts. Kamer ethicst nun nur noch vor der Spielkonsole. Die werden richtig zu Zombies. Keiner ist bei einem Baum hochgeklettert in der heutigen Zeit. Die können nur noch hier Fortnite tanzen und so weiter. Heute, die Kinder sitzen nur noch vor der Spielkonsole. Die werden richtig zu Zombies. Keiner ist bei einem Baum hochgeklettert in der heutigen Zeit. Die können nur noch hier Fortnite tanzen und so weiter. Wer macht einfach Fortnite-Tanz? Die werden nur noch vor der Spielkonsole. Wie der aussieht mit der Hose. Das ist Wahnsinn. Der ist einfach Charlie Chaplin geworden, der Hammur Hamza. Unfassbar. Leute, die Kinder sitzen nur noch vor der Spielkonsole. Das tut mir im Herzen weh, was aus dem geworden ist. Das ist unglaublich. Unfassbar. Influencer-Priester. Influencer-Priester. Heftig, Leute. Influencer-Priester wegen Kinder-P angeklagt. Ermittler stellen umfangreiches Datenmaterial sicher. In der Wohnung von Hanno R. fand die Polizei etliche Datenträger von Kinder-P. Jetzt wurde der Priester angeklagt. Unglaublich. Recklinghausen, Köln, NRW. Zottelbart, Kappe. Meist lächelnd und lässig. So präsentiert sich der katholische Priester Hanno R. In den sozialen Medien. Dort nennt er sich Kirchendude. Und Influencer für Gott. Galt als coolster Pfarrer im Ruhrgebiet. Bis die Polizei am 11. November 2022 seine Wohnung durchsuchte. Und Kinder-P verdacht. Boah. Boah. Was ist das denn bitte? Wahnsinn, ey. Kennt denn jemand von euch diesen Typen? Der Kirchendude? Warte mal, ich gucke, ich muss mal gucken. Kirchendude. Ah, vorher muss man einmal Sachsen-Paul. Was mit Sachsen-Paul? Einmal. War ich schon grad eben. Kirchendude. Kirchendude. Ja, auf YouTube findet man ihn. Ja, heftig. Kirchendude. ... unter seinem Kirchenprofil. Kirchendude. Dort war er schon lange vor seinem Amtsantritt in Recklinghausen aktiv. Und zwar in den sozialen Medien. Aber womit? Fragen wir ihn direkt. Hanno Roter. Grüße am Telefon. Ist er nicht, aber bei Zoom. Hallo. Hallo. Kirchendude. Kirchendude. Was muss ich mir denn darunter vorstellen, wenn ich das noch nie gehört habe? Was machen Sie da? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, was muss man sich darunter vorstellen. Kirchendude, das ist ja erstmal irgendwie so Dude, das ist so Typ oder so. Dann siehst du, wie der Glaube dann von innen zerstört wird. Heftig, ne? Der Satan hat keine Möglichkeit, die Bibel anzugreifen. Deswegen benutzt er dann halt solche Priester und solche Pastoren, die dann immer wieder in den Schlagzeilen landen. mit ihren Kinder-P und Anfassen von Kindern. Hast du dich gesehen? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Ja, ohne Worte. Ohne Worte. Das ist so schrecklich, ne? Das ist einfach so schrecklich. Ja, das ist traurig, ist das, ne? Der Glaube wird komplett vor den Menschen zerstört. Und dann denken die Muslime jetzt wieder in dem Moment, Seht ihr? So seid ihr Christen. Anstatt die differenziert darüber nachdenken und ihren Blödsinn für sich selber behalten. Weil sie sind die Letzten, die über sowas reden dürfen, ne? Hallo Toni, Gott segne dich. Gott segne dich, Bruder Amir. Gott segne, Bruder Toni, na? Ja, ich bin auch Pakete ausfahren. Ja, so ausliefern. Aber ohne Stopp. Aber ohne Stopp. Ja, hast du gerade mitbekommen, ne? Der katholische Priester da, heftig, ne? Kirchendude nennt er sich. Kirchendude. Äh, jetzt zurück. Ja, drei Stunden keinen Anruf bekommen und jetzt muss ich unbedingt einen Anruf bekommen, ne? Ja, wenn du zu tun hast, dann komm einfach später, oder was Toni? Ja, alles gut. Äh, ich bin noch... Ja, bisschen muss ich noch fahren, aber... Ja, äh, das ist natürlich... Äh, aber da... Da darf man sich natürlich, äh, davon nicht, äh, in die Irre leiten lassen. Oder, ähm, äh, Hass schüren. Äh, das hat absolut, absolut nichts mit, äh, der Bibel. Jesus Christus. Amen. So sieht's aus. Ja. Ja, damals, als ich noch nicht im Glauben war und immer wieder feststellen musste, dass diese Priester und Pastoren und was auch immer das getan haben. Äh, hab ich aber selber in der Bibel nachgelesen, ob das, was sie dort tun, mit der Bibel, äh, so einvernehmbar ist. Nein, absolut nicht. Der Herr warnt sogar diese Menschen. Äh, definitiv. Hallo? Ich komm sofort wieder, Toni. Ja, alles klar. Na, ich bin wieder da. Ja, ähm, ja, aber auch abgesehen davon, äh, 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 wie hieß der eine, ähm, in Köln, der, äh, sein, äh, der die Kirche da, äh, mit so vielen Millionen von Steuergeldern ausgebaut hat, mit, äh, goldenen, äh, Bädern und was weiß ich nicht, was da gab's. Nein, äh, äh, mir fällt jetzt der Name nicht mal ein, aber auf jeden Fall, äh, was hat das mit Jesus Christus zu tun, was hat das mit der Bibel zu tun, wo findet man irgendwas, äh, ja, das ist, das ist, weil der Mensch sich mal wieder eigen macht und, äh, sich wieder, äh, über, äh, alle gewissen Dinge stellen möchte. Ja, das ist der Teufel, ne, der, äh, zweite Petrusbrief oder im ersten Petrusbrief steht's ja geschrieben, denn der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, wen er kann. Verstehst du, daher sollten wir immer auf der Hut sein, ne, und da lässt sich der eine Priester oder Pastor, der so eine ekelhafte Neigung hat, davon hinreißen und der Satan wird ihn dann benutzen, um das Christentum zu zerstören. Ja, ja, das ist es, äh, wenn, wenn das Herz, äh, oder der Glaube, halt, nochmal, äh, ja, schwach ist, es ist, es ähnelt so ein bisschen wie, wie so ein, äh, äh, Rattenfänger. Ja, aber deswegen, deswegen auch, äh, ja, die Bibel lesen, äh, verstehen, äh, was drinsteht und, äh, ja, an was, äh, also es gibt Menschen, die, 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 die sagen, ich, ich spüre auch, ich spüre, dass, äh, hier, äh, das ist mein bester Freund, äh, zu Gott haben. Das ist, äh, das ist, äh, das ist für mich unerklärlich. Das ist heftig, ne? Na gut, ich, äh, ja, muss noch ein bisschen fahren, aber sonst komme ich nachher noch. Okay, alles klar, Sonny, danke dir, Bruder. Ciao. Ja, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao. Hallo? Hallo? Herr Amir, ich, äh, ich habe eine Frage. Ja? Was haben Muslime eigentlich gegen Paulus, weil ich gucke oft, äh, so Debatten-Streams und da beleidigen die immer, äh, Paulus halt. Ja, die denken, dass der Paulus irgendwas erfunden hätte, dass Christentum, äh, sozusagen, äh, mehr oder weniger ins Leben gerufen hat, dass es alles so, äh, Paulus-Schriften sind, dass das nichts mit dem wahren Jesus zu tun hat, dass er allem widersprochen hätte und so. Nein, der Paulus sagt genau dasselbe wie Petrus, Johannes und die ganzen anderen genauso. Ja, und dann sagen die, der Paulus war, er war kein Augenzeuge, ja. Was heißt Augenzeuge, aber der Herr Jesus Christus ist ihm begegnet, Apostelgeschichte 9, na. Ja, und er hatte Zeugen dafür. Die Leute haben die Stimme des Herrn gehört. Ja. Ja. Ja, nee, weil diese, äh, hier diese, also haben die uns halt, die gehen halt immer auf, äh, Paulus, deswegen, äh, ja, aber danke, dass du mir die Frage beantwortet hast. Weiß ich jetzt Bescheid. Hallo? Hey, okay, Am, ich, äh, ich geh dann jetzt. Okay, alles klar, ciao. Okay, danke, ciao. Hat Jesus, hat Jesus einmal gesagt, schreib meine Worte auf? Wie? Hat Mohammed gesagt, schreib meine Worte auf? Ist doch Quatsch, was ich so sagen. Wie gesagt, geht hin und macht zu Jünger alle Völker und alle Nationen und torft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ihr wisst, dass mein Wort in Ewigkeit bleibt. Ich werde bei euch sein. Natürlich haben die, ja, natürlich hat er indirekt gesagt, dass die Leute das da aufnehmen und, äh, aufschreiben sollen. Hallo, Ami. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke dir. Du bist ein Löwe. Ein Löwe? Ja. Alle Ehre, dem Herrn Jesus Christus, den behaftigen Löwen von Judah. Weil jeder, der nach Jesus Christus geht, richtig, der wird auch ein Löwe mit Zeit. Ja, Amen. Aber der wahre Löwe ist Jesus Christus, der Löwe von Judah. Amen, Amen. Amen. Amir, ich möchte was sagen und ich hoffe, dass du in jedem deiner Streams das sagst, damit die Leute ein bisschen wach werden. Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Millionen ist Deutschland? Wie viel? Äh, circa 85 Millionen oder 83 Millionen, 84 Millionen, ungefähr sowas. Okay. 83 Millionen, so viele Islam sind die nach Deutschland gekommen. Eine einzige Deutsche hat den Islam kritisiert. Die wollten ihn nicht mehr am Leben lassen. Überlegst du dir mal. Heftig, ne? Überlegst du dir mal, wenn man nachdenkt, dass die echt, die ganzen Europäer, müssen die aufwachen. Und, 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 und weißt du, wenn die Messerstecherei geht, warum immer auf Hals? Hast du schon mal das gefragt? Warum immer auf was? Auf Hals. Die versuchen immer auf die Hals. Auf Hals. Ja, auf Hals. Ja, natürlich. Ja, ja. Warum? Ja, damit die schneller, ähm, in die Ewigkeit geschickt werden. Nein, 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 sorry. Nein, weißt du warum? Weil da gibt es eine Sura im Koran, wenn ihr den Ungläubigen trifft, auf die Nacke schlagen. Die machen... So, ja, Suga 8 Vers 12 und Suga 47 Vers 4. Ja, die machen genau, was die Koran befällt. Genau. Ja, das ist so. Die versuchen immer auf den Hals zu kommen, weil damit die mehr junge Frauen zu kriegen. Und ich verstehe nicht, warum Europäer sind die nichts aufgewacht bis jetzt. Seit dieser Islam da sind, ist mehr Straftaten, ist mehr Vergewaltigung, ist mehr Häuschlerei. Aber weißt du, wer sind alle schuld, dass die Europäer so am Schlafen bleiben? Weißt du, wer ist schuld? Weil keiner über die Missstände aufmerksam macht, die meisten trauen sich nicht. Nein, weißt du warum? Die Christen, die aus Arabien kommen, wo die den Islam erlebt haben, und die kommen nicht und erzählen dir das nicht. Die müssen erzählen, weil Deutsche, die gehen nach Menschlichkeit, die sagen Mensch ist Mensch. Aber die Christen, was in Arabien oder Atheisten oder alle, die nicht Moslem sind, die leben in einem europäischen Landfreiheit. Die müssen aufstehen und die ganze Europäer aufwachen lassen. Das ist der Grund und ich sage zu jedem, derjenige, der nichts von diesem Land tut, der ist auch ein Verräter. Ja, das ist echt ein Riesenproblem, was hier abgeht. Aber gut, der Herr Jesus Christus wird ja dieses Land und Europa in die noch nie dagewesene Drangsal bringen. Jesus Christus will das, aber Jesus Christus will auch, dass seine Werke, dass die Menschen, die an ihm glauben, mit ihm arbeiten. Weil Jesus Christus mag seine Kinder, mit ihm zu arbeiten. Er will, dass wir mit ihm arbeiten, mit ihm tun. Ja, ich wollte das nur sagen und ich drücke dir die Daumen und bleib immer, wie du bist und das ist alles. Nur diese paar Worte, ich hoffe, dass das in jedem Tag 90 Millionen oder 85 Millionen auf Deutschland sind und nur einer einzige hat Islam kritisiert. Guck mal, was passiert ist. Und die Islam, die beleidigen uns in ihrer Moschee, die beleidigen uns in Social Media, offiziell. Keiner tut denen was. Ich glaube, das reicht. Wir müssen echt alle wie Löwen aufstehen und jeder erzählen, was der Islam ist. Ja, das ist natürlich ein schweres Unterfallen, aber nicht unmöglich. Mit dem Herrn klappt das schon. Die Aufklärung ist jetzt bei vielen angekommen und ja, es ist wie so ein Schneewaldsystem. Einer hat es gemacht und alle folgen dem hinterher. Das ist gut so. Ja, aber viele Mosleute versuchen zu heucheln und zu sagen, ich bin gegen das, was passiert und ich bin gegen das. Und die sagen Alhamdulillah, Moslem, wenn du gegen das bist, dann musst du sagen, ich bin nicht mehr Moslem. Weißt du warum? Weil wenn du nach dem Islam lebst, genau musst du das machen, was die anderen machen. Ja, natürlich. Ja, aber muss man auf diesen Punkt auch die Leute aufwachen, weil ich gucke, so viele Streamen. Die versuchen so zu heucheln. Ja, ich bin gegen das. Das ist nichts richtig. Aber ich bin Moslem. Ja, wie geht's dir? Du gehst hinter ein Buch, wo er, wo dieses Buch hat diesen Mensch gebracht, der hat ihn aus Monster gemacht. Ja, eigentlich dürfen die Muslime nicht hier in Europa bleiben. Sie müssen sich eigentlich ein islamisches Land suchen. Ja, die müssen, die müssen. Guck mal, wie viel arabisches Land gibt's, wo die Dings, wenn die abhauen von dort. Warum gehen die nicht nach Arabien? Weil die machen ganze Türe zu. Wenn einer kommt in mein Land rein, der lebt nicht mehr. Ja, die sind Moslem. Der Islam ist Frieden. Ich sehe die Frieden, wie das ist. Und die kommen hier, kriegen die alles. Die essen, die nehmen Brot von deiner Hand und die beißen dicht. Wenn beißen wäre auch gut. Die schneiden deine Hand. Die nehmen nicht nur Finger, die nehmen den ganzen Arm mit. Ja, die nehmen den Kopf auch mit. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es gibt für mich keine guten Moslem. Wenn ein Moslem sagt, für mich sind alle Terroristen. Für mich sind die alle so. Weil der sagt, ich bin Moslem, dann liest dein Buch zuerst und dann sagst du, ich bin Moslem. Das heißt, entweder willst du diesen Islam verlassen oder willst du einen Menschen diesen Islam verlassen. Oder willst du so machen, wie dein Bruder machen. Ja. Okay, Amir Habibi, ich nehme deine Zeit nichts weg. Ich wollte Teseq Mahvorda sagen. Ich drücke dir die Daumen und Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke, danke. Okay. Ja, lass uns ein bisschen mal beten. Wir haben den ganzen Tag überhaupt gar nicht einmal gebetet. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich preise, lobe und ehre deinen heiligen Namen wie in jedem meiner Gebete, Herr. Und bitte dich ganz innig darum, dass all diejenigen, die gerade hier sind, dass du sie segnest und sie begleitest auf ihrem Wege, Herr Jesus Christus, dass du sie behütest, beschützt und dich ihrer Probleme annimmst, Herr Jesus Christus. Und wenn das nicht sein sollte, dann akzeptieren wir das auch und möchten dann auch weiterhin dir weiterhin vertrauen und unser ganze Leben, Seele und alles, was wir haben, dir anvertrauen, mein Herr, mein Gott. Ich bitte dich für die Muslime, Herr, dass die zur Einsicht kommen, Herr, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, dass Allah nicht Gott ist, dass du der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist, Herr Jesus Christus. Öffne du ihre Augen, Herr, und lasse sie dein herrliches Licht sehen, das so stark leuchtet, dass eigentlich jeder Mensch es sehen müsste, Herr. Wir freuen uns über deine Wiederkunft, Herr, und bitten dich von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne, das hier hört, mit dabei ist bei der Entrückung und gerettet wird und da sein wird, wo du bist. Deswegen möchte ich dich nochmal innigst darum bitten, dass all diejenigen, die das hören, auch gerettet sind und ihren Namen im Ruf des Lebens verzeichnen. Und in jedem Gebet möchte ich auch an unsere Geschwister denken, Herr, die gerade in islamischen Ländern wieder benachteiligt werden, geschlagen werden, gefoltert werden, aufgrund des Glaubens an dich, Herr. Und du hast uns aber schon gewarnt, dass der Glaube an dich kein Zuckerschlecken ist, sondern wirklich mit Leid verbunden ist. Aber dieses Leid nehmen wir in Kauf, denn du hast auch für uns gelitten, Herr Jesus Christus. Danke für deine Liebe, Güte und Gnade, Herr. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Amen, mein Herr, mein Gott. Ein wundervoller Herr Jesus. Dankeschön, Dankeschön. Alle Ehre, der mein Jesus Christus. Amen. 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 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt, wie Menschen urteilen. Ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig, denn ich urteile nicht allein, sondern ich, der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt. Und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort. Amen. Und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ihr stammt von oben. Ich bin von oben. Ich stamme von oben. Amen. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du? Wer bist du? Der, von dem ich bereits gesagt habe, dass ich es bin. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat, birgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschen so erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts im eigenen Namen tue. Amen. Sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat, zu tun, was ihm gefällt. Danke. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dankeschön. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Danke, danke. Wir sind Abrahams Nachkommen und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Dankeschön. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, die ich von Gott gehört habe. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater. Er war ein Mörder von Anfang an. Johannes 8. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Keine Wahrheit ist in ihm. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Der ohne Sünde war der Herr Jesus. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an meinem Wort festhält wird auf ewig den Tod nicht schauen. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Euer Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Wow. Er sah ihn und freute sich. Ewig. Du willst Abraham gesehen haben. Du willst Abraham gesehen haben, wie der Jude den Herrn Jesus Christus fragt. Du willst Abraham gesehen haben. Wie geht das denn? Wie hast du denn der Vater Abraham denn gesehen? Ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Amen. Bin ich. Wow. Halleluja. Du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Vater Abraham gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er Abraham war, bin ich. Was für gewaltige Worte. Und dann kommen die Leute und sagen zu mir, wo sagt Jesus das Gott? Das ist unglaublich. Allein, dass der Herr Jesus Christus die Worte, ich bin, benutzt. Und sich die Worte oder beziehungsweise den eigenen Namen des Gottes, des Alten Testaments gibt. Der Ewigseinde. Ich bin der, ich bin der Ewigseinde. J.H.W.H. Das ist unglaublich. 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ja genau. Küss doch dein Herz. Jesaja 44, 6. So spricht der Gott Israels und sein Erlöser, der König der Könige und der Herrscher. Ich bin der Erste und der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott, keinen Retter. Jesaja 43, 11. Es gibt keinen Retter außer mich. Ich bin der Einzige Retter, spricht Gott, der Herr. Und dann siehst du in, hier sag mal schnell, in Lukas 2, 11. Christus, welcher ist der Herr, wurde heute geboren. Halleluja. Ja genau, ich komme immer ein bisschen durcheinander mit Lukas 2, 11 und Matthäus 2, 11. In Matthäus 2, 11 beten sie das Kind an und in Lukas 2, 11 ist Christus der Herr, der geboren wurde. Der Retter. Amen. 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 Das ist unser Herr Jesus Christus. Der Retter, der Schöpfergott. Der alle Religiositäten ein Ende gesetzt hat am Kreuz von Golgatha. Dankeschön, danke. Es gibt niemanden, der herrlicher ist als der Herr Jesus. Es gibt niemanden, der schöner ist als der Herr Jesus. Er ist der Schönste, der Beste, der Allertollste, Wundervollste. Danke. Was ist da, trollt da jemand rum oder was? Mrapha. Mapp. Mapp. Ja, niemand redet wie der Herr Jesus Christus, der Herr ist der Wunderschönste, schau dir nur die wunderschönen Worte des Herrn Jesus Christus an. Bist du der König der Juden? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was soll ich da tun mit Jesus, den man den Messias nennt? Kreuze gehen. Wahnsinn. Kreuze gehen? Nein! Ich bin dazu geboren. Danke schön. Und dazu in die Welt gekommen. Ich bin unschuldig am Tod dieses Redlichen Mannes. Wahnsinn. Das ist alles. Vater, die Zeit ist da. Das ist aber forschend, unschuldig gestorben. Dankeschön. Der Herr Jesus Christus kannte die Sünde ja gar nicht. Und als der Pontius Pilatus zu der Menge gesagt hat, ich sehe keine Schuld an ihn. Ich sehe keine Schuld an ihn. Was soll ich denn, für was soll ich denn den Anker, warum soll ich ihn denn töten lassen? Und da siehst du die Volksmenge, die genauso wie heutzutage sagt, kreuzige ihn. Mach ihn weg. Wir wollen Jesus nicht. Und dann kommen die Leute und sagen mir, die Bibel ist ein Märchenbuch, obwohl die Wissenschaftler eindeutig bestätigen, dass die Bibel das bestbezeugteste Buch der Antike ist. Das ist so unglaublich. 3.268 nachweislich erfüllte Prophezeiung hat. Und dann reden wir von einem Märchenbuch oder was? Aber die Leute haben, glaube ich, eindeutig ein zu viel geschnüffelt, glaube ich. Warte, ich komme in den Tunnel rein. Es wird keinen Empfang geben. Verherrliche den Sohn. Da bin ich wieder. Hey, Claudio. Ich wollte dein Stream kurz vorlesen, wenn ich darf. Also jeder kennt die berüchtigste Stelle der Gute Hürde in Johannes 10, 11. Ich bin der Gute Hürde und ich gebe das Leben für meine Schau. Aber die wenigsten kennen im Alten Testament Hesekie 34, 11. Und ich lege das mal langsam aus, damit man überhaupt versteht, was da drin steht. Jetzt pass auf, Amir. Denn so spricht Gott der Herr. Also Gott spricht. Siehe, sagt Gott, ich selbst, also Gott sagt, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Halleluja. Moment, jetzt gehen wir weiter. Wie ein Hürde seine Herde zusammensucht, an dem Tag, jetzt gut zu hören alle, an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, weil er im Fleisch gekommen ist. Warte, es geht weiter. Es geht weiter. So will ich meinen Schafen annehmen und sie aus allen Orten erretten. Ja, wer rettet? Amen. Womit, Moment, es geht noch weiter. Womit sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und der Wolkendunknes. Wo war dieser Tag, Amir, wo diese Wolkendunknes war? Bei der Kreuzigung. Amen, genau. Wo er es vollbracht hat. Genau an dem Tag. Halleluja. Jesus ist Sieger. Jesus hat schon gewonnen, wie ihr das Wort noch sagt. Jesus Christus hat doch schon längst alles besiegt. Ja, die können ja ruhig siegen hier auf der Erde. Ja, genau. Die können hier auf der Erde ruhig siegen. Jesus Christus hat alles zerschmettert. Also er sagt selber, dass Gott selber sagt, dass er mitten unter uns steht, mitten drinnen zwischen den Schafen, also mitten unter uns und dass er uns erretten wird aus allen Orten und dass an diesem Tag das passieren wird, wo dieses Gewölk sein wird und die Wolkendunknes. Also wie eindeutig soll das denn noch sein? Ich glaube, Jeremia 23, 23 ist auch so ein bezeichnender Vers, ne, Halleluja? Kann das sein? Jeremia 23, 23 ist auch der Hirte, wird dann erwähnt, ne? Nee, 23 ist meistens über Propheten. Jeremia 15, 25, da geht es um die Propheten in Jeremia. Ja, aber ich glaube, weil ich... Ja? Also ich gucke mal. 23, 23. 23. 23, ich bin denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht aus Gott in der Ferne. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Wenn du etwas die Propheten reden, die in meinem Namen lügen, weissagen und sprechen, ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll... Wie soll etwas die falsche Weissagen im Herzen... Okay, ich glaube, das war... Wo war das noch? Da gibt es aber eine andere Stelle, wo auch nochmal gesagt wurde mit Hirten. Ich glaube, Psalm war das Psalm, nicht nur Psalm, sondern auch woanders, ne? Aber Moment, du hast gerade was richtig ange... Hier habe ich dir das ja mal erzählt, wo er sagt, ich habe einen Traum gehabt, den Traum gehabt, das ist wie bei Aisha, wo er sie ja haben wollte, die Kleine. Da geht es ja darum. Das war mit Aisha, genau. Aber was ich herausgefunden habe, wenn du weiterliest, in 28, 29, 30, komplett durch, und in Kapitel 30 geht es darum, dass die Muslime aus Gaza versuchen, Krieg zu führen gegen Palästina. Und dass das ein ewiger Kampf ist. Das wird hier alles beschildert in dem Vers. Man muss den einfach nochmal weiterlesen. Und 30 noch dazu. Heftig. Ja, das Buch Jeremia, das ist so mit die Kämpfe von Israel gegen die ganzen Völker, auch ein bisschen, ne? Ja, genau, genau. Und die Prophezeiungen, ne? Ich habe noch einen schönen Vers gefunden, der ist auch gerade, der ist schwierig zu lesen. Vielleicht lässt du den mal laufen, vielleicht findest du den laufen zu lassen. Moment, der ist in Jesaja 3,15, genau. Lass mal ab Jesaja 3,15 laufen. Guck mal, was da gesagt wird, und sag mir mal, ob das auf Jugend jemanden zutreffen könnte. Jesaja 3,15. Genau. Jesaja 3,15. Nein. Ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Hirscher, angehört, das Bildung und Strafgericht über das ganze Land. Und nun, das Blut geschleift wurde, wird offen. Ja, das Blut des Propheten. Ja, was geht. Vielleicht mal gucken. Du kannst den Leuten das vorlesen, ich muss jetzt kurz was erledigen, ja? Ja. Ich sehe 3,15. So, ihr Lieben, wartet mal eben. Jesaja 3,15. Nee, 3,18. Okay, Jesaja 3,18. Man kann ab 15 lesen, aber ab 3,18 wird es interessant. Jetzt hört gut zu, an jedem Tag wird der Herr die Zirde, der Fußspangen, der Stirnbänder und der Halbmonde wegnehmen. Jetzt dreimal dürft ihr raten, wer die Stirnbänder hat und wo der Halbmond steht. Wenn viele jetzt behaupten, viele behaupten, dass es um die Halbmonde, um die Ohrringe geht. Nein, ich erkläre schon warum, weil Jesaja berichtet schon, Jesaja 1 berichtet darüber. Jesaja 1, ab 12, da steht nämlich geschrieben, ab 13, bringt nicht mehr vergebliches Speiseopfer, Räucherwerk, ist mir ein Gräuel, Neumonde und Sabbatversammlung halten Freveler verbunden mit Festgedränge. Also sehen wir, hier geht es darum, dreimal dürft ihr raten, wer die Stirnbänder anhat und wo der Neumond ist. So, Stirnbänder, Halbmonde weggenommen, die Ohrhänge, die Armbandspangen, die Schleicher, die Kopfbünde, die Schriftfesseln, die Gürtel, die Riechenflammen, die Amuletten, die Fingerringe, die Nasenringe, die Festkleidungen, die Mäntel und die Überwürfe, die Täschchen, die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs gibt es Moder. Wisst ihr, was ein Moder ist? Das ist dieser, ja, was die Muslime tragen, die weiblichen Muslime. Statt des Gürtels gibt es Strick, statt der gekräuselten Haare eine Glatze, statt des Punktgewachs ein Kittel und statt Stecktücher ein Brandmal, statt der Schönheit. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg, ja. Tore werden klagen und trauern und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. Und wenn wir jetzt Jesaja 1,12 den Vorspann lesen, zum Beispiel 12, Wenn ihr von meinem Angesicht erscheint, sagt der Herr, wer verlangt dies von euch? Dass ihr meine Vorhöfe zertretet, bringt nicht mehr vergebliche Speiseopfer, Räucherwerk, ihr isst mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbatversammlung halten Freveler, verbunden mit Festgedränge. Wir wissen, wo die stattfindet, zum Beispiel bei der Kaba. Er trage ich nicht, sagt der Herr, eure Neumonde, damals wieder, und Festzeiten, da geht es um die Bittgebete, hast meine Seele, sie ist mir zur Last geworden, ich bin es müde zu so ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, sagt der Herr, verhülle ich meine Augen. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich euch nicht, denn eure Hände sind voller Blut. Genau, Jesaja 1,12 bis 18, kann man durchlesen. Wie gesagt, Heseki eben 34,11. Schreibt euch das auf, da geht es darum, der gute Hürde, das wird schon angekündigt, dass der Herr sein Leben gibt für die Hürde, sie wieder einsammeln wird. Und dass er uns dadurch erretten wird. Und wie gesagt, dass er selbst mitten unter den Schafen ist. Also wenn Gott sagt, er ist mitten unter uns, ja was bedeutet das denn? Mitten zwischen den Stratenstrafen und wird uns dadurch erretten. Das wird an dem Tag passieren, wo diese dunkle und dieses Gewölks ist. Haltet die Gebote, richtig, Halleluja. Ihr müsst euch mal vorstellen, selbst die Könige haben sich vor dem Herrn Jesus Christus niedergekniet. Wir sehen ja, dass die drei Weisen auch gekommen ist, die ihm ja Gaben gebracht haben. Matthäus Kapitel 1, fängt das ja an. Sie Gaben ihm gebracht haben. Also bei 1 fängt es an, man muss ja alles lesen. Es geht da um Herodes. Herodes ist ja derjenige, der sich selbst sieht als der König der Juden. Und wo einer der drei Weisen zu ihm kommt und ihm berichtet, dass dieses Kind geboren wird, was der Arm ihm vorgelesen hat, Lukas 2, denn heute ist in der Stadt David der Retter geboren, der der Christus heißt, um euch ein Zeichen zu geben. Übrigens, das Zeichen wird schon in Jesaja 7,14 angekündigt. Siehe, ihr werdet ein Kind liegen, finden Sie ihn in der Krippe. So erfährte das, weil einer der Weisen sagt ihm das. Woher weißt du das? Und er sagt, das hat der Prophet Jesaja vor prophezeit in 7,14. Siehe, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären und den Namen Manuel geben. Und wo er das hörte, sagt er zu ihm, wie? Ich bin doch der König der Juden, weil die Römer haben ihn ja auserwählt. Und als er ging, hat er seine ganze Schriftgelehrte zusammengesucht. Zeigt mir, sucht nach, ob es irgendein Propheten gibt, wo dieses Kind geboren wird. Und da gibt es diese Prophezeiung in Micha Kapitel 5, Vers 1 und 2, wo ja drinsteht, du Ephrata Bethlehem, also der Geburtsort Jesus Christus. Du bist zwar gering unter den Hauptorten in Judah, aber aus dir soll man hervorkommen, der Herrscher davon Ewigkeit her gewesen ist und die Welt, die gebären soll, geboren haben wird. Deswegen wusste Herodes, wo dieses Baby geboren wird und hat dann dieses Massaker veranstaltet. Was übrigens im Salmen, im Alten Testament, 1000 Jahre vorher schon vorprophezeit wird, bitteres Klagen wird ruhen in Rama und weil die Kinder nicht mehr sind, ja, rupgeschätzt. Wenn man diese Bezeichnung Rama eingibt, man kann das mal googeln, Rama ist genau 15 bis 20 Kilometer im Umkreis von Herodeselben. Also alles, was dazwischen ist. Rama heißt das, R-A-A, also ganz normal, wie man spricht, Rama. Und deswegen hat er genau an diesem Punkt alle Kinder, die unter zwei Jahren Nacken therapieren lassen, weil er wollte der Einzige sein, außer ein, außer ein Baby. Und das war der Herr Jesus Christus. Warum? Weil der Engel des Herrn, beziehungsweise der Engel, Josef einen Traum gegeben hat, dass sie den Ort verlassen sollen. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt ist dieses Kind geboren. Jetzt kommen ja die Weisen, die Könige, wie wir sie nennen, und bringen ja Gabe, Mürre, Münze und Goldmünzen und knien sich ja vor dieses Baby nieder. Die Könige selbst. Das Faszinierende ist, dass wir wieder im Alten Testament, tausend Jahre vor im Salmen, ich glaube, genau, 72 Vers 9 und 10 steht ja geschrieben, die Könige von Tarsis und Theesis werden Tribut entrichten und alle Heidenvölker und alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Tausend vor Christus steht's geschrieben. Genau, 3. Genau. Und wieder haben wir die Zahl 3. Faszinierend, ne? Die Bibel beruft auf sehr, sehr, sehr viel 3. Das fängt ja schon bei Abraham an, wo bei Abraham sich drei männliche Gestalten vorstellen. Und das ist ja kein Zufall, wenn jetzt drei Männer vor mir stehen und ich spreche mit ihnen, sage ich ja zu denen, meine Herren. Aber was macht Abraham? Abraham kniet nieder und spricht, mein Herr an. Das ist kurz davor, bevor ein Engel des Herrn zu Sarah geht und ihr die frohe Botschaft gibt, weil sie war ja unfruchbar, dass er ein Kind gebären wird. Und das ist ja auch eine Prophezeiung, ist ja ein Jahr später dann genauso auch passiert. Das ist kurz bevor dann, wo Abraham mit Gott verhandelt, weil er sagt ja, kurz bevor die Sodom Gamora gerichtet wird, geht es ja darum, dass Abraham sagt, ja, aber da gibt es doch bestimmt welche, die gut sind. Und der Herr sagt, nein, wenn du mehr welche findest, dann verschöne ich das ganze Dorf. Und dann sind ja die zwei Engel in Menschengestalt in Sodom Gamora eingetreten, um ja dann Lot zu prüfen. Und Lot hat die dann Zuflucht gewährt. Und deswegen wurde Lot, seine Frau und seine Töchter verschont, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgerannt sind und der Herr noch ruft, dass sich keiner umdrehen soll. Und die Frau von Lot war wieder ungehorsam, wurde dann zur Salzsteinsäure. Und so weiter und so weiter. Ja, wundervoll. Auch mal ein Riesenlob an euch. An euch, alle, die hier im Chat seid, die hier tagtäglich auch dem Arm ja nicht nur zuhören, sondern auch unterstützen. Mit Likes. Weil ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Auch, dass ihr die Kommentare führt und Kommentare kommentiert. Weil, warum ist das ja so, wenn er jetzt 300, 400 Leute hat, ihr könnt ja nicht jedes Mal den Chat beobachten. Das ist ja unmöglich. Dafür fährt er ja auch noch nebenbei. Was soll er noch machen? Also Bibel, Koran, Fährt, den Chat beobachten. Jesus Christus ist ein dreieiniger Gott. Amen. Genau. Dafür brauchen wir nicht viel zu wissen. Wir brauchen auch keine Wasser oder was weiß ich vergleiche. Ihr braucht nur das erste Buch Moses aufschlagen. Da steht ja klar und deutlich schon geschrieben, Himmel und Erde bedeutet, übersetzt, Schöpfer. Schöpfer bedeutet nichts anderes als Elohim. Elohim bedeutet nichts anderes als Plural. Wir haben den Plural drin. Der zweite Vers der Bibel heißt ja, und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, wir haben da den Geist Gottes, der Heilige Geist. Der dritte Vers ist ja, und Gott sprach, das Wort Logos. Übrigens gibt es zwei Wörter Logos. Einmal Rema, wie gesagt, das scharfe Wort Gottes und einmal das ewigliche Wort, das ist das Wort Logos. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und es schied es von der Finsternis. Das heißt, wir haben die Trinität schon da. Deswegen spricht er das ja aus in 1. Moses 25. Lass uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und das ist auch der Grund. Jetzt siehst du, jetzt pass auf, Gott erschuf Himmel und Erde. So, Himmel und Erde. So, jetzt gehst du aber zu Jesus Christus in Johannes 17, Vers 5. Da sagt er selber, verherrliche du mich bei dir selbst, ehe die Welt war, also bevor alles war. Also sehen wir schon, Vater, Sohn, Heiliger Geist haben schon immer mehr existiert. Nicht erst ab der Geburt in Bethlehem. Das berichtet fast komplett das ganze Johannes-Evangelium. Schön erklärt, hast du, warum Jesus kein Knochen gebrochen? Schön erklärt, warum? Genau, Jesus Christus wurde kein Knochen gebrochen, weil Jesus Christus gibt sich ja als, Jesus Christus ist ja das perfekte Lamm. Also das berichtet ja auch Jesaja, den Leidigungsweg, den lesen wir ja, ich glaube ab 4, früh war, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, unsere Last, aber wir hielten ihn für bestraften Gott, niedergebrochen, aber er wurde wegen unserer Missetaten durchbohrt, zerschlagen, aber damit wir wieder Frieden hätten. Der nächste Vers in 10 steht da drin, und wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Im Übrigen, da füllte er die Schrift bei Pilatus, weil Pilatus fragte ihn ja, wer bist du? Und Jesus antwortete ihn nicht. Da hat er wieder die Schrift erfüllt. Und laut jüdischer Tradition, ein Sühneopfer, um Sünden zu vergeben, darf man im Judentum nicht die Knochen brechen. Geht ihr? Das ist genauso wie, wie gesagt, wo der Herr ja sagt, wie gesagt, nicht ich weiß es, nicht mal die Engel, nicht mal der Sohn, sondern nur der Vater. Und da geht es um das Verkünden. Das ist ja auch die jüdische Tradition, dass der Vater immer den Tag der Hochzeit ankündigt. Das Wissen hast du, weil du weißt, was du gemacht hast. Television. Ja, das ist ja klar. Ich bin jetzt wieder weg vom PC. Also, ich habe ja kein PC oder Bibel vor mir. Ich spaziere ja in der Wohnung. Ich versuche auch mal, alles in meinem Kopf zu behalten, die Ferse. So gut der Herr mir das natürlich ermöglicht. Bei Muslimen ist das sehr, sehr vorteilhaft. Weil sie stellen eine Frage über Moses und schon sind sie gesprungen auf Offenbarung. Das heißt, so schnell kannst du gar nicht die Bibel aufschlagen. Lest die Bibel wirklich tagtäglich. Tut euch Dinge fallen. Oder einfach, wenn ich unbedingt lesen will, kann ja einfach YouTube anmachen und danach, keine Ahnung, Johannes 1 eingeben und dann wird ihm was ja vorgelesen. Man kann auf Pause, man kann sich eine Notiz machen, wo man aufgehört am nächsten Tag oder zwei Tage später. Aber tut das, liebe Geschwister, jeden Tag ein bisschen und achtet dann auch auf die Verbindungen. Weil jede Sache hat eine Bedeutung. Ich mache euch ein Beispiel. Wo der Herr gesagt hat, aber die Erde war wüst und leer, es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Wenn wir jetzt Matthäus Kapitel 14, Vers 26, 27 öffnen, steht ja Jesus Christus auf dem Wasser, wo er geht. Das heißt ja nichts anderes, dass er schwebte. Die Bedeutung ist aber, dass die Jünger zu ihm sagen, es ist ein Geist. Sie sind also zuerst mal ein Geist schwebend über dem Wasser. Das war die Symbolik daraus. Oder der dritte Vers in der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und erschiet es ja von der Finsternis. Da beruft sich Jesus Christus auch wieder auf die Schöpfung. In Johannes Kapitel 8, Vers 12, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Also der Herr hat immer Verbindungen gehabt. Das sehen wir auch bei Adam und Eva. Die Sünde ist ja von Adam und Eva ausgegangen in die Welt. Und vom Baum der Erkenntnis. Richtig? Bei der Kreuzigung sehen wir diese drei Phänomene genauso. Jesus Christus nimmt die Sünde auf sich am Kreuz. Im Urtext kannst du das auch als Baumpfahl oder Kreuz übernehmen. Fakt ist, dass es aus Holz ist. Und er zertritt da auch der Schlange den Kopf, also den Satan und nimmt da auch die Sünde von uns. Und auf sich, damit wir wieder Frieden hätten. Du hast Vio gesagt, ich habe meine Seele verkauft. Was? Was redest du da? Meinst du mich oder willst du mit jemand anderem? Was passiert? Nee, gar nicht. Hat überhaupt schon die EM begonnen? Ja, klar. Natürlich. Italien spielt auf jeden Fall am Samstag. 1-20 gegen Albanien. Ja, hat schon bekommen. Du hast gar nichts mitbekommen, was ich gemacht habe. Nee. Ja, schade. Aber interessant. Ich bin so quer durch. Vom Neuen ins Alte. Von erster Bus bis durch. Ja gut, ich lasse dich mal wieder in Ruhe. Okay. Soll ich sehen? Soll ich sehen? Ja. Ja, aber ich muss immer... Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht austun. Ich wollte noch was sagen. Nein, ich wollte sagen, ich muss zwischendurch auch meine Kunden bearbeiten. Ich möchte noch mal sagen. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Ciao, tschau. Ciao. Ciao. Der leidenschaftliche Hezologe, der leidenschaftliche Hezologe, der hat mich alle etwas Sinti. Was sind denn deine Hobbys? Hezologie betreiben, Jesus Christus, Isra auseinandernehmen. Was machst du denn so gerne? Ja, ein bisschen Hezologe an den Tag legen, die beste Aufklärungsarbeit aller Zeiten vollziehen, Jesus Christus erhöhen, alle anderen Religionen aufdecken, ganz besonders den Islam. Gogi Joe, was ist denn da? Was bei YouTube? Die ganze Zeit schreibst du YouTube, YouTube, was soll denn das sein? Gezi, was, was, was ist denn da? Was soll ich denn da eingehen? Was denn? Was ist das? Alhanwa Shabab? Was soll das sein? Sie hört jetzt an. Du brust ab? Du brust ab? Ah ah, ok. Au, naja, ok. に O Ja, ich kenne das, das ist gut. Ja, so höre ich mich an, wenn jemand sagt, Islam ist die Wahrheit. Ja, Kuran. Ja, so höre ich mich an, wenn jemand zu mir sagt, Islam ist die Wahrheit und Allah ist Gott. So höre ich mich dann an. Hier, so. Druck. Drücken, drücken. Ja, ich weiß, dass das nicht. Das war nicht. Oh, 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 oh. Alles, schätzlumoni. Aber der ist immer noch der beste. Das ist der beste von allen. Wer da noch gut ist, wer da nicht lacht, der versteht die Welt nicht mehr. Okay. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eh, eerst is er wel een normaal verhaal. Hooggeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuse me. Hooggeloof is eigenlijk het juiste woord dat het teken hier hanteert. Dat is ook de meeste gewaarwording. Dat kan niet met de allen. Dat kan niet met de allen. Dat mag niet. Dat kan niet met de allen. Je probeert dan terug je toekomst. Dat betekent ook dat seksualiteit ook een groot probleem wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt en ik neem hem daar ook niet aan. Ja, ik vind het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat dat, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind hem dat dit echt niet kan, hè. Nee, ik vind het heel leuk. Ja. Mitten in haar live-set. Ja. 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 Excuse me. Ja. Excuse me. Ich hatte eine Frage aus dem Publik. Ja, meneer, ihr habt eine Aufmerkung. Ich habe es selbst gesagt. Ich bin eigentlich bei einer Freiheit in dieser Epoche gequetscht. Als ein Stimmann. Das ist so heftig. Das ist krass. Die Sendung, da war ja das Thema von verschiedenen Leuten, die verschiedene komische Stimmen haben. Und damit ein riesen Manko in ihrem Leben haben. Und Beeinträchtigungen erleiden müssen. Und dann kommt der Moderator und kann sich kaum noch beherrschen. Und lacht da die ganzen Leute aus. Ja, aber der konnte nicht mehr. Er wollte ja nicht. Aber jeder von uns hatte mal in seinem Leben so einen Lachanfall, wo man nicht mehr konnte. Das war ja so extrem. Erst mal kommt die Piepstimme. Und dann kommt die richtige Stimme. Die richtig Tiefe. Ja, ja. Ja, live. Sichtbarkeit eingeschränkt. Ja, super. Schade. Okay, ihr Lieben. Ich mach mal langsam Feierabend. Ich komm, glaub ich, gleich nochmal live. Ich geh ein paar Sachen erledigen. Und dann guck ich, ob ich gleich nochmal live komm, so Gott will, ja. Und dann sehen wir uns, so Gott will, gleich wieder, ja. Wenn ihr dann noch da seid. Und wenn ihr Bock habt. Wenn ihr möchtet. Gott segne euch und eure Familie. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Sein Angesicht über euch leuchten lassen. Dankeschön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Und so Gott will, sehen wir uns dann gleich. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Und bis später. Auf Wiedersehen. Ciao.